So, dann schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert, meine Lieben. Ich hoffe, dass das geht. Schauen wir mal. Vielleicht das kurze Dorte, was mir Feedback geben könnte. Das wäre nett. Es geht. Super, ihr hört es mich. Jawohl, ist ein Thumbnail auch zu sehen, Freunde. Morgen, morgen, Ton super passt. Jetzt habe ich es irgendwie hinbekommen. Auch ein Thumbnail zu sehen, meine Lieben. Sieht man dieses Thumbnail da mit meinem Logo drauf und so? Das wäre natürlich geil, Freunde. Ja, okay, super. Moment. Machen wir das da noch. Alles zu sehen, jawohl. Nice. Kurze Dinge, Freunde. So, nur Audio. Okay. So, müsst ihr eigentlich passen jetzt, oder? Sorry für die, äh, sorry für die, die Umstände, Freunde, aber was soll ich sagen? Echt bitter, echt bitter. Äh, ich hab, ich hab technische Defizite. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt... Ich hab jetzt... Ich hab jetzt... Ah, ich bin so dumm. Ah. Perfekt, okay. Bruder muss los, wenn wir da wieder einen depperen Charakter stehen, natürlich alles schlecht, alles ganz schlecht, Freunde, wunderschönen Jan, Pibi, es ist noch früh, genau, stimmt, Moment, wir gehen da her, nehmen das, und okay, ich hoffe, ihr habt jetzt echt einen Ton, einen guten Ton, hoffe ich mal, Freunde, Gesichtsbehaarung, unseren Schnauzer, Bartfarbe, nehmen wir das, dann nehmen wir das, und das Favorit speichern, yes, und wir starten, so, ich bin gleich bei euch im Chat, Freunde, oh, Batterie auch noch schwach, super vorbereitet, ne, Freunde, super auf, aber heute ziehe ich so durch, Alter, wenn es dann endlich mal läuft, ich versprich's euch, wenn es endlich läuft, ziehe ich so durch, wenn es läuft, ziehe ich so durch, wenn es läuft, ziehe ich durch Marius' wunderschönen, mein Lieber, grüß euch, ihr armen Teufel, mal, mach ich so, aber leider heute kein Ludwig, weil ich muss leider heute über den Laptop streamen, heute, Pibi, mach mal die Platte hin, alles fit, no pressure, alles fit, ich hab jetzt, wieder mal, ich hab eigentlich, war ich so gut vorbereitet, heute, hab mir gedacht, passt, und jetzt ist schon wieder ein Nanny, oh, das muss ich so angasen, einmal mit Profis arbeiten, Bruder, nicht möglich, nicht möglich, Marius' Ehre, mein Lieber, so, wenn man sich vor dem dort töten, also treffen lässt man, dann stirbt man nicht, drum lassen wir uns einfach mal treffen vor dem, Amelia, wunderschönen, Gabi, wunderschönen, heute sehen wir durch, Freunde, heizigen wir durch, es reicht, es muss passieren, die Platte muss her, ich hab keinen Bock mehr, dass man immer wieder neue, ähm, Ding macht, Freunde, neue, Moment, da, drachen wir leise, immer wieder neue Charaktere, schön, zweiten Advent, Rob, ich hoffe, ihr habt's gut geschlafen, Freunde, und sorry für die Verspätung, ich bin nämlich gerade dabei, Freunde, dass ich mir, ähm, wirklich eine Ausrüstung zusammenkauf, ich hab jetzt schon sehr viel Geld ausgegeben, für ein neues Mikrofon und solche Dinge, und, äh, kaufe mir einen zweiten Bildschirm, dazu, ich möchte es ein bisschen professioneller machen, aber das, das dauert nur ein bisschen, bis, dass ich das Ganze mal gecheckt hab, ich bin nämlich, kann zwar mit dem Videoschnitt kenne ich mich super aus, ja, aber leider kenne ich mich nicht so gut aus mit so Streaming-Danks, das ist für mich auch alles Neuland seit einem Jahr, so, und ich tue mir schwer mit, die OBS ist echt kompliziert, so, ja, so, aber jetzt starten wir aber los, Freunde, jetzt lassen wir uns da nichts mehr vermiesen, ne, guten Morgen, Job Sui, sorry, dass ich irgendeinen Nation Demon, die hab ich auch vorher gesehen, danke für die verschenkte Mitgliedschaft, mein Freund, gell, ähm, sorry, dass ich da nicht drauf eingegangen bin, aber du hast gesehen, ich war wie immer in absolute Struggle des Todes, hey, Mod, servus, mein Freund, so, den lassen wir da einfach mal leben, würde ich sagen, kann ich berühren, da kann ich mir knallig berühren, ja, morgens Beetroy, moin, moin, Mayor City, macht es sich ja einfach gemütlich, Freunde, wir haben einfach einen gemütlichen Tag zusammen, wir haben jetzt einiges an Wege zu gehen, guten Morgen, Belustigungsklown, Tobi, wunderschönen guten Morgen, heitet sie immer durch, heitet sie immer durch, ich will bis 24 Uhr diese Platin haben, ich will das endlich schaffen, und, eigentlich wollte ich schon, ich bin extra um 7 Uhr aufgestanden, Freund, ich hab mich 7 Uhr in Wicker gestellt, dann hab ich noch gefrühstückt, hab mir gedacht, das machen wir uns, ist gemütlich, und zack, schon wieder 20 Minuten verloren, nice, aber ja, 8, 9 Uhr geht auch noch, geht auch noch, ja, wir dürfen halt echt nicht trödeln, das ist so bitter, jede Sekunde zählt eigentlich, ne, guten Morgen, Tilt, Tilt, ich hab alles aufgeschrieben, Johnson, dieses Mal, ja, wir geben richtig Gas, für Platin brauchen wir 3 Spieldurchgänge, Billmut, ne, ich muss das Spiel 3 mal durchspülen, und ganz, ganz viele Dinge sammeln, schön 2. Advent, Mark, mein Freund, heitet sie immer durch, ganz einfach, heitet sie immer durch, ich bin hochmotiviert, hei, danke, Belustigungsklown, für den Push, für deinen Pushmann, ich hab Spaß, ich geb Gas, Loot Perry, äh, Spaß auf jeden Fall, Gas, schauen wir mal, ich bin leider Trödler in die Soltspiele, ich bin kein guter Speedrunner, ich tue viel zu gern mit euch quatschen, alles erkunden, das darf nicht sein, Freunde, ja, Steintrolls, hey, Andy, mal, mal, du, du, du geiler, trainierter Hund, wir ziehen durchzuschauen, wir ziehen durch, Prost, ich mach mir sein Energy-Tränker auf, Freunde, ne, Prost, Ah, Nice, Nice, So, Sauerkraut, mein Lieber, du bist ja wieder mal, einfach irre drauf, Bruder, Moment, Sauerkraut, Moment, äh, bin gleich da, bin gleich da, Danke für, Moment, Moment, Freunde, Hey, Sauerkraut, danke, mein Freund, warte mal, Gleich, 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 Freunde, So, da nehmen wir das, Okay, jetzt passt's, Ich hoffe, der Ton passt für euch so, Freunde, Guten Morgen, Ben, mein Freund, Du warst zweimalis reich, Bruder, du bist trainierter Hund, Du bist ein absolut trainierter Hund, Bruder, So, den Flegel holen wir uns, Ton klingt gut, jawohl, das ist das Wichtigste, Wir wollen doch nur Spaß, Schaut, Wir müssen das einstellen, Hut, dann nehmen wir da unser Pferdchen rein, holen uns da gleich Dinge aus Gründen, Yes, Perfekt, Tiltner, das klingt ja super, Und das für euch perfekt ist, ist für mich auch perfekt, Und das für euch perfekt ist, habe ich überhaupt nichts zu meckern, Und wie war euch ein Samstag, Freunde, Wart es gestern gemütlich, Wart es fort, Wart es unterwegs, Wie war es für euch gestern, TLC ist noch nicht da, Alles andere passt schon, Arbeiten am Ende, Was arbeitest du denn, wenn ich fragen darf, Den Eiseffekt, den holen wir uns dann vom Radagon, Bruder, vom Roten Wolf, Nach dem Roten Wolf ist so ein Messer, Und da kannst du dann die Waffe mit Eis durchwirken, Umzug, Alles klar, Okay, Okay, Den brauchen wir nicht, Jetzt habe ich nur Frage, Freunde, Wenn ich das da aufdrehe, Und das abdrehe, Habt ihr dann auch einen Ton, Das wäre interessant, Habt ihr jetzt einen Ton, Freunde, Das wäre natürlich in jeder Hinsicht meist tätig, Muss ich ganz ehrlich sagen, So ehrlich muss ich sein, Dass das geil wird, Wenn ihr uns jetzt einen Ton habt, Ja, super, Nice, Technikmäßig sind wir super bei Land, Freunde, Was soll ich sagen, Ich nehme das Uchikatana, Mein Lieber, Und dann, Wenn wir bei Malenia sind, Dann nehme ich Malenia's Hand, Okay, Okay John, Freut mich, Mein Lieber, Danke fürs Feedback, Boah, Ich sag's euch, Ich hab die, Die letzten Nächte, Ich hab so schlecht geschlafen, Ich hab aktuell massive Schlafprobleme, Ich weiß nicht warum, Aber ich kann seit gefühlt zwei Monaten Nimmer gut schlafen, Ganz wenig und richtig unruhig, Es ist auch unangenehm, Ich würde gerne mal, Wisst ihr was ich gerne wieder mal würde, So richtig lang und gut ausschlafen, Das wäre so geil, Einfach wieder mal, Am 10 Uhr oder so, Aufwachen und denken, Geil, Jetzt hab ich ausgeschlafen, Wisst ihr was ich meine, Gefühlt schon lange nicht mehr gehabt, Immer so, Ich geh immer so um zwei in der Früh schlafen, Ja, Und bin dann auch um sechs, sieben schon wieder auf, Okay, Mein Kater, Aber den könntest du ja aus dem Bett, Aus dem Zimmer sperren, Oder Sauerkraut? Oder geht das nicht, Bruder? Dass du einfach ein bisschen raus sperrst, Das muss halt, Oder kratzt er dann an die Tür? Das liegt am nicht vorhandenen DLC, Glaubst du? Jetzt weiß ich es endlich, Das muss ich meinem Arzt unbedingt dazu hören, Ich kann nicht früher schlafen, Eben, oder? Ich kann nicht, Das geht irgendwie nicht, Dann kratzt er an der Tür, Der hat eine Antwort auf alles, Dieser Kater hat eine Antwort auf alles, Jesse, die Blutfürstin, Wunderschöne, meine Liebe, Wie geht's da, Wie geht's da mit deinen, Geschmackigen 23 Jahre, Oder wie umgekehrt bist du am 23, 17? Ich hab leider keinen Christian, Kein Blastfirmes Walkthrough, Leider die Zwischenlandrunde, Weil wer gefragt hat, Die gibt am Anfang gleich, Da hat 3000, Und das ist eigentlich relativ geil, Für den Beginn, So, Da setzen wir uns gleich mal her, Fabian, Hast du einen Schädel, Danke für den Support, Bruder, Warst du gestern ein bisschen saufen, Fabian, Oder wie sehe ich das, Fabian, Was willst du mir sagen, Hast du ein bisschen Tschechert, Fabian, So, nice, Dann wie die Sonne, Meine Lieben, Gehen wir da her, 27, So jung bist du noch, Jesse, So jung, Ich würde auch noch gerne 27, Das ist arg, Ich bin fast 10 Jahre öder, Du Jesse, Ist das nicht absolut schockierend, Jesse, Meine Liebe, Das ist traurig, Du bist fast 10 Jahre jünger, Ich sehe, Wie krank ist denn das, Nein, Ich bin 35, Oder, 35, Was ich immer sagen, Das schockt mich, Jesse, Das schockt mich sehr, Ob 30 wird mir alt, Wenn ich bei dir kaos, Gehe ich komplett mit, Mit dir, Ob 30 wird mir alt, Fühle ich, Fühle ich, 30 ist das neue 18, Ja, So fühle ich mich aber nicht, Ich glaube, 30 ist das neue 18, Zick, Du bist 51, Du bist sicher fitter als ich, Clan Crawl, Ich bin körperlich am, 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 Am Sand, Ich muss wieder mehr Sport machen, Ich war so sportlich, Die Zeiten sind vorbei, Seitdem ich YouTube mache, Früher Fitness Center, Heute, Mali Kev, No Damage, Das ist der, Große Unterschied, Freunde, Ob 40, Thomas, Nein, Bei mir ein bisschen früher, Thomas, Bei mir ab jetzt schon, He, 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 Ali, Dagger, Wunderschönen, Daggerino, Was tut sich bei dir, Mein Freund, Wie platiniert man, Schauen wir einfach zu, Mein Freund, Dann wirst du sehen, Wir haben ein sehr, 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 Straffes Programm, Wir müssen das Spiel, Drei Mal durchspielen, Der erste Durchgang dauert sicher, Sieben, Acht Stunden, Wenn wir schnell sind, Wenn wir schnell sind, Wohlgemerkt, Bro, Fabian, Mein Lieber, Ich danke, Die Laterne, Ausgetreten und die Batterie, Abgeklemmt, Aber so richtig, Aber hey, Was die Wegcheck, Hey, Kehrt dazu, Fabian, Du schaust extrem jung aus, Mach das, Solange du jung bist, Ob 30 geht es einem, Fabian, Auch dir einen tollen Abend, Bruder, Ich wünsche dir natürlich, Genauso, Körperlicher Wragbelust, Ich muss sagen, Joyce ist wunderschön, Meine Lieber, Ich ernähre mich schon viel, Viel gesünder jetzt, Aber das dauert halt, Bis sich der Körper, Wieder auf das Ganze einstellt, Das wird noch einiges dauern, Ich habe im letzten, Drei, vier, fünf Jahre, Den Körper leider nicht, Nur gute Sachen zugefügt, Würde ich mal sagen, Ich bin gewillt, Das zu ändern, Ich bin gewillt, Diesen Brotohonto umzubringen, Ehrlich gesagt, Bin ich auch gewillt, Danke, Aber er bringt mich um, Mit 66 fangst du das Leben an, Ja, Ich hasse dich, Miyazaki, Ich muss da kurz was sagen, Auch wenn es in der Früh ist, Miyazaki, Hör mir genau zu, Wenn du zufällig gerade in deine japanischen Unterhosen, In dein japanischen, Deppertem Bett truchst, Hör mir zu mir, Ich hasse deine geschissenen Hand, Seit 2000, Du Arschloch, Mir sag, Ich hör mir genau zu, Und übersetze das von mir, Als mir Google Translate, Du Arschgesicht, Ich hasse deine geschissenen, Drecksköter, Seit 2009, Bruder, Ich hoffe, Du hörst das, Und jetzt gibt uns eine DLC, Diese Drecksformsoftware-Fiecher, Gibt nichts Schlimmeres, Als wenn Fromms auf die Hand ist, Wenn die, Ja, Das gehört einmal gesagt, Gewisse Dinge muss man ansprechen dürfen, Und das war mir ein großes Bedürfnis, Dass ich es einfach einmal sage, Diese Hunde nerven mich seit 2009, Du kannst es nicht wirklich lernen, Sie sprengen die einfach dermaßen in die Pappen, Und killen die nach 5 Minuten, Voll genau, Genau, Wir müssen dir an den Drohnen mitteilen, Dass das so ein Sacklbicke ist, Mit einem geschissenen Hund, Seit dem man so als weiter, Unnette Tox, Ein Gaudi ist keine, Ein Gaudi ist keine, Der Games-Hand ist recht laut, Können wir ändern, Boah, du hast recht, Der Games-Hand ist voll laut, Danke Lea fürs Feedback, Ist jetzt besser leer, Stimmt, Okay, Jetzt müsste es eigentlich besser passen, Sorry, Jetzt müsste es besser passen, Danke fürs Feedback, Der war wirklich gerade richtig laut, Der Ingame-Sound, War wirklich laut gerade, Lea ist die einzige mit sauberen Ohren, Bitte, bitte Feedback Lea, Ob das jetzt so für dich passt, Jetzt müsste es eigentlich leiser sein, Vielleicht angenehmer, Guten Morgen, Don Spam, Besser so, Wir können es auch noch lauter machen, Ich habe kein Problem, Jetzt ist so eine Mischung, Ticken lauter, Okay, Also jetzt ist es so, Glaube, Eher ausgeglichen, Ja, Zweck, Das Video kommt in zwei Tagen online, Ihr habt jetzt lang kein Video gemacht, Das stimmt, Bruder, Ich habe mir ein neues Tablet gekauft, Video fortsetzen, Was hat der gesagt, Du bist der kleiner Gauner, Bist der kleiner Gauner, Du müsst mich ein bisschen verarschen, Glaube, Oder, Was ist zu leise jetzt, Ein Video von die, Also ein Rückblick, Und Vorschau von den Soulslike, Was heuer waren, Mit meinem Game of the Year, Und ein, 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 Ein Blick in die Zukunft, Von, Zu Soulslikes, Die was 2024 kommen, Also bei mir schaut es jetzt so aus, Als würde es eigentlich, Halbwegs passen müsste, Mein Ton, Könnt es mir aber gerne sagen, Wenn es, Noch immer nicht passt, Das wird für euch einfach, Angenehm sein, Zum Zusehen, In zwei Tagen spore ich, Das ist ein großes Video, Ich habe aktuell mal ein bisschen, Eine Video Pause gebraucht, Nach den ganzen Lies of Pi, Und Leute auf die vollen Videos, Da habe ich wirklich, Täglich zwei, drei Videos gemacht, Und jetzt habe ich einfach, Ein bisschen Pause gebraucht, Ich war ein bisschen ausgelockt, Und habe mich eher mehr, Auf Streaming konzentriert, Hat auch Spaß gemacht, Aber jetzt geht es wieder, Dann mit den Videos los, Das sind Miyazaki Fans, Hey wir sind alle Miyazaki Fans, Anni, Du auch, Miyazaki hat deinen Verfolger gemacht, Anni, Dein Lieblingsboss, Hey danke, Sauerkraut, Mein Freund, Ich möchte lieber quatschen, Ja, Anstatt zocken, Darum schaffe ich auch meine Challenges nie, Ja, Weil ich so viel drödeln tue, Ich bin der schlechteste Speedrunner ever, Ich tue ja gerne diese Spiele genießen, Und nicht hektisch zocken, Darum bin ich richtig schlecht in dem, Aber scheiß doch der Hund drauf, Würde ich einfach mal sagen, Scheiß doch der motherfucking Hund drauf, Blatt beim Blatt in Gaito, Da war der Ton noch richtig schlecht leer, Da habe ich noch mit einem ganz billigen Headset aufgenommen, Genau, Anni, Wir Soulspieler sind ja eigentlich geniessen, Und da will man ja nicht so durch, Durchhuschen, Aber, Ja, Wenn man Elden Ring platinieren will, Innerhalb eines Tages, Bleibt da nicht recht viel anders über, Die bohren am Sonntag herum, Sind die deppert, Haben sie denen ins Hirn geschissen, Die können nicht am 8. in der Früh da herumbohren, Das sind denn das für Assis am Sonntag, Krass, Also das würde mich mega aufregen, Meine Nachbarn, Sonntag der einzige Tag, Wenn du schwer arbeitest oder so, Und Sonntag ist vielleicht der einzige Tag, Wo du immer ein bisschen ausschlafen kannst, In der Nase können sie spawnen, Ja, Das geht, Anzeige ist raus, Einfach die Nachbarn, Am Sonntag in der Früh anzeigen, Was hast du für Nachbarn, Alter, Tragt am 0 Uhr einen Marmurtisch, Durch die Wohnung, Fangt am Sonntag zum bohren an, Sag ich mal, Ist der deppert oder was? Ja, Ani, Da gebe ich dir 100% recht, Ich rede da so, Also, Ich rede gerade so, Als wäre, Wenn ich der normalste Nachbar wäre, Dabei bin ich mit Abstand Ein Horrornachbar, Mit meinen Schreiattacken, Da in die Sol spiele, Und ich urteile dir über dich, Du hast absolut recht, Ani, Du hast absolut recht, Wie ich mit der Daniela mal zusammengelebt habe, Mit einer Ex-Freundin von mir, Wir haben zwei Nachbarn gehabt, Sie hat gewohnt in einem richtig hässlichen Block in Steyr in Münichholz, Da gibt es so richtig hässliche Wohnungen, Wo in einem Haus wirklich so 20 Wohnungen sind, Richtig unangenehm, Und neben ihr hat so ein dicker, kleiner Nazi gewohnt, Und diese asoziale Sau, Muss ich leider sagen, Der war ein richtiger Skinhead, Ein richtiger Nazi, Klein, fett, Diese asoziale Sau hat immer, Müsst ihr euch vorstellen, Der hat das Stiegenhaus gekehrt, Und hat in Dreck dann bei ihr unter die Tür durchgeschoben, Real Talk, Real Talk, Die haben sie gehasst, Er hat sie gehasst, Und der hat ihren Dreck immer bei der Tür runtergeschoben, Und eines Tages, Real Talk, Ich habe extrem Respekt vor dem gehabt, Ich habe Respekt vor den Nazis, Muss ich sagen, Weil die hauen ja viel zu und alles, Eines Tages bin ich mit der Daniela am Fernsehen, Auf einmal, Schwere ich, Schwere Freunde, Ich höre ich an der Tür so, Höre ich so an die Tür, Ist ja mit dem Besen an der Tür angekommen, Und sehe ich wie unten der Dreck durchkommt, Dann habe ich die Tür aufgerissen, Ich bin ja eins dreier, Nenn's groß, Und das war ganz ein kleiner Wichser, Und da habe ich gesagt, Bruder, Wenn du noch einmal da einen Dreck unten drunter gehörst, Du geschissene Nazi, Dann reiß ich dir eine Faustwatsch, Nenn ich, Ich habe mich aufgebäumt, Ich war dreikopfgerissen aus der, Ich bin mir sicher, Der hätte mich erschlagen, Dieser kleine, Fette Mr. Proper verschnitt, Aber ich weiß so viel, Wenn du Asozialer, Nur ein einziges Mal, Dein Scheiß Dreck da unten drunter gehörst, Was bist denn du für ein Mensch, Alter, Was bist denn du für ein Mensch, Ich buddere deine Mutter, Alter, Ich buddere deine Mama durch, Alter, Wirklich, Ich bin voll durchgetraut, Und ich bin normal ruhig bei solchen Sachen, Nix hat er gemacht, Nichts hat er sich getraut, Dieser Asozialer, Ganz still war er, Große Klappe, Nix dahinter, Real Talk, Da hat er sich angeschissen, Auf einmal, Ein 1-3er nennst, Großer österreichisch-indischer Türk, Die Kombination hat er noch nicht gekannt, In seinem Nazi-Dasein, Der hat Türken gekannt, Der hat Inder gekannt, Aber der hat keine türkischen Inder gekannt, Das hat ihn ein bisschen überfordert, Den kleinen Sebastian, Boah, Da krieg ich ja Wut, Wenn ich nur an den denk, Wirklich, Du weißt, Das ist schon sicher 10 Jahre her, Einen Inspektor, Bruder, Andi, Real Talk, Äh, Äh, Ähm, 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 Der hat wirklich so ausgeschaut, Der hat wirklich ein bisschen so ausgeschaut, Wie der Inspektor, Hey, Heiter, Wunderschön, Lupe, Ja, Das war, Das war ein schwacher Moment, Aber, Das war, Das geht ja gar nicht, So was darf man überhaupt nicht machen, Wenn ich euch zu laut freunde, Tue ich zu laut herumschreien, Jetzt schon, Ihr müsst euch einfach kurz vorstellen, Dass ihr alle im Chat Ganz, Ganz kleine, Glatzköpfige Nazis seht, Dann könnt ihr verstehen, Warum ich jetzt so laut schreie, Hey Nation, Danke nochmal für die Mitgliedschaft, Für vorher, Solange den noch mal nicht klappt, Ist alles gut, Oder, Ja, Es geht ja nicht um ein Glatz, Aber, Das war definitiv ein Rechter, Ja, Weil, Der hat ja diese, Diese Tattoos gehabt, Und alles was die Nazis haben, Der war auch bekannt, Dass er ein Nazi ist, Ja, Was soll ich sagen, Vergift dir nicht, Du stürst mich schon wieder, Ja, Also ich bin gar nicht eher da, So, Freunde, Moment, Ja, Super, Ja, Lass es denen Nachbarn entscheiden, Ich frag einmal, Hey Whitewall von der Schönen, So, Bestell uns doch her, Nazis, Die Bellen beißen nicht, Ich glaub, Bei dem war es zumindest so, Der war ganz ruhig, Nie wieder ist der Dreck unten durchgekommen, Oh krass, Das ist auch massiv unangenehm, Geil, Hm, Nation Demon, Fühle ich zu 100%, Filmriss, Moin Moin, Das sind zwar Bananen, Filmriss, Aber passt schon, Oder nicht jedes perfekt, Solang du, Bei deinen Nachbarn, Kein Dreck unter die Tür kehrst, Kannst du ruhig deine Bananen posten, Bruder, Ich hab kein Problem damit, Christoph Alts, Bist du vier Streams hinten, Vegetar, Wir haben erst vor kurzem, Über Christoph Alts gesprochen, Tilt, tilt, Stimmt, Drochen sind ja nicht, Um Aussterben bedroht, Sorry, Hab ich mir vergessen, Hast du Glück gehabt, Hast du Glück gehabt, Hey User, Wann das Schöne, Mein Freund, Hätte mir ja so Gas geben, Freunde, Sagt sich ganz ehrlich, Ja, Ist ja recht so leer, Ja, Endlich, Da muss mir was passieren, Hey Patrick, Wunderschönen, Mhh, Lecker Jan, Heiße Schokolade, Pass auf, Du sollst gleich Lübben dir sitzen, Jan, Weil wenn du Sonja Irgendwie anlocken willst, Dann ist das nicht mit Komplimente, Oder mit Schmeichelein, Sondern du brauchst nur Heiße Schokolade, Oder einen Kakao, Wann steht Lübben Deiner Haustier, Gibt eh nichts besseres, Als wäre ein Kakao, Bin ich voll dabei, Eigentlich so unrealistisch, Dass man einen Trocken so umbringen kann, Wie wir das gerade machen, Du stehst bei einem, Drei Kilometer großen Trocken, Und du haust den mit einer Mini-Mozart-Kugel Auf sein, Auf sein Bein, Und der stirbt innerhalb von 5 Minuten, Danke mir, Sacki, Für deinen geilen Realismus In die Spiele, Nur nochmal sagen, Ja, Leer Fuß, Vergiss ich nicht, Die 100k brauchen wir, Hey, Danke Maxi, Danke Maxi, Mein Lieber, Wir werden auf jeden Fall Gas geben, Ich habe leider 20 Minuten verloren, Wegen technischen Problemen, Bitter, Und genau so gefällt mir das, So, Wir holen uns jetzt ein paar platinrelevante Sachen, Unter anderem natürlich, Gerade ganz wohnsig, Ist platinrelevant, Dann holen wir uns gleich, Grey Rolls Brüllen, Oder wie das heißt, Auch platinrelevant, Baklava, Das weiß ich nicht mehr, Was das ist, Ganz ehrlich, Sauerkraut, Hotel Felsenhof, Nein, Robbie, Kenne ich nicht, Wo liegt das? Wegen Altersschwäche, Hotel Baklava, Achso, Hotel Baklava, Habe ich das vermischt, Ich bin definitiv länger, Als bis 20 Uhr da, Broda, Definitiv, Bro, So, So, Da drehen wir, Ob, Da drehen wir auch, Ob, Passt, Okay, Nation Demon, Und danke nochmal, Für die Mitgliedschaft, Von vorher, Das nächste, Was ich mir hole, Ist Yaito, Und mache mir Uchi Katana, Aufs solide, Dass ich ein B-Scaling habe, Das ist das nächste, Was wir machen, Das Spiel habe ich sicher, Schon 7, 8 Mal platiniert, Spare ich, Aber halt noch nie so schnell, Nordseite Agilze, Oder ist das, Wenn wir da, Südseite Agilze, Müssen wir, Glumor, Du absolute, Souls, Soulslegende, Du verschlägt mir, Gleich die Sprache, Freunde, Schaut es mir da, Im Chat, Ist der erste Mensch, Der was zu Dark Souls, Und einen Plattenwokflug, Gemacht hat, In deutschsprachigen Bereich, Wie geht's dir, Bruder, Schön, Dass du reinschaust, Du Soulslegende, Glumor, Das ist absolute, Soulslegende, Freunde, Unter anderem, Mit Brugger, Ein Grund, Warum ich zu den Spielen, Gekommen bin, Zu Souls, Demon Souls, Schaut es unbedingt, Mal beim Glumor, Am Kanal vorbei, Der war der erste, Deutschsprachige, Wie gesagt, Der was, An Dark Souls, Plattenwokflug, Überhaupt gemacht hat, Er kältet, Es geht gerade was rum, Geh, Glumor, Es geht gerade was rum, Ich bin auch nicht ganz fit, Und einige andere auch nicht, Heute hören, Guten Morgen, Da macht ja keiner, Wen dumm, Oder? Egal, Glumor, Das geht gar nicht um die Technik, Das war einfach extrem spannend, Wie jemand, Das ist einfach legendär, Diese Walkflüsse sind einfach legendär, Das schauen wir heute noch oft gerne an, Ja, So, Dark Souls war noch so frisch, Und alles war noch so kompliziert, Und, Das waren einfach coole Zeiten, Das waren, Das waren, Wenn man sich in Brugger seine Let's Plays anschaut, Die waren ab 2011, Bei weitem noch nicht so gut, Nein, Das ist halt, Hat einfach einen Kultstatus, Aber ich glaube, Glumor, Dass die Elden Ring und so, Nicht so gecatcht hat, Gell, Ich glaube, Zudem hast du dann gar nichts mehr, Extreme da, Oder so, Zu Elden Ring, White Wolf, Servus, Mein Freund, Hey, Saukrat, Danke für die Möglichkeit, Saukrat, Bist du NASA Pilot, Oder so, Warum hast du denn so viel Kohle, Bruder? Was mache ich falsch? Saukrat, Du bist absolut irre, Bruder, Danke dir, Mein Freund, Das ist ein NASA Pilot, Nur Kranken, Achso, Ich verstehe schon, Saukrat, Du nimmst da, Von den ganzen älteren Damen, Die Kohle, Okay, Ich glaube, Das Saukrat ist ein bisschen schwach, Aber, Zu wenig Zeit, Klumor, Du denkst, Ich denkst, Ich denkst, Andi, Ich habe nichts falsch gemacht, Ich kriege ja die Kohle, Das ist Spaß, 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 Psst, Okay, Okay, Passt, Ich sage nichts, Sorry, Boah, GG, Die sind für Laxasia, Was für ein Bastard Boss, Die ist so irre, Die hat uns alle zerlegt, Fettes GG, Dass du das gelegt hast, Meine Liebe, Und Joyce, Danke für die verschenkte Mitgliedschaft, An, Die Liebe Missy, Anni, Miss, Miss Lillie, Oder Missy, 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 An die Liebe Missy, Missy, Hey, Auri, Servus, Wie geht's? Hauptberuflich, Enkeltricksler, Ich glaube, Der Sauerkraut, Der schaut nicht so sympathisch aus, Das ist sicher, Das ist sicher, Schau, Sauerkraut, Wenn wir zwei gemeinsam, Im Altenheim arbeiten würden, Ich sage jetzt den Unterschied zwischen uns zwei, Ich würde für die alten Damen, Eine abgelaufene Milchschokolade kriegen, Die was 1998 schon schlecht war, Ja, Und du brauchst für die Damen 100 Euro, Das ist der Unterschied zwischen uns zwei, Ich schaue aus wie ein Türk, Und du schaust aus wie ein sympathischer Österreicher, Was ist falsch mit dir? Ich glaube, Ich habe keine Wahl, Ist das, Was Grace hätte, Du bist ein Mann? Du bist ein Mann, Du bist ein Mann, Du bist ein Mann, Du bist ein Mann, Das Volcano-Mannor Das Volcano-Mannor Haben wir jetzt, Okay, Jetzt haben wir das nächste Platte, Ein relevante Teil, Ganz wichtig, Da das Verschlingerzeptor, Abgelaufene Schokolade, Der Klassiker, Ich habe im Ziviltienst, Ich habe immer Schokolade gekriegt, Ich war schon weiß, Obwohl es eigentlich eine Dunkelschokolade war, Ja, Ja, Du kennst schon einen sympathischen Österreicher, Die anderen zwar vielleicht nicht so, Also mir fallen fünf Wörter zum Fudel ein, Aber sympathisch gehört nicht dazu, Ja, 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 Du musst dir nur was erzählen, So, Könnt ihr euch gleich mal verabschieden, Von eurem Publikums, Lieblingfreunde, Bitte sagt Tschüss zum Alex, Aber er muss sterben, Ihr wisst es, Sorry Freunde, Aber das Leben ist nicht immer fair, Ne, Das Leben ist einfach nicht immer fair, Und das müsst ihr auch ihr lernen, Und für das seid ihr da, Ciao Alex, Ja, Joyce macht's, Joyce sagt gar nicht mehr, Ma, Jack, Du Arschloch, Sie sagt einfach schon, Hey Alex, Ciao Baba, Wie immer, Sie hat's akzeptiert, Joyce hat gelernt, Damit zu leben, Job sui auch, Nein, Es wird besser, Es wird besser, Geflügel, Geflügel, Keine Blutung, Ähm, Ich geb dann solide rauf, Bruder, Mit Eis, Das Schwert hat von Haus aus Blutung, Ne, Die Sochi Katana, Von mir lernt man mit Gefühlen umzugehen, Das ist traurig, Danke Alex, Andy, Du bist auch so blöd, Er hat sich geopfert, Damit wir lernen, Ne, Er ist eh wirklich arm, Er ist eh wirklich ein lieber Charakter, Stimmt, White Wolf, Ist, Ist ein Art Zwiebelritterreferenz, Geh, Also ein bisschen tollpatschig, Ein bisschen hüflos, Ein bisschen lost, Wo ist die Check From Softreferenz? Kann auch so, Die Scherbe von Alexander, Kriegst du von dem, Wenn du Sequest machst, Sogar in der, Storken Variante, Und, Diese Scherbe, Verbessert deine Weapon Art, Ziemlich geil, Bruder, Ziemlich starkes Teil, Ehrlich gesagt, Konzentrieren, Weil das ist eine Höhle, Die ist nicht so angenehm, Jawohl, Sehr gut, Sauerkrub, Tankfresser frisst auch nur Scheiße, Mir zumindest geht es heute gut, Meine Liebe, Kann Elf nicht zocken, In der Früh, Ich bin in der Früh, Eigentlich immer relativ gut drauf, Muss ich sagen, Ich mag das in der Früh, Stringlich, Ich mir teilweise sogar, Lieber es wirft noch, Da bin ich noch voller Energie, Nein, Die ist super, Die Henker Sachs, Bruder, Weil wirklich ganz stark sonne, Aber, Uchikatan ist mir dann doch, Lieber, Weil es nur schneller ist, So, Dann gehen wir Margit und Gosto killen, Ciao Andi Baba, Bis später Andi, So, Wir werden da jetzt, Kriegsasche, Jaito und auf solide, In jeder Hinsicht maesthetisch, Dann gehen wir noch kurz, Zur Kirche von Elli, Und bringen das, Auf plus, 3 des Occi, Ich habe zu wenig, Aus Gründen, Und bringen wir es nicht, Auf plus 3, Ja, Es ist, Es ist eine coole Waffe, Jan, Obwohl die Henker Sachs, Nur Stärke ist, Geht, Ich habe mich nicht vergessen, Anna Van Dua, Wunderschöne, Meine Liebe, Streamer, Morgenvertreib, Komm, Um Sorgen, Mir macht es auch Spaß, Ja, Da ist man halt noch voller Energie, Man ist noch fit, Man will die Challenge schaffen, Ich mag solche Challenges eigentlich relativ gern, Aber natürlich beim Zocken, Die Zeit unfassbar schnell vergeht, Geh, Muss man auch sagen, Harry Moser, Danke für 10 Euro Support, Mein Freund, So, Wir holen uns die erste Trophäe, Mit Namen Margit, Konzentration, Yes, Ohne Parry, Margit, Mag ich zwar mit Parrys mehr, Aber, Es ist wichtig, Dass ich Uchikata gleich am Start habe, Well, 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 Passing, Warrior Blood must truly run in thy veins, Tarnischt, Tarnischt, Komm, Komm, Gib mir was, Was gescheites, Wie, Gib mir was, Gib mir was, Gib mir so wenig Patterns, Jawohl, Danke, Kein Blutkick mehr, Wer mir so wenig gibt, Kickt's Blut mit, Wie, 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 Es, Wichtiges, Wie, so die zeit für die mein freund ehrlich gesagt torsten ehre mein lieber danke für den support torsten komm nein schon wieder aber ich glaube wir haben ja ja passt perfekt das erste mal magelt war natürlich in jeder Hinsicht grandios und wir haben die erste trophäe und die hoffe ich sekt ihr die trophäe freunde danke für die gg's das erste mal magelt war mega hey pokéball wunderschönen die 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 Gäts sind offen und tschüss du Betrüger! Ähnlich ja, das ist wichtig, weil das gehört einfach aus einem Platin Run dazu, Belustigungsglauben, dass man die Trophäen sieht. Du hast einiges falsch gemacht in deinem Leben, Bruder. Sturmschleiermusik ist grandios, Bruder. Okay, tschau, Pinky. Ah, dann alles Gute an deine Frau, Pinky, gell? Alles Gute an deine Frau, wie alt ist denn die werte Dame geworden? Moin Funkel, Titanit. Yes, die zweite Trophäe. So, wichtig Freunde, von 4 umarmen lassen, um Fort T6 nicht zu verpassen. Müssen wir uns von der 4 umarmen lassen. Und, und sofort. Unser Perishield holen, nice. Yes indeed. 50 Uhr, ganz runder, Pinky, ganz runder Geburtstag, sagst dir alles Gute von uns. Sehr, sehr, sehr runder Geburtstag. Doch, Fort T6 kann man verpassen. Und die haben jetzt nicht umarmen lassen, ich dab, gell? Hör auf! FFK haben wir vergessen, Mann. Schmierstein 1, nice. War eigentlich nur ein 1er. Schmierstein 2, danke mir Sacki. Auch sehr nett, ne? Danke, dass ihr da durchpasst. Schmierstein 2, danke mir Sacki. Auch sehr nett, ne? Ja. 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 Ist gut. Why abwaschen MIE? Einfach geil, Bruder. Fühle ich komplett. Why abwaschen MIE, Mann? jede stelle jeden dog mess er hat die wunderschönen jetzt der tache alles gut bei dir und wo wir wenig aufmerksamkeit der rolle regel sehr 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 souverän und elegant gespielt ich muss mir einmal sagen man darf auch mal lob annehmen so kurz zurück und sie von vier umarmen lassen Freunde geht's dir gut tache ich freue mich moin moin henrich heute ärgert mich sicher nicht henrich heute bin ich gut drauf heute ziehen wir durch wir lassen uns doch die stimmung nicht vermiesen von irgendwelchen godfrees und godricks wir werden wohl mal sagen auf keinen vollbruder waren irgendwann ist ja sie weg frühbohren ja na von denen schon das wird mich schon nerventiltet ehrlich gesagt die frühbohrer hey hoffe ich meine liebe wunderschönen uh gehst schon wieder sport machen ganz brav hoffe ich ganz brav brav dass du sport machst guten morgen sven wunderschönen guten morgen madl christian schön dass du da bist mein freund ehre wünscht dir einen schönen sonntag absolut base das ist beim ersten spiel durchgang bekommt man das vielleicht gar nicht so mit aber wenn man allen ring immer wieder zackt dann merkt man erst was das für ein riesen epos ist moin moin eisen mein freund moin moin ich hoffe dass ich es schaffe heute mods ich habe 20 minuten verloren wegen meiner technik mal wie geht er das spiel wollte ja unbedingt einmal zacken boah vier ohr party cleaning woman das ist ein hart noch mal zusammen Givens uns Okay, perfekt. Perfekte Pause für sowas. 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 Perfekte Pause. 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 Brust. Und ich will gerne einen fetten Seelenbus haben. Ehrlich gesagt. Ah, kenne ich nicht. Musiktechnisch bin ich eher hängergeblieben bei Austropop vor 20 Jahren, Bruder. Muss ich ehrlich gesagt zugeben. Oh, der Durchlauf mit Magier? Krass. Hast du auch kein Fahrscher mitgespielt, Bruder? Oder ist das nix für dich? Nicht so deins. 30.000 sind 30.000. Was soll ich sagen? Das ist einfach zu verlockend, das nicht zu machen. Stärke und Decks. Ich finde Decks in Elden Ring stärker als Stärke, muss ich echt sagen. Du hast so viele schnelle, aggressive Bosse wie Malikäff, wie Malenia. Und da bist du einfach mit, ähm, nein, 30.000, äh, 30.000 gibt er, oder? Oder 25.000? Du hast absolut recht. Jan Schweiger, du bist ein absoluter Soulsgott in meine Augen. 20k ist ja gar nicht so geil dann. Ja gut, 30k zu Beginn. Moment, Freunde, ich komme gleich wieder. So, bin schon wieder da. Ich habe mir doch 30.000. Ja, ich habe doch 30.000. Right, Phil. Geil, ich weiß auch nicht, wie ich aufs Rivers of Blood einfach verzichten kann. Aber ich habe gehört, das Rivers of Blood soll ja gar nicht mehr so geil sein jetzt, oder? Das ist ja mittlerweile gar nicht mehr so beliebtes Teil. Stimmt das? Wie würdet ihr das Rivers of Blood jetzt noch ranken? Ist das noch immer S-Tier oder ist es einfach gar nicht mehr so geil? He-Man, wunderschöne, mein Freund. Immer noch stark, aber nicht mehr so krass OP, oder wie? Okay. Haben sie total genervt. Und der O-G. Uh, krass. Dann ist ja gar nichts mehr. CD. Ja, Gott sei Dank. Na, Gott sei Dank. Haben sie endlich mal gehört, meine Bitten und Gnaden. Luke, danke dir für 5 Euro. Schön, dass ich in dir die Lust ein bisschen zurückbringen habe können, Freund. Freut mich wirklich sehr. Das Wichtigste, ne? Das ist das, was ich mir meinen Kanal erreichen will. Ich glaube, mit Eldring ist das auch sehr gut gelungen, dass wir sehr viele ja zu Souls gelockt haben, oder sagen wir so. Viele haben Souls gar nicht kennt vor Eldring und jetzt ist die Fanbase viel, viel größer worden. Freut mich auf jeden Fall, Luke. Die machen mehr Spaß, Peter, die anderen. Und was ist dann die stärkste Katan in euren Augen? Wahrscheinlich das Moonvale, oder? Aber das mag ich leider gar nicht, muss ich sagen. Fühle ich zu 0% mit dieser Webmacht. Das ist kompletter Cheatwaffen, das ist komplett OP, das Moonvale, oder? In jeder Hinsicht. Also das Schwert selber ist eh ganz normal, aber die Webmacht ist halt so stark. Utschi mit Blatthand, hm? Klingt auch stark. Blutthandschritt sowieso mega krass, gell? Kein Runenbogen, das ist jetzt gefunden, echt, okay. Bist du irgendwo einer? Ein Runenbogen? Weiß ich gar nicht. Wäre gut, eigentlich, was ich empfinden würde. Würde mich auf jeden Fall freuen. Mir sagt, ich würde mich freuen. Nagakiba? Ist ja sicher... Ja, ich weiß es denn. Irgendwie letztes Mal hat es mir nicht so getaugt. Aber vielleicht habe ich auch irgendwie das... Ja, bin nicht so... Keine Ahnung. Ich finde es Utschi, glaube ich, stärker. Glaube ich zumindest. Kann mich aber auch massiv täuschen, ne? W, 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 ich springe an der Maus am Schädler-T. Vielseitiger. Ja gut, ich brauche nicht recht viel. Ich brauche einfach nur die... Äh, Iaido. Das ist für mich so eine geile Webmatt. Ich liebe die. Echt. Ich muss echt sagen, das ich halt tue. Ja, ich eigentlich auch in den anderen Spielen mehr stärker bin. In Elden Ring finde ich Decks besser tilt. Viel besser. Ich weiß nicht, warum ich liebe Decks in Elden Ring so sehr. Oh, starker Damage. Die Range ist krass, Starry Sammer. Die ist wirklich ein riesen Pluspunkt, ja. Ich kenne mich mit Sammelsen aus Technik, aber ich glaube, dem habe ich gehört, dass er einer der Stärkeren sein soll. Und was ich so mitgekriegt habe von der Community ist, die Tische und die Mimik, die er stärkste, ne? So, platinrelevant natürlich die Trophäe. Und natürlich auch das Großschwert, ne? Das ist ja, Verpflanzung ist auch platinrelevant. Und, ja, ich kenne das, Starry Sammer, ich fühle das 100%, was du da sagst, ja. Dann will ich sofort selber zocken. Am besten den ganzen Tag. Tische dürfte richtig stark sein. Danke für die GGs, Freunde. Tische dürfte richtig heftig sein, gell? Vom Sammen her. Ja, habe ich mal gehört, dass der Malenia in einem Alleingang killen kann. Der Bluthorn selbst ist ein cooler Gegner. Ich mag nur die Waffe nicht für ihn. Das ist mir zu sehr herumgespringen, wie soll ich das sagen? Ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll. Er springt so herum. Hey, Chris, danke für 11,99 Support. Mega nett von dir, Bruder. Danke. Ganz, ganz, ganz lieb. Kann keinen Boss killen, okay? Ich habe mir irgendwo sowas gehört, dass das geht. Aber, was ich her? So, wir müssen Sellen befreien. Ehre, Chris, Ehre. Das ist der Schaden. Ziemlich angenehm. Frieren. So, Sellen für die Platte im Befreien. Ronny, willkommen! Schön, dass du da bist, Ronny. Danke für die Mitgliedschaft. Willkommen bei den heiligen, bladesten Bladen von Ole Bladen, was du je gesehen hast, Bruder. So platt wie heute war es noch nie. Ronny, mein Freund, danke dir, gell. Oh, Tachi, viel Spaß bei Dark Soulsans. Du wirst es lieben. Du darfst dich von der Grafik nicht abschrecken lassen, Tachi. Die ist ein bisschen veraltet, aber dennoch ganz, ganz, ganz großartiges Spiel, Tachi. Auf keinen Fall irgendwie abschrecken lassen. Level Design und alles, das ist so ein wundervolles Game. Muss man echt sagen, ein wundervolles Spiel. Dark Soulsans. Eins meiner Lieblingsspiele. Boah, Dark Souls-Remake würde ich so fühlen, Bruder. Aber sowas von, Mann. Hey, Gerd, schönen zweiten Advent, dir. Nein, nein, Gerd. So viel ist es auch nicht, gell. Du hast ein bisschen Lügen. Wir sind erst mal 270. Tantan. Nämlich von Größe. Ich habe aber die Challenge schon nicht geschafft, Gerd. Ich bin zweimal gescheitert bis jetzt. Weil es wirklich krass ist, was man machen muss. Boah, das wäre grandios. Boah, Dark Soulsans das erste Mal. Das habe ich, wie gesagt, beim Clou-Mort und beim Brugger gesehen. Und da habe ich mich auch in die Spiele dann verliebt. Boah, Demon's Souls vor allem auch. Ja, Dark Souls 3 ist mein Lieblings-Dark Souls-Teil. Aber Dark Souls 3 hat auch schon das Vorwissen gehabt, mein Freund. Ich hoffe, du hast heute schon ein paar Spiegel eher mit einem Löffel umgedraht. Würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Auch für die Zukunft. Ein wunderschönen Boris daheim. Wie viel haben wir denn da von den zwei da? Wir haben schon zwei Stück. Das heißt, wir brauchen jetzt nur zehn. Na gut, ich muss mir sowieso die Klangperle holen. Ich muss mir sowieso holen. Also brauchen wir gar nicht so deppert herumzählen. Weil ich möchte andere Waffenhörner aufwerten. Ja, aber Redfield, ganz ehrlich, Real Talk. Wenn ich Miyazaki und ihn Kojima vergleiche, muss ich immer mit Miyazaki sagen. Ich mag ihn Kojima sein Auftreten nicht. Der Miyazaki ist genau das, was ich persönlich auch gerne habe. Er ist bescheiden. Das klingt jetzt blöd. Ich bin einfach gerne mit Menschen beisammen, die was nicht zu sehr von sich selbst halten. Die, was eher bescheiden sind. Er erfolgreich und dennoch nicht eingebildet. Und beim Kojima kommt es mir zumindest. Vielleicht täusche ich mich auch. Aber beim Kojima kommt mir das total so vor, dass der komplett eingebildet ist. Komplett selbstverliebt. Und das mag ich nicht ganz so. Ehrlich gesagt. Er ist ein Mastermind, der hat super Games. Ich freue mich auf das neue Horror-Spiel. Das schaut richtig geil aus. Aber ich fände einfach sehr auftretend, dieses Ich bin der Geilste und ich mache alles anders. Und ich bin so super, super. Ja, das ist klar. Vielleicht wäre ich auch so, wenn ich so berühmt werde. Man weiß nicht, wie die Menschen dann sind, wenn einer der Erfolg vielleicht zu Kopf steigt oder so. Gerald, schönen ersten Advent dir. Äh, zweiten Advent. Aber der Kojima ist schon ein Wahnsinn. Ja, klar. Der hat nicht einmal sonst diesen krassen Erfolg. Also ich muss sagen, eine Death Stranding habe ich gespielt. So circa 30 Stunden. Und ich habe mir dann auf YouTube den ganzen Film angesehen. Die ganzen Zwischenfrequenzen. Ich muss sagen, von der Geschichte her, von der Geschichte her, war es absolut grandios. Vom Gameplay her war es für mich ein 1 von 10. Ich habe selten das Spiel gespielt, was so dermaßen beschissen war. Vom Gameplay her. Können Sie mich bitte einfach mal ein bisschen anblasen? Wäre das vielleicht was, nicht? Mache ich. Ein Gerald ist eine Woche im Chat hinterher. Die Einsamkeit hat was gehabt, stimmt. Und alle Musik und so war geil, aber... Ja, oder ich weiß es nicht. Okay, wäre das aufs Maul gerangen, gell? Ah ja, kommt gar nicht. Wie gut ist denn das? Ah, nee. Aber die Dinge waren gut, ne? Die Cut-Sense, die Geschichte war spannend. Und das habe ich mir als Film dann angesehen und das hat mir gefallen. Aber das Gameplay war so scheiße. Also die Storytelling war grandios von Death Stranding. Nur würde ich mir da lieber einen Film anschauen, anstatt dass ich das Game spiele. Also, ist meine Meinung, ne? Ich weiß, viele lieben das. Und Geschmäcker sind ja verschieden, aber ich habe keinen Spaß gehabt. Ich habe alles Kampfsystem schlecht gefunden. Wann wenigstens die Kämpfe richtig cool Spaß gemacht hätten, aber die Kämpfe waren anstrengend. Du gehst da mit einem 200 Meter Rucksack herum und taumelst herum wie ein Angesoffener nach dem Kier da. Und dann kommen ein paar Gegner und du sollst mit diesem 300 Meter Rucksack da kämpfen auch noch. Und das Schlimmste war ja, im Trailer hat dieses Motorrad so cool ausgeschaut. Dieses Motorrad hat richtig geil ausgeschaut. Und dann kriegst du das Motorrad und das war die reinste Katastrophe von vorn her. Das hat null Spaß gemacht. All den zweiten Meter bist du wieder auf die Goschen geflogen. Das war furchtbar. Ja, das Gameplay war langweilig, denk dran, ja. Ja, genau, Loot Parry, so würde ich es auch sehen. Und ich bin aber jetzt schon gespannt auf sein Horrorspiel. Weil er hat ja auf die Game Awards versprochen, dass sowas noch nie da war. Und das hat mich auch vom Trailer her gecatcht, diese menschlichen Gesichter. Die waren richtig gruselig gemacht. Und auf das bin ich echt gespannt auf das Game. Leider Xbox exklusiv am PC wegen dem Scheiß, weil der Kojima da bei Xbox unterzeichnet hat. Das ist halt schon echt schade. Nice. Naja, das kommt schon ein bisschen mehr so viel werden, glaube ich, Bruder. Das kommt eventuell schon mehr werden. Mir hat es gecatcht. Und mich catcht da, begrössst du und das heißt nichts, ne? Ich hasse diese Stelle so sehr. Na, Disney freue ich mich auch nix. Aber auf das Kazan-Game freue ich mich extrem. Also wenn ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, Freunde, vielleicht kann den irgendein Mod Geralt, vielleicht kannst du den reinposten. Den Trailer von Kazan, der Last Berserk, das wird ein absoluter Burner. Selten hat mir ein Trailer so gecatcht. Das hat ganz, ganz, ganz geile Vibes, das Game. Das schwarze Messer muss ich mir spielen, Gerald, habe ich auch noch nie gespielt. Das wird mega, Dennis. Das schaut so gut aus. Da habe ich mehr Bock als auf Wukong, muss ich echt sagen. Mehr Bock als auf Wukong. So, jetzt hören wir uns das Teil. Wukong wird sicher cool, ja? Aber ich habe einen, von Kazan habe ich einfach mehr gecatcht, Mann. Ja? Das schaut richtig brutal Soul Slug mäßig geil aus. Also, ihr habt Bock drauf. Ich habe echt Bock drauf. War mein Highlight von den Game Awards. Definitiv mein Highlight. Und das Pinguin Spiel, was 2024 kommt. fast das gleiche an. Ich habe immer der erste oder der letzte Hauptsache Italien. 2,5er sind es da, sind noch viel schlimmer. Was, Gerald, ich sage dir ganz ehrlich, mein Problem mit Wukong. Das Spiel kenne ich gefühlt seit sieben Jahren und ich habe schon so viel Gameplay gesehen. Und ich habe immer gesagt, das ist doch nicht real, kein anderer Entwickler zeigt so viel Gameplay wie die vor Wukong. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das Spiel muss riesengroß sein, weil die so viel Gameplay zeigen. Und jetzt ist bekannt, dass dieses Game Sekiro ähnlich wird. Also, nix mit, ähm, nix mit, es wird mega, krass, riesengroß, Elden Ring mäßig. Das wird ein Action-Game wie Sekiro. Und wenn ich seit fünf Jahren so viel Trailer zeige und dann ist mein Spiel nur unter Anführungszeichen so groß wie Sekiro, das stimmt für mich was nicht. Darum bin ich sehr skeptisch, ob das Spiel gut wird, muss ich sagen. Es war ganz, ganz seltsam vermarktet. Sowas habe ich noch nie gesehen, dass ein Entwickler so viel Gameplay zeigt. Und das über Jahre. Und das dauert ja noch ein Jahr, bis das jetzt rauskommt. Das kommt im August 2024 raus. Sekiro ist 10 vor 10, die Meisterwerk, Top 3 bei mir. Sekiro ist so geil. Sekiro ist eventuell das spaßigste Spiel, was ich je gespielt habe, vom Gameplay her. Es gibt nix, was so extrem flowt wie Sekiro. Remnant 2 habe ich platiniert, innerhalb von zwei Wochen. So gesüchtet habe ich das, wie geht er. Eine ganz große Sucht bei mir. So ein Ehrfall. Das Spiel macht so Bock. Allein Ishin, der Schwerteilige ist so ein epischer Endboss, der was so Bock macht, wenn man den pariert. Du wirst 78, ich weiß, du bist schon sehr alt, Tantan. Aber schön, dass du noch Elden Ring gespielt hast. Absolut geht. Ich finde auch, Sekiro ist... Also was FromSoftware da gezaubert hat, dieses Gameplay, aggressives Gameplay mit Mikiri-Kanter verfeinert. Gibt es was Geileres, Freunde, wenn man Sekiro einen Mikiri-Kanter macht? Das fühlt sich einfach so gut an, wenn du gegen einen Gegner kämpfst und du druckst mit deinem Bein sein Schwert am Boden und brichst dich halt dann. Boah, das macht so Bock. Hey, moin, moin, Karl-Heinz. Scheiße, ich habe mich wieder verschrieben. Ich bin so schlecht in Deutsch. Mit E sagst du, da muss ich es sofort ändern, weil es ein bisschen peinlich ist. Danke, dass du mir das gesagt hast, Bruder. Aber rechts schreiben war ja noch nie mehr Stärke. Oh, ich habe kein Thumbnail drin, Alter. Krass. Kalemge, oder was? Jetzt müsste der Thumbnail auch drin sein, oder? Können Sie mir vielleicht kurz schauen, Freunde, ob Sie ein Thumbnail setzen? Die ist gar nicht so schwer, Gerd. Da ist nur... Na gut, die inner-Boss-Fights sind schon schwer. Inner-Ener-Genichiro. Sechze ist der Thumbnail, Freunde, bei mir. Was ist eigentlich geändert? Ist da? Okay, super, danke. Wir haben immer keinen Runenbogen. Meine Güte. Challenge. 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 Bei dir noch nicht, okay, Gile, meinst. Das war auch so für ein Kühlschrank. Das war auch so für ein Kühlschrank. Schmiedesteine, Schmiedesteine, Schmiedesteine. Mh, lecker, lecker Schmiedis. Ja, nächstes Jahr möchte ich auf die Gamescom, habe ich sogar mit der Schugeli mal gesprochen, ob wir nicht gemeinsam auf die Gamescom wollen. Ich habe gesagt, ja, wir wollen. Ja, ja, wir wollen. Yes, 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 indeed. Hey, Blackwatch, wunderschönen. Boah, ja, ich habe ein Trailer, wie der Teaser so feiern, Bruder. Und jetzt kommt man nächstes Jahr eigentlich offiziell ein Treffen machen, wenn ein Freund auf der Gamescom kommt. was hält es davon? ich wäre echt dabei, dass wir uns alle auf der Gamescom treffen und die Show gemeinsam genießen dort, oder wie man sagt ich würde es fühlen ja, kommt mal machen dennis, ich wäre dabei vielleicht finden sie ein paar hey, Meister Marius, wunderschönen wäre eine coole Sache gemeinsam durch die Gamescom spazieren würde ich auf jeden Fall feiern danke, Nebel, das ist echt lieb von dir das machen wir, oder Freunde? gehen wir nächstes Jahr auf Gamescom gemeinsam dann gehen wir jetzt da weiter ich werde spielen Almas, aber es wird mein erstes äh, GTA 6 ich bin Red Dead Redemption Fanboy GTA, bis jetzt noch nicht so gefühlt habe es aber auch noch nie wirklich gezeigt muss ich ehrlich sein aber das Setting und so, aber ich möchte unbedingt das 6er spielen einmal mal probieren, vielleicht gefällt es mir ja vielleicht ist es ja ganz geil vielleicht ist es ja ganz geil in Köln, ne? dass die Gamescom ich hasse Link nicht um 4 nicht um 4 nicht um 4 ja, in Köln ey, cool Anni, da kannst du ja vorbeischauen also Freunde, nochmal an alle, was das, was das Guthaben gewonnen haben die letzten 2 Wochen nächste Wochen nach dem Randomizer werde ich das dann alles auf einmal bestellen und alle Gewinner Tachi, Anni, Ole, Helli alle aufgeschrieben im Mod-Kanal ähm, macht euch da keine Sorgen meine Lieben aber ich habe das schon ein paar Mal erklärt das muss ich immer dazu sagen es ist für mich gar nicht so leicht diese Guthaben aufzutreiben weil wir viel Schweizer und Deutsche Gewinner haben und ich werde immer bei G2A gefragt nach meiner Identität muss man immer verifizieren, wenn ich mehr als 5 Bestellungen mache und das ist mega anstrengend da muss ich auf 2, 3 Tage warten bis das das durchgeht darum besteh ich alles auf einmal dann möchte ich noch mal kurz gesagt haben meine Lieben nicht, dass ihr euch da freut und denkt aha keine, da kommt nix jeder kriegt immer sein Shit wo reite ich hin? ha ah ich denke du schuldst mir noch 100.000 euro und die hätte ich gern noch heute und kann ich halt noch zum genesen gehen auf einer vegetarische Nudel Ja, ohne Navi geht bei mir gar nichts. Scheiß Hummer Arschlächer da. Jeder bekommt seinen Shit. Seinen Shit jeder. Skywalker Servus. Ich bin definitiv YouTube-Millionär, Bruder. Ich habe mir gestern, ich sage es normal nicht, Gile Manson, aber ich bin nur ehrlich, ich habe mir gestern den geilsten Fiat Uno gekauft, 1997, Boyer. Zwei Reifen nur, dafür hat er nur 500 Euro gekostet, Bruder. Oh, ey, da fühle ich mich einfach wie ein Star. Gamescom nächstes Jahr wieder. Hey, mit armen Fischwander schönen. Du wirst dafür 100.000 Euro lauter Dackel kaufen, Tantam. Gibt nicht so an. Alter, mein bester Freund in Roxal ist Vegetarierin. Und wenn die zum Chinesen geht, die findet sie immer was zum Essen. Das ist halt wirklich drin, ist wirklich möglich. Gerd, 13 Monate Support. Leider habe ich heute kein Ludwig am Start, Gerd, weil ich über den Laptop stream. Hey, Jack, ich muss jetzt los. Viel Glück noch mit dem Run. Für mich der härteste Gegner in Sekiro wird's. N-A-U. Nein. Ich glaube, Inner Genichiro, Gerd. Der ist der schwerste von den Innerbossen. Bin ich gespannt, was du dazu sagst. Gerd, von allen drei Innerbossen ist der Genichiro der schwerste. Das glaubt man gar nicht. Aber bin gespannt und danke, Gerd, gell. Warisch daheim, danke für 11,99. Ich würde mich an der Stelle gern bei dir für die Lies of P-Videos bedanken. Die hatten Stil, Stimmung und waren ein schöner Begleiter beim Zocken. Vor allem der Hintergrundsound aus der Kenntheit. Danke, Bruder. Pinocchio-Musik regelt, gell. Du kannst ja viel in Färfen mir verlassen, Tachi. Und du kriegst ja sogar noch nicht nur den Gewinn, Tachi. Das habe ich auch nicht vergessen. Du kriegst ja sogar noch vom Tomcoat das, was er damals gespendet hat. Keine Sorge, ich vergesse nichts, meine Tachi. I don't forget irgendwas. Viert, Uno, unverwüstlich. Hey, Dennis, wunderschönen Abend. Abend. Na, Abend nämlich. Abend ist gut. Klaus, wunderschönen Sonntag. So, was machen wir jetzt? Gehen wir nach Bellum, würde ich sagen. Und holen uns den nächsten Schmiedestein. Perle, machen wir das Uchi dann auf 12 oder 13. Weißt du, was du gerade sagst, verboten mit fremden Autos zu fahren? Ich habe mir gestern oder vorgestern wieder das Original-Interview von der Natasha Kampusch angeschaut. Das, wie sie da freigekommen ist. Das war ja damals in Österreich ein Wahnsinn. Eben, in Deutschland wahrscheinlich auch. Ich fände das so krass, wie lange das schon her ist. Also, Natasha Kampusch, dieses erste Interview, wo es nur dieses ganz zierliche Mädchen war. Und dieser Shitstorm, was dann ausgebrochen ist, weil ihr niemand irgendwas geglaubt hat, fände ich schon arg grenzwertig, muss ich sagen. Sie war halt eigen. Sie hätte halt wirklich eine komische Art vielleicht gehabt, aber das ist noch lange kein Grund gewesen, dass man sich so dermaßen shitstormt. Das war ja heftig damals. Das hat ja keiner geglaubt. Sie haben geglaubt, bei diesen Bricklopillies ist es so gut gegangen. Aber ich glaube, jedes Wort, muss ich sagen. Hey, Paddy! Ehre! A lot of axolotl, Paddy! Schön, dass du 15 Monate dabei bist schon seit Tag 1, Paddy. Krasse Ehre! So, dann ziehen wir weiter. Richtung Bellum. Das war krass, ja. Jetzt hat er ein bisschen so eine arrogante Art gehabt. So eine richtige Diva-mäßige. Und ich kann schon verstehen, dass der eine oder andere gesagt hat, wie kann man so sein, wenn man so lange eingesperrt war, wie kann man da so bestimmend und ein bisschen unsympathisch vielleicht sogar sein. Und ich habe einfach nur gedacht, Alter, halt so alle mal ein bisschen degoschen. Keiner von euch war jemals so lange eingesperrt irgendwo. Ihr wisst ja gar nicht, was das mit einem Menschen macht. Vielleicht hat sie sich genau in diese Richtung entwickelt. Vielleicht ist sie genau so geworden, weil sie sich gegen diesen Trottel da immer behaupten hat müssen oder so. Da bist du einfach angeknackst. Das siehst du jetzt bei der Natascha Kampusch. Die hat ja massiv viel Gewicht dazu genommen. Ich bin mir 100% sicher, das ist total seelischer Natur. Das ist vielleicht Frustessen oder irgendwas. Wisst ihr, was ich meine? Ich möchte es nicht beleidigen, weil jeder Mensch ist gleich viel wert, aber sie ist extrem dick geworden. Und ich bin mir ziemlich sicher, das hat vielleicht sehr viel mit der Seele auch zu tun. Kann ich mir zumindest vorstellen. Sie ist mega intelligent, Nordic. Die hat wirklich was am Kosten, ja. Die hat wirklich was am Kosten. Das ist krass, wie gescheit die ist, die Leute. Bist so deppert. Ich mag die Bladenmacht. Hey, Luki. Servus. Moin, moin. Fuck. Boah, jetzt war es schlecht. Nein, der erste ist nicht getroffen worden. Bitter. Oh, der beste Talisman im Spichel. Der beste Talisman im Game. Für mich zumindest. Ich liebe einen Ritualschwert-Talisman. Ich würde ihm gerne heiraten. Kaum ein Ritualschwert-Talismänner. Eigentlich ehelich in Österreich. Ich muss ihn mal fragen. Muss ich gleich mal bei der Polizei anrufen. Hey, Eminem. Guten Morgen. Moin, moin, Eminem. Ja, geht. Danke, Tantan. Kannst du die Trauzeugin von mir sein? Aber du musst im Ritualschwert-Talisman-Kostüm kommen. Meinem lebensechten. Ja, geht. Du lieb. Wie geht's gut, Luki? Ich kann Elden Ring am Sonntag spielen. Hey, Eminem. Willkommen bei den Holy Plates, mein Freund. Ehre, 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 Ehre. Hey, Tachi, Baba. Hey, Puller Maus. Morgen, wie geht's? Upon my name is Puller Maus, the first Elden Lord. Beep, 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 Beep. Oh, das ist los. Oh, das ist los. Die Burg ist hart, Tiltilt. Die hat mich so gebrochen beim ersten Mal. Die Schattenburg ist ganz übel, Mann, Alter. Wirklich jetzt. Die kann richtig ätzen. Ganz harte Gegner. Unangenehm. Da oben dieser Runenbär und so. Gerald, wunderschönen. Der Boss ist das Beste dran. Gib wieder komplett recht, ja. Mit Abstand. Der Elemer von den Donnen. Hey, Franzis, Baba. Schönen Tag. Bis jetzt, glaube ich, läuft's gut, Bruder. Ich gebe komplett Gas heute noch. Ich bin voll fokussiert im Gegensatz zu den anderen zwei Mal. Hey, Robby. Wir hören uns, gell. Ciao. Ciao. Das ist ja absolut gutes Recht, dass er mich trifft. Jeder hat das Recht auf Treffer, auch er. Ich vergonne ihm den Erfolg, muss ich sagen. Ja, ciao. Jetzt sind alle da runtergefallen. Ist das geil. Glück gehabt. Ja, diese Parfüme, die machen mir so ein Damage, gell. Ich hab's im Kopf. Marcel, ich hab mir ein bisschen was da. Das eine oder andere Notiz, die ist mir aufgeschrieben. Ich hab im Großen und Ganzen hab ich's im Kopf, Bruder. So, Elemer. Oh, Gott. Wir reden. Ich hab's im Kopf. Marcel, servus. Sven, viel Spaß. Florian, habe die Ehre im Endeffekt. So, tschüss, du Betrüger. Gib mir das Schwert und die Trophäe. Yes indeed, wunderschön gelaufen. Schattenburg dann. Schattenburg dann. Dann gehen wir weiter mit dem Ritualschwert-Talisman. Wir haben... Warte, sind wir los. Ah, genau, wir gehen weiter da oben. Der Althus-Plateau. Danke, Freunde. Danke, mein Lieben. Holen wir uns die nächste Klangperle. Und dann holen wir uns Gott-Frisse-Ikone, wo wir schon ein bisschen aufgewertet sind vom Level her. Ja, da hat er alles zusammen. Aber noch viel schlimmer ist das Löwen-Ortige Scheusserl. Und der... Der Ding, äh... Der Schmelztiegelritter, die hauen alles zusammen. Leider... Ja, das geht sogar, Auri. Das könnte man echt mehr machen, gell? Level-1-Platten-Run auf das habe ich mega Bock, Bruder. Auri, ich liebe dich. Heirate mich bitte, du geiles, sexuell erregendes Fischwesen. Das ist eine super Idee, Auri. Ich liebe dich, du Fischhamster. Boah, das ist krass. ApoRed, ja. 3,6 Millionen Steuerschulden. Haben wir auch angesehen. Lavandra, morgen. Das ist krass. 3,6 Millionen. Hat einfach nichts mehr am Start. Aber ich finde, der ApoRed schaut mir persönlich extrem ähnlich. Die viele, die mich privat kennen, sagen mich schon aus wie der. Nur, dass ich keine 3,6 Millionen Schulden habe. Ja, muss schauen. Er hat ein Video veröffentlicht. 3,6 Millionen Schulden. Er hat sehr viel gelogen an. Er hat es verdient, Mann. Was heißt verdient? 3,6 Millionen verdient eigentlich keiner. Aber er hat es immer so weit schon verdient. Definitiv. Oh, das löscht echt. Löscht das solche Dinge? Oh, krass. Klar hat man es ja überschuldet. Aber 3,6 Millionen kommst du ja nie wieder raus, Bruder. Gut, Insolvenz. Regelt wahrscheinlich. Aber 3,6 Millionen. Der ist ja noch keine 30 oder so, oder? Wie verkacken kannst du dir leben, wenn du YouTube-Millionär bist. Und dann nach ein paar Jahren 3,6 Millionen Steuerschulden hast. Genau, 3,6 Millionen ist nur ein Stream mit Sauerkraut und Andi. Ja. Dann mit der Apparat müsste er auch Souls-Content machen, ne? Battler muss spielen, ja. Danke, Ari. Danke für die Aufklärung. Irgendwer ist verstorben. Rest in Peace. Sag ich einfach mal. Okay. Rest in Peace, Brother. Rip in Peace. So, Unterhosen-Content coming. Freunde, sexy Unterhosen-Content. Ja, der hat sich halt viel Scheiße gekauft, ne? Voll viel Autos und so. Waschgesicht. Mit den depperten Gravitations-Scheiß, Alter. Ich bin so schlecht. Wasch wieder. Meine Güte. Ich hasse diesen Unterhosen-Huren-Sohn. Ey, Prinzessin, meine Liebe. Wunderschöne. Ey, Gaming of Andi. Servus, mein Freund. Ey, Gaming of Andi. Servus, mein Freund. Wie geht's? Wie geht's, der Bruder? Wie geht's? Alles gut? Nein. Nein. Ten-Tick. Das ist beim Platin. Das ist für lieb. Wir können mal wieder einen Community-Run machen, Bruder. Aber bei dem Platin-Challenge mache ich ohne Summons. Ich hoffe, du verstehst das, mein Freund. Danke, Freunde, für die GGs. Hey, John. Servus, mein Freund. Oder habe ich dich schon begrüßt? John? Keine Ahnung. Vielleicht habe ich dich schon begrüßt, John. Man munkelt. Man munkelt, John. Das ich oft für ihn doppelt begrüß. Die Straße ist noch lang. Gott ist nicht... Ich wusste nicht, ich werde meinen Schlager machen. Das lobe ich mir. Das lobe ich mir aber sowas von. Ja, Tiltilt, der hat's verkackt. Gibt's auch wenig Mitleid, aber 3,6 Millionen. Du bist schon länger da, okay, John. Ich glaube schon, Ari. Also ganz ehrlich, 2024 sollte das echt kommen. Das ist doch krass, die Wartezeit. Ich glaube echt, dass vielleicht Ende 2024 kommt, Ari. Ich habe in 5 Jahren das selbe Video wieder ApoRed machen. ich habe investiert in from software-aktien apuretti agate hat 3,6 millionen euro steuerschulden tanz für polis ableiten und alle blätter danke ich mag ihr arschlöcher danke mir sag was meinst du klaus das mit den 3,6 wenn er das selbst zugegeben hat in einem video bruder was soll ich denn da nicht glauben dran man glaubt das natürlich pro er hat ja ein statement abgegeben warum soll er da lügen ja das kommt man abzahlen 3600 euro können wir mal über from software hunde sprechen im allgemeinen freunde einfach so allgemeinen talk machen vielleicht einen 7-stunden-talk wie verdreckte miyazaki seine scheiß kläffen da sind können wir einen 7-stunden-talk machen wart ihr dabei? danke für die ganzen likes freunde wenn es euch gefällt wenn ihr mich ein bisschen pushen wollt braucht ihr keine kohle zahlen likes genügen freunde und die kosten nix das ist thank you kindly die sind scheiße scheiß hunde in diesem game oder kohle und liken nein auch spaß 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 nur likes reichen vollkommen aus wie sagt man so schön likes sind das brot von einem streamer habe ich gerade erfunden freunde by the way glaube ich halt glaube dass ich es gerade erfunden habe gerade passt jetzt das rote wolfgang vom radagon bin sehr philosophisch angehaucht bubblegum prinzessin meine liebe hört sich aber gut an oder ein bisserl erbärmlich halbauer gut oder erbärmlich ist ein schmaler grad auf jeden fall sehr guter schlag von mir so da ist das messer für eisdurchwirkung wer vorher gefragt hat wegen dem habe ich einen radagon hund jetzt schon gemacht danke für die ggs mein lieben jetzt holen wir uns noch radagons wohnsiegel platinrelevanter talisman erbärmlich gut erbärmlich gut ist ein sehr schönes wort aber ich habe schon einen fashion charakter ich bin echt stolz auf den der die blauen haare der weiße bord so richtig wie so ein uncooler boomer ich bin richtig ein uncooler elden ring boomer bruder aber ich fühle es ich fühle mein boomer da sein auch ich fühle mein boomer da sein extrem jagerte eine wunderschöne muss gleich weg zum essen aber bitte jack spiel uns nochmal kurz den ludwig ich kann leider den ludwig nicht abspielen jagerte es tut mir leid ich höre dir am laptop streamen oder hört mich ludwig nein ich habe ihn nicht leider jagerte ich streame über den laptop und da habe ich leider leider das nicht eingestellt sorry bruder 3,6 shillings steuerschulden 3,6 shillings steuerschulden ja schulden ich habe auch oft in meinem leben schulden gehabt freunde immer wieder kredit aufgenommen für das für das bei meiner hochzeit das und das mal wieder auto ich habe auch nie mit geld gut umgehen können ich gebe ganz ehrlich zu natürlich jetzt nicht so gigantisch wie andere aber ich bin auch nicht kein unbeschriebenes blatt in der hinsicht aber mir ist es persönlich scheißegal mann so so gottris ikone ich kann ludwig imitieren ja auf jeden hier ist einmal jung und dumm wer nicht ja voll es gibt schon glaube ich einige aber genau hat er schön gesagt ja schön gesagt absolut schön gesagt hauptsache man bleibt nicht schuldig richtig absolut schlecht absolut schlecht bruder nicht schuldig nicht schuldig nicht schuldig gut gottris ikone platten relevant ja allgemein viel sachen sind ohne kredit gar nicht so möglich also du bist der extremste sparefuchs überhaupt aber da bin ich heute auch nicht danke 26 euro wie kannst du 26 cheeseburger in österreich kaufen hauptsache 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 daheim nu also jetzt jetzt kann man da nur die ganze zeit hinlebenden eisig einfach eisig liebe eisig Freunde, liebe Isaac. Jetzt hören wir uns 120.000 Runen auf die Schnelle. I love it. Ich liebe diesen Baum-Avatar dort. Er gibt mit Abstand die meisten Runen. Ist mega easy zu lesen. Klar, er one-hitted die, aber die Baum-Avatar haben auch nicht das schwerste Move-Set. Nur Schaben geht, aber Eis kickt halt. Das ist das Gute beim Schwert. Darum haben wir gewartet, bis wir die Eisdorf-Wirkung haben. El Chikoro, danke für die Mitgliedschaft an Oden, mein Freund. Das ist das Gute beim Schwert. Das ist das Gute beim Schwert. Konzentrieren, weil der one-hitted me. 120.000 Freunde. Das sind 5, 6 Level-Ups. Einfach geil. Einfach geil. Ich liebe es. Danke, Freunde. Ja, das hat sich ausgezahlt heute. Wartest, bis die Waffe auf 13 ist. Und wir können 50 Geschick jetzt schon. Es ist grandios. Und ab zu Radarn. Geil krass, Gerald. Der gibt halt richtig einen fetten Push. Ich bin voll gesund dabei. Ronny, mir geht es echt besser. Ich habe ein Bier getrunken die letzten drei Wochen. Das war bei den Game Awards, weil kein DLC-Trailer gekommen ist. Aber ansonsten, ich bin super dabei aktuell. Mir geht es besser. Viel Tomaten, viel Blaubeeren, Nüsse habe ich da zum Beispiel. Da, jetzt gerade. Da. Ein Haufen Niss haben wir gekauft. Nussmischung, ne. Aber die will ich beim Stream nicht essen. Und die knacksen. Die sind gut fürs Hirn sein. Ich möchte es wirklich durchziehen, ja. Diese Nuss haben wir verschluckt auch noch. bevor wir beginnen, allow me to paint you the full picture. Die Nuss sind echt sehr schmatzig. Sehr interessant. Genau, Elektrik. Servus. 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 vor meinem kopf kein deutsch mehr übrig kopf leider zu kredi verdient kämpft gerne im disco der freundlichste muss ich mit dem us-alber aufhören weg mit nusssalm war zu kredi hat er hat den zweiten schlag nicht machen sind dass sie noch aus da habe aber dafür kann man jetzt noch damage besiegen es ist mir vorher nicht gelungen wegen dem pfeil doch jetzt ist es möglich so schöner ja vorher man kann mit dem scheiß wird wirklich nicht mehr aufhören allgemein knabberein sind doch ganz schlimm das ja ja da steckt man nuss auch noch irgendwo in der speisehörerei Absolut, ja. Wir wissen, dass Nuss richtig gesund sein soll, ne? Gesunde Fette, oder wenn man sagt, ja, ein Terminalen soll. Ich bin tot. Ich lebe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schwarz ums Rang, Bruder. Macht auf jeden Fall mega Spaß. Ja, Beile sind gut. Tilted, der Zweite ist noch besser. Ich habe auch den Ersten geliebt. Der Zweite hat es echt geschafft, dass er noch stärker ist, finde ich. Ziemlich ähnlich, aber beide mega gut. Beide wirklich mega stark. So, das bin ich gespannt. Belegate also. So, yep. Oh! Empyre schiebt nicht dabei! No! Beleut wird nicht gongen! Oh! 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 Trottel! Ich trottel ein! Jetzt sind wir hier! Ich bin an der Stadt! Sorry Freunde! Ich bin im Fail! Nice! Du hast ja keine Zeit bei dem Boss, dass du dich ausrüstest! Das ist mies! Nice! Hey! Silver Moon! Servus! Ich kriege ein Ding, den Rückschritt da! Das wäre komisch! Okay, jetzt haben wir den Kopf! Wichtig! Nice! Und wept mir nicht auf, Bruder! Jetzt sind die Freunde super gelaufen! Ab in die Hauptstadt! Grand Sex darf man nicht vergessen! Paul Avicii, wunderschönen! Guten Morgen, Petrico! Danke für die Chichis, meine lieben, liebenden! 6.000 Runden haben wir auch wieder! Schau mal, Greis, was meinst du, Bruder? Verstehe jetzt nicht ganz! Ah, ist sehr schwer, die Platin! Sehr, sehr zeitaufwendig! Heute habe ich selbst nicht platiniert, weil ich spiele mich so ärgert auf der Playstation! Eines der wenigen Souls-Likes, die ich nicht platiniert habe! Ist der Ingame-Sound okay für euch oder soll er lauter sein, dass ihr die Musik auch hört, Freunde? Ja, der Boss ist hart! Ja, der Boss ist hart, Gerald! Richtig hart, finde ich auch! Drachenbaumwächter! Haut so rein! El Chico-Ciao! El Chico-Ciao! Ton passt! Super, super! Nice, Freunde! Nice! Wisst ihr, wenn meine zwei Problem-Bosse werden? Forty-Sex und dann Blutfürst-Mog! Blutfürst kann ich überhaupt nicht gut sein! Den normalen Mog kann ich in- und auswendig den Blutfürsten nicht! Aber diesen Durchgang gehen wir nicht in die Kanalisation! Erst im NG+, wegen einem Ende! Der Cornelia! Schön, dass du wieder mal dabei bist! Wie geht's dir, Cornelia? Bist mir schon abgegangen! Danke für die Mitgliedschaft! 50.000 Runden geschenkt! Freunde! 50k! Easy Going! Wenn du den Blutfürst-Mog! Dann muss ich auch mal schauen! Den habe ich nie so richtig gelernt, Bruder! Leider! Ich hoffe, dass es irgendwie funktioniert, wenn wir mit einem 25er Uchi reingängen sollen! Wenn du den Blutfürst-Mog! Cornelia, Geburtstag! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Scheiße! Ich habe kein Geburtstagslied aktuell! Cornelia, warte! Was können wir machen? Happy Birthday! Schnell! Wir glauben an ein Herz nicht! Herze das Freunde auch, gell! Herze nicht, gell! Herze nicht, gell! Ich komme, Cornelia! Cornelia, komme! Ich komme, Cornelia! Happy Birthday! Happy! Happy Birthday to you! Atmos! Ah! You were at my side! All along! head Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you! Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Gehrt man das? Und hat nix gehört? Echt jetzt? Sorry Cornelia. Hat man es echt nicht gehört jetzt? Oder schon? Ich hab mich eh gehört, ok? So, jetzt schauen wir, dass ich Ludwig irgendwie noch rein kriege. Moment. Habt ihr das wieder Freunde? Ich hab ihn Ludwig eh gebaut. Ich hab ihn Ludwig wieder eingebaut. Laut oder leise, Tantan? Meine süßen Ohren sind gefragt. Ludwig zu laut, zu leise. Ganz täischend hat es gehört. Danke Tani, Tani. Ganz täischend. Nein, ich hab's ja am Kopfhörer auch nicht, ne? Bis ins Burgenland, na supergeil. Haha, scheiße. Wenn wir drüber reden, dass du ein Wichser bist. Oder hast du keinen Bock drauf? Keinen Bock? Ok, ich auch nicht. Tantan, ich spüre nur noch mal ab. Ist er laut? Zu laut, Tantan? Oder passt? Zu laut, Tantan? Was sagen die anderen? Zu laut? Nein! Du darfst nie in den Chat schauen. Warte, dann testen wir noch mal. Ich glaub, so ist er besser, gell? Ist jetzt laut genug Silbermund? Ich hasse im Chat schauen oder irgendwo runterfallen. Passt? Ok. Warum rein ich da? Besser, alles klar. Danke, Freunde. Angemesslich. Also, ich spür's noch mal ab. Ah, du warst an meiner Seite. All along. Passt jetzt. Oder zu leise. Gut so. Alles klar, danke. Okay. Besser. Okay, okay, okay. Thank you kindly. Gott free jetzt. Gotti boy. Perfekt. Ja, super. Und mit Ludwig Amstatt am Sonntag. Nice. Das heißt jetzt davon, weil es mir gehittet hat, was ich muss sagen. Ich bin zu green, wie ein paar ausdauern mir kommt. Das Slash braucht extrem viel Ausdauer und so viel Sex. Der braucht so viel Ausdauer. Aber scheiß doch der Hund drauf, ne, Freunde. Scheiß doch der motherfucking Gatter im Hund drauf. Ich würde einfach mal sagen. In jeder Hinsicht maesthetisch. Der Slash. Kerl, ja. Gerlich, gerlich, gerlich. Wunderschön, wunderschön. So. Der Schaden ist gottlos, ja. Der Slash ist super. So, Blitz von Krenzix. Verpassbar. Die sind keine Solslashs. Aber danke für den Team Rebound. Grand-Sex. Wahnsinn, ich bin gar nicht abgestürzt. Ich bin hebt. Heppt. Keine. Die sind weg, ne. der weg na okay kein problem der viel jetzt weg okay nur wer der viel jetzt weg oder ich würde gerne mich da abhauen ich sag's nur okay danke ich werde gothic auf jeden fall es remake zocken oder auf jeden fall von deutsch entwickeln ja und davon von wem war das noch nicht freunde mittel justin wenn weg Kick! Okay. Wir sind nur ein Wettbewerb. so Mochboss 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 1000 Otona Passwort Moment Nice 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 Die Throne... Danke, danke. Danke, dass du geil bist, Margot. Elex, ersten Teil habe ich gespielt, aber können. Hat mir Spaß gemacht. Mit Schwächen. Zweiten habe ich leider nicht mehr gespielt. Saraj, wunderschöne, mein Lieber. Zweiten habe ich leider nicht mehr gespielt. Und das letzte Spiel war ja richtig schlecht von denen, ne? Oder? Hey, Stephanie, wunderschöne. So, jetzt machen wir ein bisschen anders. So, jetzt machen wir sie so. So. So, jetzt machen wir sie so. So, jetzt machen wir sie. Oh. Nice. mein Bruder komm, gib mir was wir glauben ohne einen D-Morgap, wir glauben ohne einen D-Morgap ich glaube an die Bruder, ich glaube an die danke danke Okay. Alter, jetzt ficken wir den Mutter, du geschissene Idiote, Alter. Machen wir was ordentliches. Asozialer Hund, Alter. Super. Kacke, Mann. Habe ich den Perry verkackt, oder? Machen wir in letzter Zeit, gell, Freunde? Abhört ein bisschen bei ihm. Dann muss das nehmen, was wir kriegen können, Freunde, ne? Man muss das nehmen, was man kriegen kann. Mehr kriege ich heute nicht. Hey, ciao, White Wolf, mein Lieber. Dann bis 15 Uhr, mein Freund. Bis 15 Uhr, mein Lieber. Danke für die GGs, Freunde. Kuss, kuss, kuss. Next Stop. Der Plade. Der Plade im Vulkan, Freunde. Würde ich sagen. Aber zuerst holen wir uns... Dänge. Und dann gehen wir zu Neil. Feuer, Riese und so weiter und so fort. Danke, danke, Freunde, Ehre. Bis 24 Uhr, Robin. Bis wir Platten haben. Wie bis... Die Platten unbedingt erreichen. Bis 24 Uhr. Das ist das Ziel. Schauen wir mal, ob wir es erreichen. Rikard machen wir jetzt, Freunde. Im Bladen und Rikard. Haus Vulkan machen wir jetzt. Und Rikard ist einmal so eine Sache, ne? Rikard kann extrem gut laufen. Oder er kann die extrem wegbudern im Endstadion. Da müssen wir echt einmal schauen, wie schauen wir da aus. Wir haben 1, 2, 3, 4... Auf 5 Uhr, einen 6 Uhr kriegen wir jetzt. Einen 7 Uhr kriegen wir auch jetzt. Ich gehe aber nur bis 6 Uhr. Und 7 herum hebe ich mich auf für die Waffe von Malenia. Soll ich es laufen lassen? Prinzessin, für dich, meine Liebe. Rackerts Cutscene. Rackert ist ein supergeiler Boss. Ich mag ihn auch sehr gerne. Mach' mal, mach' mal. Together, we're the one, we're the gods. In 16.05er müssen wir es jetzt lernen. Ah, wir haben was vergessen, Freunde. Wir haben ja was vergessen. Wir haben nur ein Fat von uns. Grüße euch, ihr armen Teufel. Absolut dober Kind. Stimmt, ist einfach geil von ihm. Jetzt sag ich es. Grüße, Feuerteufel, mein Freund. Du teufeliger Teufel indeed. Kann ich dir gleich sagen, Robby, wie man hinkommt. Ah, ja, das geht schon, Sporeb. 4.000 Stunden in Elden Ring, by the way. Ich hasse dieses Pferd da. Das Yaito, das ist von Haus aus drauf. Auf dem Uchikatana. Aber ich habe mir es nochmal geholt. Hier kriegst du, Sascha. Ich krieg's im ersten Gebiet schon. Nach zwei Minuten. Und hab's dann mit solide und eisig durchwirkt. Dass ich's immer hab. Das ist Yaito. Das gibt's im ersten Gebiet. Bei den Ruinen unten, wo du auch noch Kaelid gehst. Da liegt so eine Kugel. Und die killst du. Einfach geil, Bruder. Tante Margit ins Bett gebraucht, ja. Steht übrigens auch links immer, welche Kriegstasche das drinnen ist. Ober dem Hut, da mit dem Getränk und so. So. Ab ins kalte Essgebiet. Richtung Nail und Feuerriese. Schloss Sol mag ich auch super gern. Nein. Die kleinen Marinas. Hey Redfield, hallo. Welche versteckten Trophäen? Das sind die drei Enten, ne? Anni. Die sind versteckt, damit's nicht gespoilert wirst. Die kannst du aber aufdecken auf der Playstation. Da kommt der Trottel, eyda. Der beschissenste Boss hier in diesem Game, eyda. Ich hasse diesen Black-Warsch da. Diesen schwarzen Assassinen-Trottel. Ja, dies sind wahrscheinlich die versteckten Boss, ne? Geh weg. Ja, wir kommen sehr gut voran heute, Loverkin. Ich bin richtig gut drauf heute. Ich bin fokussiert. Ich weiß genau, was ich zu machen hab. Ich bin richtig klar im Kopf heute, ne? Die Boss-Fights laufen bis auf Morgoth jetzt. Der war ein bisschen scheiße, aber sonst laufen die Boss-Fights heute alle sensationell, ne? Ja, wo steht denn der? Ah, wo steht denn der Typ? Insel King, wunderschön, ne? Das war mein Mag... Ja, aber die Magma-Blades sind richtig stark, gell? Ja. Oh, fuck. Ich bin ein Trottel, ich hab alles verkauft. Das war schlecht. Ich kriege eine Kohle mehr für mein Ucci. Ich muss jetzt erst einen Boss killen, dass ich es weiter aufleveln kann. Ich weiß sogar, welchen Boss das wir jetzt killen, Freunde, ne? Hören wir uns zuerst das Leuchtfeuer. Ich mag auch farmen in die Souls-Games, Heinrich. Ich bin großer Fan von Farmen. Ich hab Dark Souls 3 dreimal platiniert. Und das heißt was, weil in Dark Souls 3 farmst du 30 Stunden mindestens nur Eid-Gegenstände, ne? Daneben irgendein YouTube-Video angeschaut und immer wieder die Ritten Anulondo abgefarmt. Ich liebe es, ja. Kann ich mich voll entspannen. Riese kommt. Riese kommt. Den hasse ich auch, den Typen. Typisch eine mehr Sack-Situation, Freunde, da, ne? Wie mache ich denen was vor? Die Wirbelsäulen, die sind hart. Die sind hart. Aber die kann man auch mit einem Freund machen, ne? Diese Wirbelsäulen. Dark Souls 3-Plattin ist mit Abstand die schwerste, äh, die anstrengendste Platin von FromSoft. Ja, safe. Das ist Eid-Gefahme. Das ist die schwerste im Sinne von langwierigste. Direkt gleich danach, Demon's Souls-Plastischen 3. Das ist genau so schlimm. Seien wir uns ehrlich, machen wir uns doch nichts vor. Freunde, das ist genauso furchtbar. Was willst du da unterstützen? Blattbahn, ja, Blattbahn für den PC wäre, wäre hoch genutzt, man. Das wäre absolut insane. So, den brauchen wir. Den brauchen wir. Den brauchen wir. Mindestens 500. Kommt mit 500, war nicht aus. Wirklich nicht. Komm, Harry, komm. Komm, komm, komm. Ich liebe dich. Ich liebe die Klügenwarte gehören sollen. So, wir zwei Arsch-Gesicht. Ich steck. Du Arsch. Wie ist der Schaden? Fuck. Er ist mittelmäßig gut. Weißt du Bescheid? Ich habe noch nie aufgegeben, bei einem Random-Messer. Noch nie habe ich aufgegeben, bei jedemem Boss. Ich habe keinen Bock mehr, Robby. Ja, bei einem Vogel und beim Bladen. Da sind wir sowieso noch. Ich mache mich fertig. Danke, Arsch-Gesicht, Alter. Danke. Alter, was ist los? Du, mit deinem Schwanz, den habe ich deiner Mutter ins Gesicht gehauen, letzte Nacht, Alter. Idiot, der haut mich davon aus meinen Rhythmus, du Arsch-Geburt-Duellendige, Alter. Am letzten Perry kackt er mir ins Gesicht, der Hoh-Uren-Sohn. Ah, dein Schwanz kannst du einpacken, Alter. Entschuldigung, Freunde. Rage-Shadow-Legends. Rage-Shadow-Legends. Rage. So. Thank you, thank you. Und das am zweiten Advent, Tantan. Das tut mir so leid, Tantan. Das tut mir so leid, meine liebe kleine Tantan. Danke. Beste Solskick aller Zeiten, wo da fühle ich komplett, ne? Danke, dass ihm nichts ausgeht, wie ich das will. Sehr, sehr nett. Danke, kindly. Nananana, Beethoven. Ich bin nur ausgelaufen. Verkaufen wir gar nichts. Wir können nicht verkaufen, das können wir verkaufen. Das können wir auch nicht verkaufen, den können wir auch nicht verkaufen. Den können wir verkaufen, den, den, das, 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 das. Das war's. Das, das. 15.000. Wie fehlt? Ah. Sechster Schmiedestein, Freunde. Ah, okay, wir behalten, wir bleiben so. Okay, ich hole mir einen Sechster Schmiedestein. Einen hole ich mir. Das wurscht ist. Stufen ist ein Stufen, dann gehen wir zur Nelly Boy. Nein, dann gehen wir zum Bladen, zum Bladen. Noch wohl keinem. Obwohl, warte mal. Sechs. Sieben. Ja, okay. Jetzt kann ich aber nichts mehr upgraden. Haha. Super. Jetzt habe ich halt aber genug. Na, warte, schauen wir mal. Schauen wir mal. Vielleicht krackt es mir da irgendwas zusammen. Mahlzeit, Gerald. Vielleicht krackt es mir da irgendwas zusammen. Vielleicht krackt es mir da irgendwas zusammen. Todes. Freunde. Perfekt. Ehre, Heinrich. Beim ersten Versuch haben wir sogar teils tausend Zuschauer gehabt, Heinrich, ne? Beim ersten, beim ersten Run bin ich falsch. Da muss ich her. Nein, nicht vorher um der Tebatte. Kirche des Kuckucks. Kirche des Kuckucks, muss ich. Wo ist die Kirche des Kuckucks eigentlich? Da, da müssen wir her. Juck mal. Dir überdenkt das sowas von. Ab nach Raya Lucaria. Danke. Das mal nicht, Woofy. Das mal nicht. Hey, why so serious? Wunderschönen Sonntag, mein Lieber. Der Tag ist noch absolut jung. So, lassen wir uns fressen von der Jungfrauen-Bitch da unten. Immer der Fersentreffer, Heinrich. Immer der Fersentreffer. Zeit konsumiert zu werden. Stimmt eigentlich. Wir werden gegessen. Mach dich raus hier. Von meiner Couch runter. Ja. Gestern haben wir wieder alle Folgen von Stern TV von die Ritters angeschaut. Na, Freunde. Von Norman Ritter, von La Karin Ritter. Die Familie war so arg. Ich habe mir das gestern alles reinzogen. Jetzt kann man sich ja leider, leider gut ausschauen. Tantan, das hast du schön gesagt. Eine Jungfrau kann kein Bitch sein. Und eben drin, oder? Prismi! Die Exilritters, ja. Bist du wach geworden? So lang ausgeschlafen verdient, Bruder. Raus mit die Viecher, ja. Der Beste war der Norm. Wie ist da umziehen müssen? Und der war schon komplett angesoffen, ja. Ich muss noch mal Fisch-Aquarium runterholen. Der hat den ganzen Tag jetzt um seine... Macht sich nur Gedanken, was mit seinem Aquarium passiert. Ich habe so lachen jetzt. Ja, so geil. Und wie die reden, ne. Dann kommt der Norm zur Karin Ritter rein. Und sie so... Mach dich von meiner Couch runter! Ich kann ja das nicht machen. Mach... Mach... Mach dich von meiner Couch runter! Mach... Mach dich von meiner Couch runter! Dann gib mir die Kippe. Die sind so cool! Dieser Dialekt ist grandios, ne! Karin Ritter ist vor drei Jahren leider gestört, aber hat ich selbst geschüttet mit ihrem Rauchen, ne? Muss man auch mal ehrlich sagen. Kennst du nicht? Gib mir mal ein, Tantan Ritters Stern TV, alles ganz, ganz, ganz arg, asozial. Möge sie in Frieden ruhen auf jeden Fall, ja. Ich fucke deinen fetten Arsch, oder? Fettsack. Du fette Blader. Ich würde ja ohne Parrys lernen, ne? Das ist ja das. Ja. Es wird eh immer besser ohne Parrys, ne? Möchte Godskins ohne Parrys können. Ich habe bis jetzt immer nur pariert und so. Das soll sich jetzt ändern. Gestern, ich habe gestern mal Pause gemacht, wenn ich den ganzen Tag streamen, Robin, ne? Ja, ja, sympathisch, man kann sich unterhalten, ne? Ja, Kurkensohn und Karin Ritter waren auch grandios. Ich habe nämlich einen Plan bei den Godskindu heute. Die erste Runde pariere ich, ja? Beim Planen. Und dann will ich jeden Godskind so schnell töten, dass nur mehr einer immer da ist. Bin ich gespannt, ob man der Plan heute aufgeht, Freunde. Bin sehr gespannt, ob das hinhaut, so wie ich mir das vorstelle. Ja, ich glaube, viele sind durch dieses Video am Kanal gekommen, gell? Belustigungsklown. Die haben wir wirklich damals, vor zwei Jahren, ist das schon zwei Jahre her, wenn man sich denkt, krass, oder? Ich hasse deine Oma, der Arsch. Die sind so süß. So nicht, mein Freund. Ich bin auf jeden Fall im Flow drin. Die Feizern leider nicht perfekt, aber scheiß doch der Hund drauf, ne? Das gibt... Nein, was ist denn aus dem worden, Leute? Das habe ich schon lange nicht mehr... Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das gibt mir sechs noch. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Das ist wirklich niedlich, ja. Das ist der verdiebteste Tod, den ich je erleiden werde, jetzt. Ich lebe. Okay, Memo an mich, den kann man so nicht killen. Kann man bitte ganz kurz mehr nachschauen, Freunde? Vom Robi... Wenn der Robi... Robi Robi sein YouTube erstellt hat. Kann man da kurz mehr nachschauen, Freunde? Das wäre ganz lieb, bitte. Also, wenn es den Kanal gibt. Tantan oder so, kannst du das? Der Irgener Lashak. Bitte nur nachschauen, seit wann es den Kanal gibt vom Robi, Robi. Kennt ihr das? Das kann ich selbst sehen. Dann bitte. Das ganz lieb, so. Und das? Das stimmt. Wie ist das? Wenn du das? Ich kann mir. Und jetzt mache das. Ich hab. Du bist du, was���st θ. Und du bist. Du bist dein Leben, der Räumt an einer dieser, An sehr gutter. Danke, 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 Freunde. So, dann holen wir uns jetzt an Rackerts Zauberstäblein. Was ist los, Klaus? Du kannst gerne mit uns reden, Klaus. Für das sind wir auf jeden Fall da. Was, warum geht es denn nicht gut? Das sind wir ja da, Bruder. Ich habe einen Fehler gemacht, ich depp. Ich bring mich um. Hey, Faxelmaster, wunderschönen. Ich habe mich nicht umgeprägt, noch so die 50.000 Drohnen gehabt, die totkommen. Ich bin so dumm. Ich bin so blöd. Warum mache ich solche Dinge? Warum mache ich solche Dinge? Challenge, Platten bis 24 Uhr, Bruder. Das ist die Challenge. Weißt du was, ich gehe einfach den Weg, ist ja viel wurscht, oder? Welchen Weg ich gehe, ist ja ein bisschen länger, mein Gott. Ja, konzentrieren, ja, ja, kurz, ja, ja, ja. Ah, ja, 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 ja. Alles gut. Alles gut, Brogy. Ich hätte eigentlich das da nehmen wollen, die Tür da und ich hab bei ihnen umweggegangen. Die Magma Blades, die sind richtig OP, die Magma Blades. Wow, wow, wow. Nice, nice, nice. Nein, weil ein 13-Jähriger bei mir nicht zuschauen sollte, Bruder, weißt, ich bin sehr derb unterwegs oft, wenn ich so etwas sage, wie f*** deine Mama oder ich budderte deine Alte. Ich finde nicht, dass ein 13-Jähriger solche Worte hören soll, ist meine Meinung. Ist eigentlich ein Content ab 18, ich sag das auch immer so dazu und ich stöße eigentlich ein. Das geht's. Find halt ich, ist halt meine Meinung. Mich da nicht irgendwann verderben mit meiner Sprache, was ist sehr derb, teilweise. Und ja, that's the ground, setz sekrundal. Noch oben gibt's keine Grenze, Tantan. Du darfst mit deiner 80-Jähriger dabei sein, auf jeden Fall. ein Schlafzeit-Panarino. Du darfst mit deiner 80-Jähriger auf jeden Fall ein Schlafzeit-Panarino. Meine 80-jährige kleine Freundin, Tantan. Halt's Maul. Du glaubst es mir wurscht. Heute Pappen, mit dir wie kann er reden, du bist ja noch ein Schlaf. So. Stufenaufstieg. Ah, geht's ja gut. Okay. Dann Audienz-Pfad. Nice. Ted's the reason, ne? Silvermoon, du darfst mit deiner 95 auf jeden Fall am Start sein. Gibt's überhaupt kein Problem, Silvermoon. Hallo, Arschloch. Ich hab' über 6.000. Über 6.000. Yes. Schnellweg. Cambo ist wichtig. Hauptschwung ist die schwerste Attacke zum Waschen. Schnellweg. Sehr nice. So. Für die liebe Prinzessin, lassen wir das laufen. Nein, ich hol' mir schnell die Energie. So. So. Oh. So. 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 So puh. Ss. We're in a g. No. So. Ehre, Luki. Das ist echt der geile Katzin, Mann. Devourer. Das war's für heute. No Damage, Bitch. Ehre. Ehre, Rykka. Danke, ich liebe dich gerade so sehr. Das war wichtig, Mann. Sehr gutes Pattern gerade gehabt. Das ist genau. Das meine ich bei Rykka. Er budert dich oder du hast das schönste Leben mit diesem wunderschönen Schlangenmann. Das muss man echt einmal so sagen. Danke, Jakob, für die 11,99. Geburtstag. Bruder, was ist geburtstagstechnisch heute los, Mann? Wie seid ihr solche Geburtstagskänder? Alles Gute, auch dir, mein Freund. Schnelle und kostenlose Lieferung. Festliche Unterrichts... Wunder, Bruder. Happy Birthday, Happy. Happy Birthday, Toyo. Happy Birthday, Happy Birthday. Happy Birthday, Happy. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday, to you. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday, to you. Auch dir alles Gute, mein Freund, zum Geburtstag. Wie heute bist du geworden, wenn ich fragen darf, mein Lieber? Danke nur mal für den krassen Support, Bro. Das zweite Geburtstagskind heute. Richtig nice. Richtig lieb. Bis 15 waren, scheiße, du bringst mich doch gerade in eine ziemlich unangenehme Situation, Jakob, ne? In eine ziemlich unangenehme Situation, Bruder. Es ist sehr, sehr unangenehm für mich, Bruder. Jakob, was tun wir zwar, hm? Was machen wir zwar, Jakob? Wie gehen wir mit dieser Situation jetzt gemeinsam um? Geht mir auch so, scheiße. Besser als 13, soll ich mir das so nehmen, Jan? Ich kann, ich kann, ich kann Jakob jetzt nicht bannen. Er hat Geburtstag und spendet mir 11 Euro. Ich kann, wisst ihr was, Jakob, für dich mache ich einen jugendfreien Stream, okay? Es gibt keine Fluchen heute mehr. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Der Onkel Jack tut heute nicht Fluchen. Das wird schwierig. Wird schwierig. Ich würde die 150 schreiben. Das geht, dass du und dein Mann... Jakob, warum musst du schreiben, dass du 15 bist? Es ist geschrieben, 25 heißt, arme Glogen in deinem Leben. Ich lebe! Oh Gott. Tü-tü-dü. Tü-tü-dü. Ich will gerade seine Mama so streng beleidigen, muss ich sagen. Danke, Jakob. So ein platinrelevanter Zauber. Scheiße. Ich fühle mich wie so ein ganzer strenger und sympathischer Lehrer, den was jeder in die Pappen hauen will. Hey König, servo. Achso, König, bist du eh schon länger da, Bruder? Jugendwehrcode-Waynstream ist meine Blögel. Todesvogel, tschau Baba. Heck, Mömpfers? Nein, Mika, nein. Von mir persönlich, von mir, Jack Fromsoff, gibt es keine Kaufempfehlung für Lords of the Fallen. Down kauft er lieber Lies of P, kauft er lieber The Last Fate, kauft er lieber Blasphemous 2, kauft er lieber Remnant, kauft er lieber Bleakface Forsaken. Für Lords of the Fallen gibt es für mir keine Empfehlung. Wird immer schlechter pro Patch gefühlt. Ka spürt mir das ja so aufgeregt wie das Game. Klar, ich hab den Spiel 5000 Abonnenten zu verdanken. Danke, aber ich spür's trotzdem nicht gut. Ja, ich bin nur aufgeregt. Das sind nur unten. Ja. 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 Hey Jakob, danke mein Lieber, unser Board, wieso kannst du überhaupt schon mit den Händen Jakob, wenn du flug 15 bist, wieso kannst du schon Geld hergeben überhaupt? Ja genau, Luki, richtig Jakob, du musst dir das Geld ausgeben für Hip-Gläschen, mit Karotte-Reis-Geschmack Ja, aber dann bitte Jakob, gib als 15-Jähriger kein österreich-türkischen Inder Geld im Internet Du begibst dich auf falsche Pfade, mein Freund Das ist nur der Anfang Wie komm, wie komm ihn da auf, wie auf den Trottel da? Hä, oder wo ist denn da so aufgekommen? Da da Stefan Ja Ich muss leider sagen, was die Gleit ist Rike hat einfach 50k So, geil Hallo Jack, hallo komm, lots of the fallen ist das volle Shit-Spiel Eine Frage, ich kenne mich mit Support-Geld nicht aus, ich unterstütze dich kein... Ok, Bruder, wenn du mich unterstützen willst, dann likest du den Stream, mehr musst du nicht machen Du brauchst kein Geld für mich ausgeben, das kriege ich von Jakob, ok? Einfach nur den Stream liken, Bruder Spass, nur Spass Oh Gott, irgendwann komm ich ins Hefen, Alter Irgendwann komm ich ins Hefen Ciao Jakob Ich brauch nur aktivieren, sonst nix Ja, ok, jetzt kann er mich töten Oh, ich lebe Oh, ich lebe Oh, ich lebe Nice So, Schottel der Clips, Platz irrelevant Wir haben uns heute hier versammelt Wow, no hit run Nice, super gelaufen Tschüss, du Betrüger Ich werde bei Neil nicht verrichten, oder Freunde? Ich glaube, wir sind uns ehrlich Ehrlich, ehrlich Ehrlich Hey, Jan, danke, mein Lieber Bist ein netter Kerl Bist ein netter Kerl Bist ein netter Kerl Dolchi Dolch Dolchi Dolch regelt, Freunde Dolchi Dolch regelt, Freunde Mehl Aus! Aus! Alle an den Speck Ach, ich liebe ihn Glory, Brave Night, Mega Epis Schaut sich das an, Mama Schaut sich das an Ach, Gott, Neil Dich zu buddern ist wunderschön Er buddert mich Das ist der schwarze Perry Schlechter Kampf schon wieder Okay, der geht Sorry Freunde, dass ich heute bei den Kämpfen nicht so geil bin Aber wir nehmen mit, was wir kriegen können Zwar Perry ist verkackt bei Neil Tut weh Absolut uneppisch Danke für die GGs, Freunde Danke, danke Marlenia, werden wir heute zu Tode parieren, Julian Parieren, bis das Bis das ganz aus ist So, Feuerriese Bernie, mein Lieber Ah, you were at my side All along Danke, danke, Bruder Wir sind einfach auf 76 Decks, jetzt schon Why so serious Schönen Arbeitstag, mein Freund Hey Dörnchen Meine liebe Dorne aus der Wüste Wie geht's? Ich liebe es, John Es macht alles, was ich will Meine absolute Lieblingswaffe in diesem Game John Ich plane sogar Video dazu Also die Geschichte von Uchi Katana in den From Software Games wird das Video heißen Weil in jedem Spiel gibt's es Uchi Katana, Claymore und der Zweihänder sind die, und das Mondlichtschwert sind die vier legendärsten From Software Waffen, muss man auch so sagen Tauchen in beinahe jedem Spiel auf und das einzige, die einzige Waffe, was wirklich in jedem Spiel auftaucht, ist das Uchi Katana, weil du in Sekiro auch ein Uchi Katana spielst Also das hast du echt, von Demon's Souls bis hin zu Elden Ring hast du diese Waffe Es ist einfach, du machst nichts falsch schon mit dieser Waffe, ist einfach so In Bloodborne hast du das Rakujo-Kramperschwitzer Rakujo von Lady Maria Hey Gmümpf, danke mein Freund für die Bibliothek Sollen wir das machen, Freunde, bei 50.000 an Rivers of Bloodrun Only Weapon Art Boah, das wäre aber gescheit bitter, Mann, wenn ich so drüber nachdenke, kriege ich schon Bauchweh Nein, bitte nicht Okay Einfach nur nein Nein, machen wir nicht, dann machen wir was gescheites Da fehlen sowieso nur 7.000 bis dahin, ne Die Hype-Zeiten sind vorbei von Lies of Pureen Lords Oh, jetzt kommen wir wieder andere Dinge Ich hab mich verritten Ah, ich bin nicht mehr verritten, okay Das ist Yaito Steht links auch im Bild Kannst du im ersten Gebiet holen Ist von Haus aus dabei Bei Muji Katanas Yaito Nur wenn du das mit solide durchwirken willst oder eisig Brauchst du die Kriegsasche nochmal Und die gibt es im ersten Gebiet Direkt wenn du raus kommst Rechts unten Da wo es so die Ruinen geht Wo man nach Keylet reisen kann Da liegt so eine Mozart-Kugel Und die musst du erschlagen Und dann hast du das Yaito Godrun, ja Vielleicht möchte ich mal ein bisschen No-Hit probieren Wie der JJ Nur möchte ich das probieren ohne OP-Waffen, ne Nur Uchi oder so, aber das wird mega schwer Und die Kugeln Ich störe mir das mit den Kugeln auf Dauer eh ziemlich einfach vor Den No-Hit-Run, ne No disrespect, aber wenn du gegnend 1 Minuten Was heißt in 1 Minuten, in 10 Sekunden weghaust Dann ist das definitiv schaffbar Na ja, ich glaube ich habe PB von 4 aktuell Und Open-End-Game Horror-Loo Horror-Loo Godfrey Radagon Elden-Beast Da dauern die Kämpfe 10 Sekunden Pro-Pro-Phase No-Rage-Run Unmöglich Ja, ist krass hier an, ne Und ich würde es gerne machen irgendwann mal mit so einem Uchi Aber du musst halt jeder Boss perfekt drin sein Und das Problem wird dann wirklich Radagon und Elden-Beast Grotz Elden-Beast, ne Grotz Elden-Beast wird ein riesen Problem, wenn ich das einmal versuche Servus Aus Oberösterreich, Bernhard Das ist das Sender-Gaming Ich glaube nicht, dass in Jay wirklich Spaß macht Er will halt den No-Hit-Run schaffen, das kann ich auch respekten Ja Aber ich glaube sogar, wenn du nur das machst, verlernst du sogar Elden Ring Du verlernst, glaube ich, Elden Ring, wenn du nur mit den Kugeln spielst, zum Beispiel Meine persönliche Meinung Weil du weißt ja gar nicht mehr, was die Bosse für ein Move-Set haben Du haust ja dreimal drauf und der Boss ist weg Aber für die Challenge Er will es schaffen Kann ich es respekten, ja Aber ich würde dann echt das nicht mehr spielen, Alter Weil das kann ja keinen Spaß machen, denke ich mir, ne Also, das ist nur meine Meinung, ne Ihr wisst, ich bin da ein bisschen anders Du Scheiße Ja, ich auch nicht drunken, Gamer, richtig Schmutz Ja, gut, so Speedrun bin ich halt nicht so was, Bruder Bin eher der Genießer Ich konnte jetzt alle Kugeln nehmen bei diesem Platin-Run und wär doppelt so schnell Ne Ob ich will die Kämpfe genießen, egal ob ich die Challenge schon schaffe oder nicht Ob es Rivers of Platten so stark ist, weiß ich eh nicht, ne Muss ich sagen, aber So, da nehmen wir auf jeden Fall das rein Das gehen wir raus Das gehen wir raus Viermal erben und dann gehen wir zum Feuer riesen rein Genau, Senna Hey, Prinzessin, meine Lieblingsprinzessin Danke dir für den großartigen 10-Euro-Support Danke, Prinzessin, du Liebe Danke, Insofern ist sagt seine prinzessin bessere hälfte auch hier tanken mein lieber ja die kann nicht beides deutschen doasi verstehst ich kann nicht beides deutschen da muss das gern herzt idiot danke für zwei mit wirtschaften sagt seine ehre ich bin leider verbrannt freunde der ist mir einfach ein bisschen der ist mir zu heiß der typ war deshalb geile sau die wird mir ganz anders aber dann können wir wenigstens noch damit schaffen jetzt vorher schlecht nicht reinlaufen bruder merke man dankig mümpfi scheiße mann der feier äh verbohnt servus Absurd, erste Phase machst du alles beim Fuß, in jeder Hinsicht absurd. Oh, die Kugel war auch noch da vor der ersten Phase, wie noch irgendwer? Das ist ja, okay. Ins Gesicht. Achtung, er sperbt Freunde, Entdeckung im Jet. Entdeckung im Jet. Komm, ins Gesicht und plomm ins Gesicht. Und finisher im Auge, noch nie geschafft, noch nie geschafft, finisher im Auge, Freunde. Weltpremiere bei Jack Fsoft. Einfach geil. Uchi Katan, ich möchte dich heiraten, Bruder oder Schwester. Ach, das hat gut getan jetzt, Freunde. Danke für die GGs, das war ein Finisher im Auge, ich liebe es auch. Danke, danke. Befriedigender Sieg gegen Feuerkissen. Ehre, Ehre, danke für die GGs, meine Lieben. Ab noch Farum Azula. Gottskindu, Placidusax, Malikhev. Nein, Malikhev dürfen wir noch nicht machen, zuerst machen wir dann Rani Quest. Danke Dörnchen, meine Liebe, danke Stefan, danke an alle, Liebe geht raus. Heute läuft es richtig, gell, bis jetzt muss man sagen. Kupix. Ja, ich bin auch lang an dem gescheitert. Hey Crusader, servus. Heute müssen wir es schaffen, Könige, ich bin voll motiviert. Ich glaube, wir sind gut in der Zeit. Jetzt machen wir alles andere, jetzt machen wir die Rani Quest, jetzt machen wir Forty-Sex, jetzt machen wir die Gargoyles, jetzt machen wir Siofra, jetzt machen wir den ganzen Stuff, bevor wir dann zum Malikhev gehen. Habe ich schon am Abend Silbermund, das mache ich immer gleich zu Beginn, dass ich es ja nicht verpasse. Ich mag den Blutfürsten, obwohl den können wir eigentlich ganz am Schluss auch machen erst. Jawoll, Erdenbaum in Flammen. Nice. Na und alle Freunde, ihr könnt gerne am Discord kommen. Am Discord sind wir aktuell knappe 3600 Leute. Super Stimmung. Würde mich freuen auf jeden Fall, wenn es reinjoint. Kostet nichts. Wir reden über Gott und die Welt. Macht auf jeden Fall Bock, meine Lieben. Wahnsinn. Mauchi Katara. Kuss auf die Nuss, Ochi. Guss auf die Nuss, Ochi. Gott ist mit mir. 80 geschickt in Faro Masola einfach Keletur muss ich nicht rein für die Platte im Bruder muss ich nicht jetzt machen wir Gottskins dann bringen wir die Waffe auf 25 und dann schnetzeln wir uns durch Exilo, danke mein Lieber Du hast gegründet bei Marlenia Hast du das gemacht? Schlimm, aber es sei dir verziehen Waren da recht viele Runen Ich glaube da waren nicht so viele Aber danke, wir können gleich mal schauen Wer hat das jetzt geschrieben? Don Lynch Genau solche Kommentare liebe ich Bruder Danke, dass du mir das gesagt hast Ich schau mal, ob das viele waren Don Lynch Kein legendäres Schwert liegt in Kelet Dieses Schwert gehört nicht 11.000? Na dann gehen wir nicht zurück Für ÖFK Kehrt nicht dazu Keine legendäre Waffe Kehrt nicht zur Platte Nein Ist nicht legendär Freunde Versprochen Verweht die 1.000 Euro mit euch jetzt Kehrt nicht dazu Denk ist dann passiert Mit dem Landet aktiviert Die Feuerriesenkanade aus Gründen Die Feuerwehrt nicht zu Die Feuerwehrt nicht zu Die Feuerwehrt nicht zu jetzt auf ihr asozialen Hunde der Sprung war gut für meine Verhältnisse so jetzt habe ich meinen Gottscamplan Freunde ich habe euch erzählt von meinem Gottscamplan ich will den ersten parieren und dann möchte ich die anderen immer mit der Weapon Art weg machen das ist mein Plan für diesen Plan muss ich folgendes machen Flaschen verteilen wir gehen auf sieben blaue und drei solche Fallen Crusader 15 Monate wow 15 Monate wie im Flug vergangenen Ehre mein Lieber und Hollow Knight 20 Schweizer Franken hallo Jack hallo Community Frage beinhaltet die Elden Ring Deluxe Edition auch das kommende DLC nein Hollow Knight nein aber danke trotzdem Leider nicht so ich brauche also mein Parishield mein Parishield und ich habe das passt dann bauen wir es im ersten Dicken die erste Session parieren wir weg und dann möchte ich den Dünnen besiegen ohne dass der Dicke kommt dann wieder den Dicken und so weiter und so fort richtig richtig Silvamund das habe ich am Schirm natürlich ähm im nebeligen Schneefeld bei diesem Scheu-Saal Ehre Eisbanne viel Spaß beim Lernen so dann probieren wir ob mein Plan aufgeht so dann Aron deparieren wir weg wie haben wir gesagt ne mehr also so mit plan geht es der plan lebt noch man ist gescheitert freunde aber pläne die wo scheitern können müssen einfach verbessert werden ja der plan ist jetzt einmal in der ersten instanz im ersten antrag ist er nicht durchgegangen so normal zweiter versuch so Fuck. Dritter Versuch. Ich muss das erst richtig lernen. Ich muss das ohne Parry irgendwie mit dieser Webmart. Habt ihr gesehen, ich wollte das die Webmart machen und hab nur R2 gemacht, weil ich so durcheinander gekommen bin. Ich will das aber unbedingt kennen. Ich muss das perfekt lernen. Was ein Tod. Einfach verschlagen von der Wampen. So nochmal, dritter Versuch. Die Zeit müssen wir uns nehmen, Freunde. Fick. Einfach alles, Bruder. Wir trotteln jetzt mal. Idioten, Idioten. Ganz ruhig, ganz ruhig. Es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, oder so. Natürlich hat Bock. Ich habe Bock auf seine Mutter. So, letzter Versuch. Zwei trocken, Deppert. Ja, du fettes Sau durch. Blader Wichs-Knochen-Duellendiger, Alter. Jörger, begröss die Fresse, der Idiot. So, jetzt gehen wir weg. Und lassen wir ihm den Scheiß machen. Und dann gehen wir zum Dünnen. Das ist unser Plan, ne? Genau. Wie gesagt, den ersten in den Carry. Passen wir zum Dünnen. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. Ja, das ist gut. Es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Warum funktioniert es nicht? Warum geht es nicht, wie ich mir das vorstelle? Ich will, dass das klappt, Mann. Ich schaffe das nicht so. Das klappt nicht so, wie mir ich das im Kopf vorgestellt habe, Mann, Alter. Es geht mir gerade so am Arsch. Ich probiere es trotzdem noch mal. Ich will das wissen. Okay, jetzt haben wir eine gute Chance für was. Okay. Okay. Kein Web-Mart. Kein Web-Mart geschafft, leider. Wichtig. Ja. Es ist nicht so, wie ich geglaubt habe. Aber... Vielleicht wer ist perishing ausgerüstet. Du Bladerhohn von hinten, du fetter Wichser. Du Mozartkugel-fressender Pasta, Leute. Von hinten putert er mich. Gibt es das? Warum? Auf einmal steht er da. So, jetzt machen wir es anders. Scheiße. Keine Experimente, ich weiß, ich weiß, ja. Ich probiere es letztes Mal ohne Parry überhaupt. Wir machen es komplett ohne Parry. Vielleicht schaffen wir es ja so. Ja. 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 Okay. So. Jetzt wird es wahr. Komm. Das gehört definitiv nur ausgebaut, ne? Meine Taktik. Aber ihr wisst, ihr wisst, auf was ich raus will, Freunde, ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Leider nicht perfekt, aber ich muss das üben. Für meinen No-Hit-Run. Ja, ganz schlecht. Ich hätte das nicht machen sollen heute noch. Es wäre vielleicht nicht so gescheit, aber ich wollte es probieren. Es ist leider nicht so, wie ich es mir gedacht habe. In meinem Kopf hat mir das viel leichter vorgestellt, ehrlich gesagt. Ich wollte einfach mal, ich weiß, ich wollte den ersten besiegen mit Parrys. Master. Den ersten mit Parrys machen. Und dann wollte ich immer einen nach dem anderen mit der Webmatt wegmachen, dass der andere nicht mehr spawnen kann. Aber es hat leider nicht, äh, es hat nicht funktioniert. Und hat mir ca. 10 Minuten gekostet. Aber egal. Egal. Das muss ich definitiv nur üben. Hat nicht geklappt. Schade. Ich habe mir das so geil vorgestellt, ne? Ich habe mir das vorgestellt. Erst einfach weg und dann Webmatt spammen und Stagger kriegen. Aber die Realität hat ganz, ganz, ganz anders ausgeschöpft worden. Ganz, ganz anders. Nein, nein, ich nehme keinen Schlaf. Bruder, das mag ich nicht. Okay, Red. So, holen wir sie die Waffe auf plus 25. Und dann würde ich sagen, mach mir Platz, wie du sagst. Und ich hoffe, dass mir der nicht weglesert heute, Freunde. Ich hoffe, dass mir der Platz nicht weglesert. Der darf Hackerzeit kosten. Der hat mir die letzten paar Male immer weglesert, der Blase, wie du sagst. Da ist die Trophy. Nice. Zweites Fritz-Video. Ah. Ja. Herr Peter, wunderschönen. So, jetzt müssen wir kurz was schauen. Ehre, Peter. Aus mir. Nein, den brauche ich gar nicht da. Ich muss ja Gottfriedsruhne aktivieren. Haben wir noch irgendwo einen Runenbogen? Ist die Frage. Peter, geil, danke. Okay. Ah. You were at my side all along. Nein, hab leider nicht mehr. Mies, bitte. Pvp-Müll habe ich noch nie gesagt, Zweigmaster. Ein Video zum Pvp-Bruder. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Laufgutnation bis jetzt. Gottskin habe ich ein bisschen experimentiert. Das war echt dumm. War wirklich dumm, gell? Hätte ich echt nicht machen sollen. Oh, blöd. Blöd, blöd, blöd. Hey, Master Riff, danke mein Lieber für die nette, für die netten Kommentar, Bruder. Freut mich sehr, wenn es dir gefällt. Ja, Redfield oft denkt man sich was, was sich im Kopf vernünftig anhört. Und dann, plötzlich, sieht man wie schlecht das das eigentlich ist, was man da vorher ziehen kann. Ob ich hier verfickten kann. Los. 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 Nice, Freunde. Nice. Ich kann es eh ohne Parry. Redfield. Aber mit Parry wäre es halt First Strike gewesen, Bruder. Weißt du, was ich meine? Hätte man sicher 10 Minuten erspart, aber wir sind trotzdem gut in der Zeit. Ich gebe ich Gas. Ich gebe ich Gas. Jetzt mach mal die Rannik West. Friends. Es, Snoopy, moin moin. Zuerst machen wir Plassi. Und hoffen einfach, dass er uns heute verschont. Mit Bullshit. Ja, super nett eigentlich. Klasse du Sex. Nett. Danke, Anna, meine Liebe. Ganz lieb von dir. Kann ich nicht leveln, oder? Wie viel fehlten? Ah, das geht sich aus, glaube ich. Wollen wir den da nehmen. Jo, super. Nice. Level 90. Nice. Jetzt. Zuerst machen wir Bernal nur weg. Riker ist tot. Bernal müsste kommen. Nein. Plattporn. Arabcom. Dort drunter ist nämlich nur ein platinrelevanter Talisman. dieses Talisman der alten Fürsten, oder irgendwie so. Der ist platinrelevant. Und zuerst machen wir noch Bernal am Nal mit. Der müsste eigentlich jetzt da sein, wenn wir Riker getötet haben. Ja. 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 Marloc. Super, wichtig. First Shot. Freunde, ganz wichtig Der hat uns jetzt nicht lang aufgehalten Das ist sehr, sehr, sehr gut Komm Verfickter Aber wichtig Okay, der ist hart Sehr wichtig Boah, alles habe ich glücklich gehabt Was für Arschgesichter, Alter, wirklich Was für Arschgesichter So, Platin relevant, yes Nur Essen warm machen Kann ich auch gut, Wolfgang Essen gut warm machen Genau, Hauptsache was in den Bauch Passt perfekt So, ab zu Placidusax Schönen zweiten Advent Nordmann Mein Lieber Essen warm machen kann wirklich jeder Trotzdem bin ich stolz drauf So, Placidusax first try Wäre jetzt natürlich Absolut wünschenswert Und es gibt eigentlich nur ein Problem Das ist der fucking Lasermann Ja Das ist der fucking Lasermann Ich habe kein Schild Auch nicht mit Ich muss einfach Wenn er rauf geht In den Himmel So was von schnell weglaufen So schnell wie es nur geht Hey Jay, moin moin Bruder Wie geht's Wie geht's Wie geht's Was hat er einen geilen Stream gehabt gestern War cool Wie geht's 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 Was mache ich da? Ich habe mir gedacht, der ist gestunnt. Habt ihr das nicht gehört? Das Stunngeräusch. Ich habe auch wieder das nicht gehört. Ich habe mir gedacht, die haben meinen R2 gestunnt. Brody. Anscheinend bin ich nur noch angekehrt. Das Stunngeräusch. Und dann bin ich auch noch angekehrt. Das Stunngeräusch. Das Stunngeräusch. Das Stunngeräusch. Das Stunngeräusch. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 schlecht. Das war gut. Das ist der einzige Drache, was ich kenne, aber es noch hinten vorher spuckt. So, jetzt werde ich gefickt oder nicht. Ich werde gefickt oder nicht, ich werde gefickt oder nicht, ich werde gefickt oder nicht. Lauf, lauf, lauf. Okay, yes indeed, Bruder. Okay. Laser überlebt, Freunde. Ganz wichtiger Dodge. Ganz wichtig. Ich habe mehr verletz. Okay. Ich habe mehr verletz. Zack. Ganz wichtig, der gibt Vollgas gerade. Ja, warum muss ich gerade so wissen, ne? Bruder, er verrascht mich gerade in Schnuckstrichenfarben, ne? Sehr gut, JJ Head, läuft da extrem gut bis jetzt. Wehe, du gehst hoch, wehe, du gehst hoch. Er geht hoch, ich glaub's nicht. Es passiert nochmal, ich bin so gefickt, Bruder. Ich bin so gefickt. Er geht zweimal hoch. Ich hab zwei, ihr ehestendid, Bruder. Er macht zweimal den Laser. Er geht hoch. 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 Echtes sicker boss, Bruder. Klasse, du sagst, ist mega. So wichtig für den Run, so wichtig für diesen verfickten Run, man, first try, bah, der Hund hat Gas gegeben, danke für den GG's, danke Freunde, das war echt mega wichtig gerade, danke, 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 ihr seid die besten Freunde, der Kampf dauert so lange, wo man den immer und immer wieder machen muss, ne, und er gibt so den fetten Boost, Bruder, so, Runny Quest, hey, vollen Crusader Ehre, mein Lieber, ah, you were at my side all along. Ah, you were at my side all along. Freunde, ich glaub, you know what time it is, Silver Moon in den Chat, meine Lieben. Die Silver Moonies können wir gern spammen, danke Silver Moon für den Support, meine Lieben. Ja, genau, sehr gut, Jan, schöne Münde. Das schaut schön aus, Freunde, Ehre, da gefreut sie sich sicher. Tantan, du bist, Tantan, dir darf ich mir so richtig gern den Arsch aushaushauen, wirklich, du bist so ein Giftzwerg bist du, Tantan, ein lieber kleiner Giftzwerg. Dann muss der Arsch aushaushauen, Gerd. Silber Münde heißt das, Silber Moon, Silber Münde. Ich hab mir kein Ding bestellt, ich hab mir das bestellt, was mir Gsensers gesagt hat, Luke. Ok, ich hab schon wieder vergessen, wie das heißt. Ich hab leider vergessen, wie das heißt, was mir Gsensers da empfohlen hat. Ich hab mir's aber bestellt. Ich glaub, wir sollen mir eh mehr empfohlen. Irgend so eine Fritteuse ohne Fett. Ich hab voll vergessen, wie das heißt. So, Nacht der Schwert und Flamme, oder Schwert der Nacht? Nacht der Schwert und Flamme ist auch gut, ne, Freunde? Sword of Night and Flame. Was, wie das du 76 bist. Airfryer, genau so, mir. Airfryer, hat er geheißen. Ein Rasenmäher, Gerald, ja, so war's. Ein Rasenmäher war's. Hast den Umweg zum Nacht, der Schwanz und Flamme da. Was ist der Fan-Oma? Wenn ich da jetzt ins Loch reingesprungen war, wer hätte man selbst den Degoschen gehabt? So, legendäres Schwert. Nice. Mit einem 25er Uchi Katana wird Loretta jetzt ziemlich leicht, möchte ich einfach mal sagen. Sind's zwei oder drei Hits? Um das richtig zu treffen? Schau mal. Ich hab mir so überlegt, JJ, der Skip, ne, was man bei Loretta machen kann, der bringt da ja eigentlich auch nichts, oder? Weil die Eude gibt ja nur 10.000, das ist so wenig eigentlich. 10k. Du kriegst halt vom... Vom Drachen kriegst 100k. Und vom Drachenbaum, Avatar vom stinkenden, kriegst... kriegst 120.000. Die 10.000, die... weiß ich nicht. Die sind so scheißegal. Das sind schon zwei Levels oder so, ne? Ja. Ja, ist mein erster Run. Klar, der dauert ja noch einige Stunden, Bruder. Wir müssen jetzt das ganze Optionale machen. Erster Run dauert sicher 7, 8 Stunden oder so. Danke. Ja, auf da hinter mir. 4. Wer erhitzt sonst? 4. Wo mag ich mir überhaupt das? Was ich sagen? Moment. Ja, danke für so viele Likes, Freunde. Unfassbar. Über 400 Likes schon. Es hat so irre drauf. Danke, danke. Schnelle 10k. Schlecht gekämpft. Scheiß lockt der Hund drauf. So, jetzt gehen wir zur Runny. Ja, da ist schon recht, schon allgemein verbieten. Aber ich glaube, ist das der Boss? Nein, es gibt nur beide, die es weniger geben, ne? Das löwenartige Scheißerl gibt sogar noch 3.000. Aber Loretta gibt ja wirklich Bullshit, so. Ja. Rani, komm mit dem Pferd. Wir biegen an, Rani. Wir biegen an. Ich hole dich da raus. Was heißt den alten Jack, Luke? Bist du schon wieder frech? Oder was? Aber danke, mein Freund. Ich bin 35. Der alte Jack, wie so ein alter Clint Eastwood. Rani, servus. Jan Schweiger. Da sitzt der Jan Schweiger. Stimmt, der gibt's, der gibt's. Aber ich rede jetzt doch von den Hauptbosse, wo großer Boss steht, JJ. Von dem, wie die ganzen Dungeonbosse, geben wir eigentlich auch weniger. Löwenartiges gibt 3. Loretta gibt 10. Margit gibt 12.000, oder? Godric gibt auch, glaube ich, 20.000. Und ab dann... Ich glaube, Loretta ist das zweitgeringste, so von den Runden her. Oh, du hast ein großer Glück, Rikari und Rai. Lass uns zusammen. Der hockt wieder auf seinen riesen Häusel da. Margit gibt mehr als 7.500, Bruder. Safe gibt Margit mehr als 7.500. Nein, Margit gibt der Safe mehr als 10.000, Bruder. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich bin mir 100% sicher, dass Margit 12.000 gibt. Also das glaube ich jetzt wirklich nicht. 14.000 sogar. Schau nach, Dom, bitte, ja. Ja. Mehr als 10.000, das war es jetzt schön. Wenn man immer denkt, boah, geil, eigentlich ziemlich geil für den ersten Post. So, ich glaube, es sind 12.000, gell? Ja, 12.000, habe ich auch gedacht. Und Godric, glaube ich, 20.000. Renala weiß ich gerade gar nicht, aber Renala wird definitiv auch mehr als 10 geben, schätze ich mal. Wie viel gibt denn der Rote Wolf von Radagon? Das wäre interessant. Der könnte auch noch relativ wenig geben eigentlich, weil das ist auch so ein Arschboss. 40.000 sogar. Nein, 9.000 sind es nicht bei Margit, nein, nein. Dann. Safe nicht. Du brauchst nur zurück dran bei mir im Kampf. 14k. Okay. Nein, es sind keine 9.000, das verspricht ich dir, Bruder. Margit gibt safe mehr als 10.000. 100-prozentig. Scheiße, wo komm ich da runter? Scheiße, wo komm ich da runter? Fuck. Fuck. Ato. Okay. Nice. Hey Dörntchen, ciao. Boah, von dem habe ich noch nie gehört, JJ. Aber ich habe noch nie bei Margit unter 10.000 gekriegt. 100 pro. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es 12.000 sind. Ich mag noch kaum. Ich mag noch kaum. Ich mag noch kaum so viel mehr als die Affe. Ich mag noch kaum wirklich mittlerweile sehr. 12.000. Okay. Jetzt habe ich gespult. Danke fürs Nachschauen, Bruder. Jawohl, nice. 12K, koste. Danke. Ah, dann ist wirklich... Das ist die zweit... zweit geringste... Ja, gut. Ah, ich bin sowieso kein Fan von diesen ganzen Geisterbosse da. Die spoilern so scheiße irgendwie in Elden Ring. Das verstehe ich gar nicht, warum sie das gemacht haben. Loretta wird gespoilert im Harlick Baum. Das ist eigentlich voll der geile Boss im Harlick Baum. Godfrey sowieso. Wird auch mega gespoilert. Das ist so komisch. Das ist so dumm, Alter. Godfrey, die erste Phase ist so geil. Und du kennst das einfach schon. Du kennst... Ist nicht mehr optional. Du musst vorbei, so. Ich verstehe... Oft verstehe ich mir Saki auch nicht, ob wir eben die geilsten Spiele machen. Ich hoffe, ich werde auf Hände Gas geben, Bruder. Ich hoffe, ich werde auf Hände Gas geben, Bruder. Ich werde auf Hände Gas geben. Ja. Fuck, du Wichser. Ja, ohne Peri-Shoot ausgekürzt wird es schwer. Wieviel gibt die? Ah, die gibt auch 10.000. Schau, da sind wir wieder... ... und da haben wir wieder einen beschissenen Arsch. Gibt auch 10.000. Also auch sehr schlecht. Steel Rising hat mir nicht gefallen. Leider. Steel Rising war mir ein bisschen zu... Naja. Nicht so... Nicht so meins, Bruder. Ich krieg gleich irgendeinen Stein. Oder nicht. Normalerweise kriege ich auf der Brücke irgendein Item immer aus irgendeinem Grund. Da. Ich weiß nicht, warum der da immer aufploppt. Das meint ein Trucking, ganz weird. Nummer 1. Dahinten haben wir Nummer 2. Mir ist nicht gefallen, Steel Rising. Also die ersten paar Gebiete waren ganz okay, sag ich mal. Waren ganz cool. Aber dann das Bustle Cycling, unser... ...viel zu leichtes Spiel. Nummer 3. ... ... Danke. Nummer vier. Maul. Ich glaube auch, die Mozarkugel fällt runter. Da, wo man vorbeireitet. Die werden wir wahrscheinlich triggern und dann wird es runterfallen, hast du schon reich, Bruder. Da haben wir noch einen. Und JJ ist ein Hund. Und einer fehlen uns noch, der müsste da hinten sein. Und dann haben wir Ole, dann aktivieren wir gleich das Leuchtfeuer bei Walter Ahnen und dann machen wir den Hirsch weg. Jawohl, sehr gut, ist gut gelaufen, gleich Ole auf einmal gefunden. Walter Ahnen noch aktivieren und dann rein zum Hirsch. Boah, du müsstest Jenny oder den Spell fragen, das weiß ich nicht, ob der einen Hund annommen hat. Es ist ja eigentlich nicht mehr ein Hund. Es ist ein Wolf. Ja, willst man bis heim noch rein, oder was, in den Steier, oder wie? Idiot. Ein Boxspiel? Das ist gar nicht meins zu boxen und kämpfen. Danke. Ich gehe. Jack's Roterfolge bleibt bei mir jetzt, Bruder. So, wenn ich den jetzt noch Damage besiege, verlos ich 50 Euro, Freunde. Ich verstehe den Boss Ich verstehe den Boss zwar nicht immer, weil er ja zusammenbricht aus Gründen Jetzt heilt er sie, gell? Ja, er heilt sie, oder? Macht man das Damage? Nein, aber er ist voll geheilt Was macht er? Ich verstehe das nicht, warum bricht denn der Zaum oder ein Kreislaufkollaps, oder? Ich verstehe das nicht, oder? Der heilt sie nochmal, was? Wie? Ich habe gedacht, das macht er nur einmal, der Hurensohn Ich verstehe das nicht, oder? Das habe ich doch noch nie gesehen, du Idiot! Entschuldigung, Freunde, mach mal bei einem anderen Boss dann nochmal Ich wollte euch das wirklich gönnen jetzt, Alter! Was war denn das? Seit wann rollt der? Bruder! Seit wann rollt der Trottel eigentlich? Ja, mach mal bei einem anderen Boss Sorry, meine Lieben, Alter! Wichser! Ein Trottel! Entschuldigung, ich gebe mich gerade an, Alter! Eine sehr seltene Attacke! Habe ich noch nie gesehen! Real Talk, Leute! Noch nie! Habe ich das Rollen gesehen, Bruder! Aber ich beruhige mich eh schon wieder! Macht wirklich sehr Säten, gell, weil... So ein Silbermon und Silbersnone tot! Redfin! Echt! Ah, dieser gibt's den Jenny! Sie ist halt zum Schaf worden, praktisch, ne? Okay, das ist natürlich, das ist natürlich krass! Habe ich noch nie gesehen! Das hat irgendwie einen Stil, ja? Das muss man ihm einfach sagen! So, tut mir leid, Silbermon und Silbersnone! Auch für die tut mir leid, aber ich habe euch trotzdem beide lieb! Na, tschau! So, yes indeed! Yes indeed! Yes indeed! Nah! Nah! Okay! Oh, Leuchtfeuer! Ist in dem Raum nicht die Ding, Freunde! Ich vergiss das immer! Die Mimik-Tier, oder sind wir da schon vorbei? Bei der Mimik-Tier! Ich muss mir Steinschaltschlüsseln kaufen! Die ist in dem Raum, gell? Ja, die war da! Genau! Okay! Ich brauche Steinschaltschlüsseln! Im Haus mit der Kugel, ja, ja! Aber ich habe keinen Schlüssel! Darum habe ich geschaut! Nein, ich muss mir erst kaufen, Freunde! Hm! Yes indeed! Perfekt! Heilige Städte der Nacht! Fair Giant Master ist bei den ersten Borme richtig übel, der Bro! Ist richtig übel, der Bro! Ja! Da bin ich! Ja. Bitteschaut! Man. Hehehe! De war es noch mal! Ja! Ja, immer! Ja! 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 war da nicht irgendwo ein leiter oder sogar oder habe ich es verkackt hat er oben er da oben genau so leute ja polavici diese nox teller oder nalys dort der mond ist im nox teller wenn wir immer bei der mimic die ist wirklich dort rennen ja es ist für mich ganz leicht nox teller und nocron und sovra das ist sogleich das hat man letztes mal nämlich gemerkt wie so ein test laufer mir gemacht habe ist jetzt da oder dann ist in nox teller bin nox teller ist ganz oben dann dieser mond von nox teller oh große mimic big mimi Danke für das. Ich fände dich mega sympathisch, aber ich muss leider abhauen, aber du bist eigentlich ganz okay. Du saufst mir nur ein bisschen zu viel, aber sonst passt alles, sonst sind wir gut wie zwei. Ich spüre auf der PlayStation 5, Ari. Hey, Black Knight, wunderschönen. Auf der PS5, Aurelius. Auf PC sieht man bei mir irgendwie die Trophäen, was ziemlich weird ist. Ja, da unten sind ja auch lauter Türen da in Noxtella mit diesen Schlüsseln. Ja, aber ich habe für das keine Zeit heute, Jenny. Für das ist leider keine Zeit, dass ich da sauber bin. Halt's Maul. Ich tue eins, reibe mir jetzt von da runter, bin ich am schnellsten. Na, was? Nach dem Boss kommt die Mimic-T. Okay, so merkst du das immer. Dennis, guten Tag. So lange sauber bleib, ja. Ja, das ist komisch, aber wenn man der PlayStation nimmt. Ja, okay, das ist doch ein bisschen anders. Das stimmt schon, ja. Das können wir wegmachen. Jenny, schau, so lieb bin ich zu dir. Das mache ich weg für die. Echt? Aber da bin ich eigentlich auch relativ schnell, oder? Weil da komme ich, ich weiß nur, da bin ich letztes Mal geritten und habe mir gedacht, Alter, geil, da reite ich direkt zum Eingang runter. Und das merkt mir ich leichter. Ich hoffe, dass das jetzt stimmt, was ich sage. Ich weiß nur, dass ich direkt, oh krass, bin ich dann direkt vor dem Eingang. Muss ich nicht irgendwie runter, weil ich habe da Probleme mit der Orientierung. Und wenn ich bei der Schuhgrütten wieder rauskomme, fände ich so bis ich wieder 10 Jahre nicht hin. Ja, genau, da wollte ich das Loch. Da habe ich nämlich probiert, ob ich durchgepasst. Ob ich nicht durchgepasst, Spoiler. Und dann bin ich da so geritten, geritten und geritten. Dann war da ein Gnaderl. Das habe ich genommen als Gnaderl. Ich habe fast das Schuhgrütten. Das ist einfach eine Arschloch-Lucke. Das ist ein ganzer besser Mensch. Und da unten komme ich direkt beim Eingang hin, gell? Ja. Mega geil. Da. Voll cool. Das ist mein Weg. Tanjiro heute definitiv an alle drei Tries der Beste. Die kommen sehr gut voran. Ich habe aber 20 Minuten Tonprobleme gehabt. Ich habe 20 Minuten verloren. Und jetzt zeige ich euch den krassesten Speedrun. Und dann soll nur einer sagen, dass ich nicht springen kann, Freunde. Ich zeige euch den krassesten Speedrun durch dieses Gebäude, Mann. Ja. Schauts und lernts, Freunde. Schauts und lernts. Aber setzt euch hin, weil es kann sein, dass euch schwindelig wird. Wie geil das gleich ist. Okay, wir machen jetzt den Speedrun, okay? Weil da ist ein Loch im Boden. Das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen, vergessen, vergessen. Jetzt steht es wieder auf. Und jetzt setzt euch wieder hin, okay? Jetzt setzt euch wieder hin. Scheiß Loch. So. Ich gehe da. So. Bam, bam. Jetzt kommen so Hände. Da spreng ich drüber. Drüber gesprungen. So. Dann kommt der Schütze. Ich laufe da. Bam. Er trifft mich nicht. Ich spreng. Die Hand beißt mich meistens nicht. Und dann lasse ich ihn schießen. Er schießt. Und jetzt geht es los. Jetzt geht es los, ne? Ich mache das. Bam. Bam. Sprung. Ich laufe. Ich bin im Laufen, Freunde. Ich bin im Laufen. Ich bin im Laufen. Ich bin im Laufen. Und jetzt schauts. Und zack. Gendit. Grundleuchter eins. Runter. Sprung. Grundleuchter zwei. Runter. Runter. Und runter. Und ich spreng direkt nicht am Hebel. Es war cool gewesen. Es war mittelnässig. Cool. Aber ich bin unten. Tada. Ich habe so lange geübt. Da bin ich so oft abgestürzt beim ersten Mal in dem Scheiß Gebäude. Wer geht so schnell eigentlich? Wer geht so schnell eigentlich? Uh. Der Blade. Danke für euren Mitleid, Freunde. Ich kann es wirklich sehr schätzen. Den Bladen hauen wir mit der Webmart jetzt weg. Bitte gib mir einen schönen Bladenfight jetzt. Ich kann es nicht mehr schätzen. Ich kann es nicht mehr schätzen. Du kannst es jetzt die Welt zurückkommt. Ich kann es nicht mehr schämmen. Soll ich jetzt komisch. gut lecker 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 ich will nämlich die gott scans perfekt kennen ohne paris ich weiß nicht warum ich habe mir das so in den kopf gesetzt ja weil ich hab die operiert an und die würde mit der webmatte kann ich weiß warum es gibt gar keinen sinn warum das will aber irgendwie will ist dumm stimmt die torrent benutzen können das sind die fehler luring die was alle zeit kosten ja genau gehören die wir haben einfach nur weht man das mein freund noch das gemütlich momentari sammer da liegt und jetzt gehen wir ab zu rannis turm und gingen rüber zu renner Bunsenbrenner holen uns da die Teleportkiste Entschuldigung Rann, ihr habt die Einrichtung kaputt gemacht das tut mir echt leid, du sexy Schneehexe ok freundlich, ich habe eine Frage an euch was ist euch ein absoluter Hassboss in Elden Ring ich habe mich echt lange damit beschäftigt und ich habe schon oft gesagt einmal habe ich gesagt der Offnir dann habe ich gesagt das löwenartige Scheusserl dann habe ich mal gesagt der Blade aber ich habe jetzt nach 4000 Stunden habe ich meinen persönlichen Hassboss gekürt Renala sagt der Gmümpf Rykot der JJ er wäre so random ist der Rykot Astl sagt Jenny Gottskindu Offnir Feuerriese Eldenbist Malenia böse Astl mein Hassboss ist Forti-Sex-Freunde ich habe ihn kurz einmal gemacht aber ich hasse ihn echt ich hasse ihn wirklich diesen komplett übertriebenen Disco-Trochen da drin Malenke Fabian echt krass ich hasse Forti-Sex- ich habe mich festgelegt mich festgelegt das ist so ein scheiß unübersichtlicher Dreckskampf die ganze Zeit hast du Blitz rundherum vor dir du siehst nichts auch wenn er cool ausschaut und die Musik geil ist aber der geht mir einfach nur am Arsch ich weiß es tut mir leid Jenny aber was soll ich sagen es ist die Wahrheit Waterfall Dance ja wenn sie ein bisschen Opepies kann man schnell weg weg snacken in Forti-Boine Plassi du sagst bin ich voll bei dir Jenny aber Forti-Sex-Optisch eh voll geil wirklich ganz großes Kino aber na hat er beendet der Feuerriese ja ich glaube da können wir alle Lied davon singen Blacky der Feuerriese hat schon sehr 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 viele Runs beendet ja eh bei mir aber der Feuerriese mittlerweile mag ihn sogar wenn man vor einem bleibt ich hab den immer voll falsch bekämpft Radar boah schreckt mich Radar echt ist der Hassboss das tut weh Bruder Radar Hassboss tut schon weh ja klar ist er mit dem Ding leicht zu besiegen Luki mit dem Bluthorn Schritt aber wenn du normal kämpfst gegen ihn ich versuche ich versuche heute dass ich wieder auf seinen Kopf gehe weil jeder Drachengegner hat 100% mehr Schaden er leidet 100% mehr Schaden wenn du am Kopf gehst was war der Tipp von Metatron Silbermund ich finde Rhykert geil ich mag Rhykerts ja ich finde den Kampf auch richtig geil aber er kann dich ficken er kann dich echt ficken heute haben wir No Damage für ein Stripe ist ich und letztens vier, fünfmal gescheitert danke Tani meine Liebe bleib du auch wie du bist Tani Tani plus Sani die Schwenge von Astel ist die geil mit der mich die Arme ein Run machen irgendwie hat gesagt dass die extrem cool ist die Waffen wie ist passiert Black Knight lass mich roten der Ding hat die weggeblasen die Feuerumkreisung oder ist neben dir Black Knight ist neben dir so eine depperte Feuerkugel explodiert sobald der Rhykert anfängt dass er aus seiner Pappen diese diese Dinger pustet hat man so gut wie verloren ja als zweite Waffe ein Speer warum was bringt das ich glaube der wird jetzt two hit der Drachenbomb der Drachenblutsoldat mit einer Waffe 25 ich glaube der wird two hit ja warum ist der Gold werte verstehen nicht ich liebe alles Gift Wreck macht hier kein Gift nein noch nie noch nie geschafft ein halber eines Tages Bruder klassischer Feuerriesentod ja muss noch mit den Aero fangen macht hier eh Bock sehr guter Schlag aber auch von euch sehr gute Schläge so da oben ist der Mond von Noxtella das ist eines der schönsten Gebiete was ich jemals gesehen habe im Gaming Noxtella das schaut ganz ehrlich das ist Wahnsinn Rackert macht Gift habe ich irgendwas verpasst ich bin drauf und dran das zu versuchen Stefan also die erste Phase ja ja klar echt okay das muss ich echt mal probieren nein ich habe noch nichts ich sehe in Elden Ring nie was an Bruder ich liebe Elden Ring so sehr ich vergötte dieses Spiel ich konnte es 0 bis 24 Uhr spielen Elden Ring wirklich es ist absurd wie süchtig ich noch dieses Spiel bin Mann ja und der Halligbaum Halligbaum ist auch so geil 4000 habe ich Leute 4000 Spielstunden aktuell mit die Randomizer Geschichten kann ich noch noch einen Run zeigen 1000 Stunden habe auf der Playstation 5 Version bei mir am Hauptaccount 1000 Stunden habe auf der Playstation 4 Version insgesamt 1000 Stunden auf alle anderen Accounts mit den Runs die wir probiert haben und glaube ich 1700 Stunden habe ich jetzt schon auf Steam kann ich alles zeigen es geht schon fast auf die 5K zu bei mir es ist so krass und die Randomizer die ganzen Randomizer was wir gesagt haben und trotzdem fände ich noch nicht noch Bellum wer wünscht noch Bellum da ist ja nichts los langweilig im Bellum oder Daxels an sie auf ein Bonus Hort Stefan aber ganz spezielle Bindung zu Elden Ring muss ich sagen wir haben für meinen Kanal war ist das wichtigste Spiel ist einfach so wobei eigentlich alle kennen gelernt da rein zu mir ist das wichtigste Spiel oder Zeiten für mich aber mein Lieblings Spiel ist nicht es wird immer Blatt worden sein aber Elden Ring ist ganz groß Oh Shadow Thou at the last tell the two fingers that Rani the witch cometh drenn thy flesh with a fateful wound near to heal Tobi immer Gänse haut und sie sagt das ist einer der besten Szenen das ist einer der besten Szenen hat die 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 mir ist die 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 Das war's für heute. Die Stimme von Rann ist Wahnsinn, das stimmt schon, ja. Boah, da habe ich Gänsehaut, wenn die ritt. Da habe ich echt Gänsehaut, wenn die ritt. Ey, Lupi! Das ist schon ein bisschen traurig, gell. So, nächster Boss, Renala Indeed. Rann ist gewesen, das gefällt mir auch immer mehr. Tschaukmümpf! Echt, die zwei Lieblingszaubersprüche, Klaus, welche sind das? Sind das zufällig Semsalabem und Abracadabra, Bruder? Oder sind das andere Zaubersprüche? Ist das vielleicht Hokus Pokus? Erzähl es mir, Klausi. Danke für den Umweg, den ich laufe. GG! Ich kenne mich mit Zaubersprüchen nicht aus. Möchte mir leider nur dazu sagen. Hammers, Hammer und Kanone, okay. Passt, das Hammer, nice. Ah, ich würde parieren, den Trottel da oben. Hammers, Hammer ist es. Dieser Hammer von diesem Siegelgefängnis-Boss, der, was die Keule auch in der Hand hat, der, was diesen Magiehammer macht. Ist das der? Ah, der, okay. Der hat mich auch aufgekillt, der verzögerte Arschhammer da. Kleiner Wichssprengender Wichsknecht, du, Alter. Was lernst du auf der Arbeit? Verbohren? Der Run lebt heute, kann man super voran sein, ja. Rinala wird ist ein Genuss, Freunde, sage ich euch gleich. Die werden jetzt so weggeschnitzen mit einer 25er Waffe. Da habe ich ein Smiley im Gesicht. Ich sitze da mit dem größten Grenzer, mit dem größten St... Mit dem größten Grenzer. Es wird nicht weiter gelernt. Legst die Bücher zur Seite, das war's. Okay. Okay. Ja, du Arschloch. Ah, nur so, Renale, ne? Nur so. Der Jakob ist noch da. Ich hätte nur mehr Schaden gemacht, wenn ich Schilden abgesetzt hätte, ne? Weil durch einen blauen Tänzer in den Talisman hätte ich nur mehr Damage gemacht und Schild weg wäre. Und ihr könnt euch, eins sage ich gleich, Freunde, beim No-Date-Run, was wir gemeinsam als Community machen, da diese... Liege der Unsterblichen, da könnt ihr euch ganz sicher sein, dass sie genau so Renala besiegen wird. Mit einem 25er Schwert. Ja, was anderes hat sich die Alde nicht verdient. Sorry, Geralt. Da gibt's ja kein Mitleid. Ich freu mich auch schon, ja. Kommt eh, nächste Woche kommen Infos. Könnt ihr sehr gerne schreiben, Freunde, was sie verbieten würde jetzt bei diesem Run. Gestern haben wir beim JJ schon ein bisschen diskutiert, was wird sie verbieten bei diesem Run, was wird sie erlauben. Nein, ist nicht gewohnt dann, ne? So, das ist einer der wichtigsten NPCs für mich da hinten, der wichtigsten Gegner. Der droppt nämlich den Immun-Talisman plus eins und der ist Gold wert bei meiner Mali-Queen. Bei der Malenia. Der da. Einfach nice. Das wird cool. Bist der dabei, Blacky, gell? Da sind, glaube ich, viele dabei. Plastischen 5 gibt's zu gewinnen. Die zahlen aus meiner eigenen Tasche, Freunde, ne? Für den Sieger. Also, ich glaube, da werden sicher... Ich glaube, ich rechne mit 200-300 Leuten, was mitmachen. Jetzt hat das voll arrogant geklungen, gell? Die zahl ich aus meiner eigenen Tasche, Freunde, ne? Schaut, wie gut ich bin. Das meine ich nicht so. Das war... Das war falsch ausgedrückt jetzt, Freunde, ne? Da hat mich verplappert. Zuerst denken, dann reden, hat meine Mama immer gesagt. Ich glaube, der macht einen Schaum mehr mit. Nein, hör auf mit dem Blumenstrauß. Wurde ich überhaupt keinen Blumenstrauß-Run machen. Jetzt gehen wir mal zu Astl. Ja, das hat schon ein bisschen arrogant geklungen, Leute. So, schaut, was ich für ein Wohltäter bin. Aber das habe ich nicht so gemeint, ne? Ja, das ist aber schwierig zu kontrollieren, Bruder, ganz ehrlich. Weißt... Was soll ich sagen, Mann? Bruder, was? Bruder, was? Brownie ist in der Stadt gekommen. Gestern war ich im Metamarkt, es gibt einfach so viel Playstation 5. Kennt ihr euch? Achso, ja JJ, wir haben heute... Weißt du, da hat sie noch geschlafen, haben wir da ein bisschen gewitzelt, wenn wir so einen Teenager im Chat gehabt haben. Und vorher habe ich einen gebannt gehabt, der war 13 und dann hat mir eine gewisse Jakob 15 Euro spendiert und hat gesagt, der ist 15. Dann habe ich gesagt, Jakob, du bringst mich in eine sehr sehr ungute Situation, ich muss die eigentlich bannen jetzt. Aber wie gesagt, die Flucht hat nicht und es ist mir sehr gut gelungen bis jetzt. Also gar nicht. Oh, die erzählt es einfach, look her. Hä, servus, der Chen, ihr Lieblingsboss. Die Flucht wird nicht her gut gelungen. Die Flucht wird nicht her gut gelungen. Und in der Flucht wird schon mal gelungen. Die Flucht wird nicht her gut gelungen. ich bin gedacht stufe dass die haus die so viel du bist so ein erst ein erst soziales loch hast du diesen wortwitz verstanden wixer du bist ein erst soziales loch okay erst sozial der ist ganz widerlich amelia und ja wo ...dolk hätten, wichtig. Es passieren Dinge? Kein Problem, kein Problem. Fast noch Damage, fast einer habe ich gekriegt. Und das ist der Vorteil des Randomizer, Freunde. Ja, wisst du, wie ich so aufs Maul gekriegt habe, im Randomizer vom Astl? Du lernst halt auch in diese Randomizer die Bosse besser. Hey, auch wenn wunderschön, meine Liebe. Julius, servus, mein Freund. Das ist... falsche Richtung. Das ist das Geile daran, dass du die Bosse ein bisschen lernst. Absolut, JJ, Teilnahme ab 18. Ja. Definitiv, JJ. Ich verlasse sicher ein Kackhänd irgendwas, Bruder. Ausweise, ja, voll. Danke, Freunde, für die GGs. Ganz, ganz lieb von euch. Wie viel gibt den Astl, seitdem? Sicher extrem viel, oder? 30.000, gar nicht so viel. Und Rinala, glaube ich, sogar 40.000, gell? 20.000, ich bin extrem gut in sowas. Und das Fluchen, Bruder, das lernst du aber so richtig. Ja. Polavici, Papa. Was meinst du, verboten mit der Frau? Jenny, wenn es Zwergenjahre gibt, die was auf Größe bemessen sind, dann bist du noch nicht einmal geboren. Was ist recht anders an dem Dungeon? Ich glaube, die einzige Attacke, wo es wirklich anders ist, ist es nicht diese, wo von jeder Seite der Astl kommt. Oder hat der noch mehr Attacken, wo sie anders sind? Aber es stimmt schon, der wird definitiv einer der schwersten Bosse, dieser Astl da drunter, voll. Und ihr macht eine andere Attacke, wo von jeder Seite die Astls kommen, voll. Genau, genau, Blackie, die kommen von allen Seiten. Und das ist ein One-Hit, wenn du dich trifft, bist du weg. Und das war's dann. Ich muss mich jetzt echt gut überlegen, ob man es machen will oder nicht. Ob man den mitmacht. Also ich würde echt sagen, ich persönlich werde es so machen, meine Strategie wird sein, ich werde zuerst alle Bosse machen, wo ich mir denke, die kann ich safe. Und wenn ich dann das Eldenbeast und so besiegt habe, dann mache ich so Bonus. Dann mache ich Astl, dann mache ich Forti-Sex, also den schweren Astl halt. Dann mache ich in Kaelid diese Doppel-Fäulnis-Ritter mitten in der Gift-Pleure drinnen. Das mache ich erst alles dann, wenn ich schon genug Punkte habe. Und wo ich dann wirklich schon, ja, sage, okay, jetzt hole ich mir noch Bonus-Punkte. Mag den Blutfürsten, mache ich safe am Schluss, Alter. Das ist eines der stärksten Schwerter. Ähm, die Erbster. So, vielleicht bin ich. Ich geb dir und eine Sorte. Danke für die ganzen Likes, Freunde, ist jetzt ein Wahnsinn. Thank you kindly. Boah, ich habe gerade wieder viel Bock auf Axels 3. Oh, hello, you're back. And in one piece. Ich liebe Axels 3, verdammte Scheiße, nochmal. Das schwächste ist in Axels 3. Fände ich, das ist ein Mondlichtschwert, wo ich sage. Nein. Gibt mir nichts, fände ich nicht gut. Das ist das, er bleibt nicht. Das Mondlichtschwert in Axels 1 ist noch 5 Schüsse kaputt. Das kannst du vergessen. Das ist so richtig stark, ob wenn du nicht genug Reparaturpulver mit hast und nicht jedes Mal heilst. Also, dass du das Schwert reparierst, das kannst du vergessen, Alter. Daxels 3 ist Meisterwerk in jeder Hinsicht, ja. Also, mein Ranking ist Platz 1 Bloodborne. Platz 2 ist für mich Demon's Souls auf der Playstation 3 aus rein nostalgischen Gründen. Platz 3 ist bei mir Sekiro. Das muss ich einfach so sagen. Sekiro ist unfassbar. Platz 4 Elden Ring und Daxels 3 aktuell noch immer gleich auf. Schwierig da eine Entscheidung zum Treffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Boris, Servus. Platz 5 und Daxels 1, obwohl das weh tut, aber ganz ehrlich, das ist ein alles geiles Spiel. Das einzige Spiel, was halt wirklich ein bisschen abflacht, ist halt Daxels 2. Das tut ja im letzten Platz und 3 Punkte weniger als der vorletzte. Obwohl es noch immer ein gutes Game ist. Muss man auch sagen. Wie auch schon. Wie auch schon. Ja. Secure of the 1, krass, Belustigung. Armut Core ranken nicht, weil es kein Soulspiel ist. Auch wenn es das Mondlichtschwert gibt. Ja halt, der gut ist recht, dass du das spaßiger findest. Absolut okay, Bruder. Es gibt viele Dark Souls 2 Fans. Ich glaube, der Soli fände sogar Dark Souls 2 das allerbeste Spiel für From Software. Das werde ich zwar nie verstehen können. Ich mag auch Dark Souls 2, aber ich werde es nie verstehen können, wie man das vor Elden Ring oder Bloodborne oder Sekiro oder Dark Souls 3 geben kann. Dark Souls 3, allein die Bosse, ne? Alle die Bosse, Nameless King, mit dir. Ich glaube sogar, dass der Nameless King ab mittlerweile schon fast mein Lieblingsboss ist aus Dark Souls 3, Alter. Ich glaube, der hat sogar bei mir Geld schon sogar ein bisschen überholt. Der wird immer besser daneben lassen. Die Prinzen, auch so grandios noch. Warte, hab ich jetzt diesen Deppern? Oder sitzt der da oben? Oder bin ich vorbeigeritten jetzt an dem Spast? Oder ist der nur weiter hinten? Daxos 3, normales. Okay, okay, okay. Sitzt der da hinten oder bin ich da schon vorbei? Ich bin schon vorbeiger. Hey, 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 hey. Diese scheiß Riesel da, Bruder. Ich hasse dieses Riesel. mal doch dich sitzt irgendwo diese schick rot aber unten hätte lang müssen ja da unten ist es da hinten sitzt oben ja irgendwo da sitzt auf dem fetten schick roten arsch das ist so schlecht das schon wieder so kultig wenn man die geschichte dazu kennt dass mir sagt ist einfach nicht fertig die gegner stehen ja alle da wie auf einer baustelle die ganzen dinge das hat für mich trotzdem irgendwas legendäres ich kann lost is a live lieben irgendwie weil es so furchtbar schlecht ist so ja es klingt komisch es klingt echt komisch aber ja die erste hälfte ist ist so ziemlich das beste wo es ein level design in meinem ganzen leben jemals gesehen hat dachshals 1 die erste hälfte und dann ja wenn es dann praktisch an die großen fürstensälen geht verliert es natürlich ein bisschen an qualität klar ja ganz klar dolmen ist beschissen schlechteste spiel er war wo bin ich schon wieder verdammte scheiße wo ist denn der kacktieche da wo ist denn da überhaupt der ist doch da irgendwo oben oder der kacktieche da wo ist denn damals Ah, jetzt. Boah, Gott sei Dank. Hat mir schon gedacht, das war's. So, den müssen wir auch noch machen für die Platine. Komm, first try, bitte. Ich glaube an die. Kleiner Wichser, du, elendiger Tichy-Arschkrieger, du. Ich heil mich nicht. Was mir wurscht ist, es geht um die Ehre. Es geht um die fucking Ehre gegen Tichy-Boy. Ich bin tot. Werbe. Fick deine Mutter. Ah, Alek, du hast da. Entschuldigung. Alek, du ist ja das. Nicht der Tichy, ich sage immer Tichy zu dem. Assassinen der schwarzen Klinge, Alek. Super. Ja, das Siegel des Turmes ist Gott sei Dank aufgehoben. So, jetzt nochmal. Habe ich schon Peri-Only besiegt auf Level 1 sogar, Bruder. Ich habe ein Video gemacht. Alle Dark Souls, drei Poste Level 1 Snow Damages bei mir im Kanal. Da parier ich die Princes. Ich habe ein Video gemacht. Nice, nice. Komm! Ich glaube, der hat so 25.000 HP oder so, der Typ. Der hat, der hat, der hat einen der meisten HP von Ole Bosse so, der erlegt so. Oder 20.000 HP oder so, extrem viel. Wunderschön. Hey, wir sind fertig im Dunkelmond-Kackdingens da. Nice. Das heißt, jetzt, wo können wir jetzt hingehen? Lasst es mir überlegen. Wo gehen wir hin, Freunde? Ah, das Turmsiegel muss ich holen. Stimmt. Stimmt. Hoffentlich ist es jetzt noch offen. Bitte sei offen. 17.500. Okay, krass. Ja, ist offen. Passt. Wichtig. Welche Bosse haben wir jetzt noch offen? Ähm. Jetzt kann ich ja malikäff machen, oder, Freunde? Jetzt kann ich ja bis... Sailing-Quest kann ich jetzt nicht mehr verkacken, oder? 4 eigentlich auch nicht mehr, weil ich es umarmt habe. Ich denke zumindest, oder? Ich glaube, dass es häufig passt, Herr Teuer. Ich denke zumindest, oder? Malikäff offen hier. Malikäff offen hier. Malikäff offen. Gargoyles. Moog. Blutfürst. Dann Richtung Marlenia marschieren. Ich mache den zweiten Rund dann. Was ist das gerade passiert? Ich heile mich nicht. Ich heile mich nicht. Danke für den Treffer. Danke für den Treffer, was ich kriege. Ich heile mich nicht. Ich heile mich nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung dem ZDF, 2020 das ist und ich jetzt du und ich wir zwei du Arschloch okay gemeinsam in den Tod wehe wehe ich krieg das jetzt nicht, weil du so lang rätst, du Arschloch. Wehe, ich krieg den Sieg jetzt nicht, weil du das Bedürfnis hast. Bruder, wehe, das sollst nicht. Du Elendiger. Du El... Du Langredner. Das kann nur der Gideon. Du hast gut gedacht, bis jetzt. Scheiße, na, bitte nicht, Miyazaki, du, die ist jetzt halt an. Der rät ja nur 10 Minuten. Okay, das ist bitter. Okay, das ist scheiße. Naja, zweites Leben, ja. Ich muss aber nur zu fressen. Mhm. 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 Gebeegg Balls her Sympathisch, man kann sich unterhalten. Ah, der macht mich so wüt. Spreng mir jetzt weg. Ich hasse das, wenn er vor mir gesprengt ist. Das macht mich so wüt. Dieses kleine Messer, der neben ihm fliegt. Dieses Mini Messer bringt mich um. Das macht mich so wüt. 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 Hey Tachi, Servus. So, hier ist er auf zum Essen. Hallo? 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 Das war's für Gottfried. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Danke für Chaos, Tor Und der zerstammt mich im Boden Verdient Ausdormanagement 0 von 10 Da ist das Tor Drauf meinen Huss zur Beruhigung Hallo Ich bin auf Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo? Ich habe gerade einen Stagger gekriegt, was ich nicht gekriegt habe. Ist das passiert? Ich habe einen Freund. Oh, fast ein Tor. Fast 2-0. Oh! 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 2-0! 3-80 Minuten! Oh! Fast 3-0! 1-0! 1-0! 1-0! Der spielt halt gut, der Harlow. Der ist voll offensiv. 1-0! 1-0! Du bist nicht zufrieden! Not Friends! Wut du sein? Rauf, er muss doch! Danke. ALL ALONG! Okay, Kmemf. Okay, Kmemf. Ähm, ich kriege einen Zehner. Hä? Ich kriege einen Zehner, wo ich die No Damage schläge. Hallo? Es geht um 10, es ging um 10 Euro. Konnten Sie bitte weiterkämpfen, der Herr. Nee? Danke. Das war's. Das war's. Hahaha. Das war's. Wird von Lyta. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Dasselbe trout, Pfeil있ungen. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich glaube dass die rechte gehen mit einer 25 geworfen aber anscheinend finden sie mir trotzdem die war es nicht vielleicht um so tapfere lohr bruder scheiße kann die gar nicht egal du wix kennt ja 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 Ich kann die Gargoyles doch nicht, ihr seid so Huren, bitte. Keiner staggert da weg, was ist denn das? Warum wird da keiner staggert, wenn ich die ganze Zeit drauf springe auf die Idioten? Pah, die kennen ja auch diese Trottelbosse können ja auch irgendwann alle auswendig gelernt, Bruder. Irgendwann keiner diese Idioten-Wix kennt auch mich lernen, oder? Kann nicht sein, dass jeder von uns von diesen zwei Idioten-Deppendorf die Fressen kriegt, oder? Ja komm her, du asoziales, schieres Scheißvieh, oder? Ja, ich habe die Mutter, und ich habe sie auch angespielt im Gestern, weil es so blöd ist. GERGEON 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 Lise Chitman, ein Handy ist eben abgehoben, ein Handy ist geflogen. Nächster Flug in 5 Minuten. Das Handy muss immer dran glauben, bei mir besser. Ich habe aber erklärt, ich schieße mein Handy herum, anstatt dass mein Controller ballert. Stecker muss man jetzt her, oder? Das Decker muss nicht. Das Handy muss man jetzt her, oder? T-T-T-T T-T-T Mhhhhhm! Mhhmhmhmh! So, wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Ich muss mein Handy schießen! Ich muss mein Handy schießen! Komm her Handy! Komm! Ich schiefe dich jetzt! Wo bist du denn? Ich bin da! Warum gibt es keine Bomberang-Handys, ha? Hallo meine Lieben, ich bin schon wieder da. Mir geht es voll gut, Freunde. Mir gehen jetzt zu den tapferen Gargoyles. Ich verrieße jetzt alle nichts, was da ist. Alle haben einen Stoppermen in die Arschen. Mh, so eine Gerung. Mh. Geil, so ein tapferen Gargoyles. Mh. So ein tapferes Gargoyles, ne? Hilfe, ich kriege keine Luft mehr. Gäste! Mh. Ich hab zu viel Nuss im Mond, ich kann nicht reden. Mh. 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 Das werden immer mehr. Mal. Mh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Alter, ich hab noch nie so aufs Maul gerade von denen. Ich weiß nicht, die haben wir so aufs Maul gerade. Das hab ich nie gedacht, das ist so. Und bei dir hab ich gestern noch in den Chat geschrieben, Jason. Mit 25 Waffen sind die ein Witz, aber die sind überhaupt kein Witz, Alter. Also ich lach nicht. Besser wie Sensor. Schweiberten Dreck und schweiberten Vorschläge hier, die euch auch gekozen sind. Ich kann den nicht ausschneiden. Okay. Wirklich gar Gold, ja. Problem ist, ich hab keine Zeit für so einen Scheiß eigentlich, ne. Ich hab dir nicht so schwer, aber ich hab dir vielleicht erst fünf mehr gemacht in meinem Leben. Ich kann das Moveset halten. 0,0, Bruder. Wir gehen da freiwillig her. Boah, Alter, der trifft mit allem. Der trifft mit allem. Der trifft mit allem. Der trifft mit allem, was ich ihm hier... Den richten kann ich nur. Den komm ich nur weniger. Diese sympathische Attacke, ja. hatte ich noch. Einigen wir uns darauf, dass das nie passiert ist, Freunde, danke für 20 Minuten Vergeudung. Das ist leichter gesagt als getan, ich habe immer zu früh gedutscht, das stimmt, danke Freunde. Mit Dexern, die echt fucking unangenehm sind, Bruder. Aber ja, was sie jetzt machen, das Leben ist wert, thank you, D-Kern definitiv auswendig gelernt. Die Forts, ah, Forts, oh, Forts ist sexy, jetzt kommen meine Sternstunden, Bosse. Gargoy, gargoy. 30.000, ja, das ist natürlich voll super, für Renala kriege ich 40.000, okay. Mega. Sehr dankbar dafür. So, jetzt holen wir uns die wunderschönen Eldensterne. Grüßt euch, ja, mein Teufel. Da sind relevant. Nice. Yes. Tiefwurz ist echt schlecht. Gmümpf. Das gefällt mir optisch am allerwenigsten. Das passt einfach nicht zusammen, optisch. War das ein bisschen grauslich mit den Nusserlfreundes durcheinander, dass ich grauslich war. Eldensterne haben wir, jetzt vier Champions und dann 40-40. 40. 40-6 möchte ich echt am Kopf treffen, Freunde. Ja, vier Champions werden wir doch wegschnipseln, schätze ich mir, oder? Ohnebogen? Nichts ohne Bogen. Ich hab glaube ich keinen mehr, gell? Na, leider. Sehr selten eigentlich die Honnenbögen, gell? Kommt mir das nur so vor? Oder ist das echt so? Jetzt schaut den, Bläckli. Viel Erfolg, Bruder. Oh, das erklärt natürlich einiges. Ich hasse mein Leben. Und ich hasse Gargoyles in jeder Variante. In der Ohrschluch-Variante, in der Feuerspuk-Variante. Alles hasse ich gerade. Ohrschluch-Variante! Wuuuusssaa! 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 Es ist gar nichts passiert. Alles korrekt und in bester Ordnung. Alles korrekt und in bester Ordnung. Es ist nichts passiert. Ich bin nur ganz knapp vor dem Ziel abgestürzt. Es ist nicht so schlimm eigentlich. Es ist passiert. Es kommen in die besten Häuser vorne. Es kommt in die absolut besten Häuser vor. Warum ist mein Pferd weg? Hallo? Ich hätte gern mein Pferd wieder. Danke! Danke fürs Pferd! Ich glaube, ich sitze hier auf Eifelsüchte. Die Boss-Arena ist so schön. Die schaut so geil aus, die Boss-Arena. Und dann sind nur noch zwei Arschloch-Bosse hier drin. Nein, noch nie probiert, Boris. Ich habe nur gehört, dass es nicht so gut sein soll. Ich habe nur noch zwei Arschloch-Bosse hier drin. Das ist ein Radoo. Ich habe nur noch zwei Arschloch-Bosse. Ich habe nur noch zwei Arschloch-Bosse. Ich habe auch zwei Arschloch-Bosse. Ich habe nur noch zwei Arschloch-Bosse für die BK-Maschen eingeführt. Ich muss mich nicht so schön. Ich weiß, wie die hü suburbs wird, wenn es nicht so schön ist. Es ist nicht so schön. Die BK-Maschen haben mich zu ihnen durch. Die BK-Maschen hat die BK-Maschen hat sie nicht zu nehmen. Ich habe auch die BK-Maschen. Und dann sie in der Schloch-Bosse zu machen. Bitte schick dein Messer. Ich liebe sowas. Haben die immer was anders? Freunde. Kann das sein, dass die jetzt mal andere Waffen haben? Oder täusche ich mich? Oder sind das immer die... Ist da nicht einer mit einer fetten Axt? Normalerweise. Oder täusche ich mich da? Ah, okay. Da gibt es nämlich ganz einen heftigen Huhn mit einer Axt. Der war gar nicht dafür, dass er mit einem Großschwert war. Ah, ich wusste, du würdest... Ja, Silvia hat ja schon lieber was. Ja, halt mir, das brauche ich ja noch einen Gargoyle-Kampf. ditcht. Ja, ich bin so, du raus. Wie, hier bist du? Ja, ich bin so, du Republican. Bist du hast, du hast oder viele Reise? Du hast du, das ist mir so, du hast, du hast... Ist doch auch zu lang. Wisst ihr, wer ein richtiges Problem wird, der Moog, der Blutfürst, ich hab schon ein bisschen Angst. So, jetzt wird's Bullshit mäßig, jetzt kommt der größte Bullshit-Boss der Bullshit-Bosse. Noch schlimmer als die Gargoyles. Licht, Disco A1, Digi-Getter, Drache Ford D6. Die geht vor dem Kopf, Freunde, ne? Geh vor dem Schädel. Bitte, 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 halbwegs Schnee. Untodes Nebel. Für den ersten geht's gerade jetzt. Und wir haben verkackt. Nei, hoppen! Wichtig! Hoppen! Bin zu einem Grießbaum geworden. Hey, Weihnachtsstimmung bei Jack F. Soft! Yay! Happy, Happy Christmas, Freunde! Ihr dürft's gern Kugeln auf mir aufhängen, ob uns willst. Ha 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 ha! So geämmert hier! So geämmert hier. Komm! Hör auf! Hör auf zum Frispa-Machen! Ihr isst denn heute schon der 24. oder was? Scheißfahrt, die sechs Huren kennt. Was für'n Hurensohn, Alter. Wie mich der so einfach trifft. Okay, wir bleiben vorehrm. Das hier hat gar nix. Also wenig bis gar nix. Ich muss am Kopf gehen. Den brauche ich. Den brauche ich. Den Biss, Freunde. Ich brauche den Biss. Ja, zweimal Schädel. Zweimal Koffer ist gut gewesen jetzt, Freunde. Zweimal Koffer war gut. Er muss mich beißen. Er muss mich beißen. Beiß mich! Das ist nicht klar, dass ich auch für den Würstel... Beiß mich! Beiß mich! Beiß mich! Beiß mich! Der beiß zu! Schnapp! Ich bin auch beißen! Ich bin auch beißen. So ist zubeißen, habe ich gesagt. Da, ich stehe vor dir! Hap! Komm, mach! Das ist auch gut. Das ist auch gut, wenn er das macht. Er treffe ihn auch immer am Kopf. Wenn er runterkommt, und... Kopf treffen! Den kann ich mittlerweile. Kopf, Kopf, Kopf! Nice! Nice! Biss, komm! Biss, Biss! Du sollst mich beißen, du blitzerte Drecks-Pikachu-Sau, du, Alter! Jetzt! Jetzt! Boste ich nicht, du bist! Boste ein Leonard! Wir haben jetzt! Okay, nice! Komm runter! Das Arsch-Trottl-Drauchen-Blitzer-Schädel-Idiot! Legendäres Arschloch-Forti-Forti-Gags! Tschüss, du Betrüger! Ja, wenn man am Kopf trifft, macht man gut Schaden, Mann! Man muss einem wirklich auf die Birne hauen! Schnell gegangen, Gott sei Dank, schneller als die Gargoyles! So, was fehlt noch, Freunde, am Bosse? Schauen wir mal kurz... Also, die drei Enten... Malenia... Moog... Waffen... Aschen... Magma Lindwurm... Moog das mal, ein zweites Ding... Loretta natürlich... Ah nein, Geist! Okay... Passt... Dann... Spielen wir den Last Fate weiter... Hier schauen sie Punkt Null... Ja, stimmt, JJ... Hier ist 1-0... Dann magma und dann gehen wir malenia und Moog machen... Ist der Plan... Und dann die ganzen Aschen noch einsammeln... Ja... So machma... Malenia Perry, hoffen wir's, dass wir's heute gut hinkriegen, ne Tachi? Okay... Hoffen wir's, dass wir's mal gut hinkriegen... So... Nur mit 12... Noch mal 12... Noch mal 12... Noch mal 12... Noch mal 12... 24 24 24 24 24 und 24 perfekt dann braucht man die perfekte nice gar mal 90.000 ausgeben yes indeed warum netz nah freunde wir sind super hippig drauf danke tache meine liebe habe geholt jj also von die zauber und so denke mir überhaupt nichts das einzige was ein problem wird ich finde nie den weg zum alten helden von samua das echter problem grand sex da heißt du hast du glück brauchen müssen black net du hast echt die besten sachen bruder gg ganz großartige dinge hast du da motivation sph immer motivation ja danke das war der pust was ich brauchte für den restlichen raum herr agnes servus Ah, wir sind da, yes indeed. Nur ein kleiner Bione runen, ja. Mip, mip. Ja, Verbon, ja. Was meinst du, Cheche? Nein, 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 Cheche. Ich brauche das Grab vom uralten Helden. Nicht den Zamo, ich brauche den echten Zamo im Heldengrab. Der ist da irgendwo oben. Da kommt man nur von hinten rein, so. Das Heldengrab, das musst du machen für Platin. Nicht den Siegelgefängnis, Zamo. Alles gut, Ragnar, danke. So. sie offer wir haben wahrscheinlich schnell abklappern ich glaubt dass naja ich glaube dass vor dem dungeon des blick der black knight assassin ist black knife ss der ist im altus plateau nicht der mit der hand im altus plateau kurz vor der hauptstadt also kann ich kurz sagen 600 licks freunde danke meine lieben wie geht's dir agnabert ja alles gut irgendwo wo blitze sind schon sehr voll so hoffen wir dass wir sofort alle finden bist du noch nicht schön vielleicht kannst du nachher dann im weg erklären zuerst machen wir alle bosse und dann sammelt ich die zauber und dann gehen wir in sengi plus grab des heroischen riesen tut das glaube ich dass er denkt schon dass so heißt so ich halte mir jetzt einfach mal rechts die was das doch händler ist da oben der ja danke für 600 likes freund deshalb super super majestätisch ehre freundlich ehre freundlich ich küsse euch leidenschaftlich danke ein kuss wie ihr noch nie erlebt habt es wird es freunde ich werde sich verlieben ja übertreib 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 Sascha servus übertreib übertreib aufs pferdchen rauf aufs pferdchen rauf da ist auch irgendwo noch einer gell da oben ist noch einer ja da gibt es glaube ich auch mehr als beim knock-on denkens ja weil die iframes haben es möglich gemacht oder in diesem fall da haben wir noch einen ich glaube zwei fern noch und ich glaube auch wo dass ich was würde sagen einer ist da hinten gleich oben und der eine ist rechts oben ich glaube dann haben wir wirklich ohne einen durchgang das war das erste mal ich verpasse mal immer einen ich glaube ja ich glaube dass man das ist also wenn da oben jetzt dann ist der letzte ist dann haben wir echt alle gehofft beim ersten mal was interessant ist hey Sascha ich habe natürlich einen verpasst man ich habe natürlich nicht alle es ist immer dasselbe man das gibt es nicht ich verpasse immer einen einzigen und wo ist der jetzt danke für die hilfe ja da wo vielleicht scheiß selbst gewusst man das ist das noch es brennt wirklich noch einer das ist gesetzt Bruder das ist so hardcore gesetzt es geht es geht nicht mehr gesetzt man es bleibt einer übrig es bleibt immer einer übrig Bruder ich würde echt gerne mal eine Runde herausfinden wenn man sagt hey ich würde echt gerne mal eine Runde herausfinden immer nur einer nämlich immer nur einer nämlich der da oben ist der da oben ist der da oben ist A der da oben ist A ich weiß wo er ist ich weiß wo er ist ich weiß wo er ist wo die ganzen Ratzen zusammenstehen ja den haben wir übersehen da links oben da oben da oben Marikas Wohnsiegel ist wichtig für die Platte und es liegt im Harlikbaum oder ok scheiß drauf hey Sascha Ehre mir lieber danke ah you were at my side all along ok wir haben alle danke Dari Summer freut sich welches meinst du Black Knight welches meinst du Black Knight da ist ein Harlikbaum das ist Platte relevant ja ich bin jetzt deppert da oder oder danke Sascha es mein lieber also das Nabel Nabensiegel hey ach wo 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 bin ich jetzt das kannst du ja alles vergessen Alter ich bin ehn sie auf aber wie heißt denn das andere Leute gibt es da zweimal Waltheranen drei brauche ich insgesamt oder oder mir sag ich ich pute dein Mut da so dreckig her du g'chissene Uhrensachen oder nur scheiß Gegner rennen da herum Ich würde mich dann echt interessieren, wie die Schäste da vorne hast, das Leuchtfeuer. Wenn ich bei dem hier stirb, dann drehe ich sowieso ab. Ich habe es nicht aktiviert, Belustigungsklanfall, das kann echt sein, Bruder. Das kann echt sein, Bruder. Hat sehr guter Soundtrack, mag er auch gerne. Episch. Epischer Soundtrack. Das muss jetzt hin zum Magma Landwurm. Zum Magma Landwurm hoch, das heißt, da müssen wir jetzt noch Bellum. Und dann geht es zu Malenia. Ja. Danke, Freunde. Entspannungs-Boss, drei Hits, ja. Dann geht es zu Malenia. Dann geht es zu Mog, und dann geht es Aschen sammeln. Und Talisman, bla bla bla. Ein König. Ein Minischwert. Der Ritter schaut optisch so cool aus da. Der schaut so geil aus. Schaut, dass der nicht mehr Bedeutung hat. Der geht da irgendwo herum. So, das wäre ein cooler Mini-Boss gewesen, so ein geiler Ritter. Was man mag. Mog ist so schlimm. Ich meine, die erste Phase ist so fucking easy. Die zweite ist so furchtbar, man. Wie geht's dir? Es hat sehr gut angefangen, dann habe ich ein bisschen gestruggelt mit den Gargoyles. Und ich sage mal so, vielleicht haben wir eine Stunde insgesamt vertrödelt. Nein, ich bin gerade dabei, dass es zur Zeit ein bisschen übe, ein bisschen für mich selbst Eisbahn ist so ein No-Hitting. Ich habe mich aber noch nie richtig damit auseinandergesetzt. Absolut Master, absolut. Schauen wir mal, wie geht's dir. Wird sehr knapp, aber ich würde sagen, aktuell liegen wir noch gut in der Zeit. Schauen wir mal. Maleni muss schneller. Ich muss gegen Maleni riskant spielen, Freunde. Ich darf gegen Maleni nicht wieder 20 Minuten brauchen. Das muss ein schöner, knackiger, schneller, kaum sein, auch wenn er vielleicht nicht perfekt wird. Ist aber fucking wichtig. Maleni muss einfach passen heute. Und Moog brauchen wir. Papa, Moog brauche ich wirklich ein Klick für die zweite Phase. Kann ich so gar nicht. Was ist denn das? Ah, das ist sehr gut. Ohne einen Bogen. Upon my name is Moog free. Ich mag das Gebiet da eigentlich sehr. Stimmt fürs Debuff. Danke, Dennis. Kurz wie Schleimhandel. Gell. Hallo. Hallo. Ich bin unverwund. Ich werde gefressen bei der bildlichen Leib. Obwohl ich so dick bin gerade. Die Geste war wichtig. Alles blind. Alles blind. Alles blind. Leute, Schatz. Blind. Blind. Let's play. So. Ein Problem. Also ich kann meinen Gehirn nichts durchleben. Wo ich gleich so gehsteem. Gehste und Tommy Lance zur Zeit. Hallo. Wie tot bin ich? Also bin ich vergiftet? Ok. Passt. War viel zart. Butterig zart. der Fall ganz ganz eng schmiert und ölig, lecker! Eh! Sedre monos consulati! Ich mag die Gesänge sehr hellrace! Voll da resam! Ich mag die Gegner richtig gerne! Ich hab da ein Video auch dazu gemacht damals! Voll schön! Und auch der Texus singen hat, dass von der goldenen Ordnung ihre Kinder und ihre Männer sind in ihr gestohlen worden! Inhofeiertel Getötet Có ein Verzweig! Auf Easy, klar und mega stark für das Fisch. Ah ja, da war ja was. So, okay, eigentlich, da jetzt direkt. Ja, wurscht du bis heute, ist auch egal. Ich grüß euch. Yes. No hit, oder? Einfach nur hit durchkommen, Freunde, gell? Oh, yes. Sehr stark. Ich bin froh mit meinen Skills, ne? Yes. Indeed. Oh, no. Das muss reichen, 18, ne? Das muss reichen. Oh, no. Und für mein Rekordia brauche ich 7er und 8er dann noch, okay, passt, ja. Pass, es geht einmal, heiligbaum. Zuerst holen wir uns noch was, Freunde. Zuerst holen wir uns noch was für die Platin, was auch wichtig ist. Ganz wichtig. Ein Platin-relevanter Zauber. Ein Platin-relevanter Zauber. Ne? Ähm, ähm, ähm Yes! Eppisch So, ab in Harley-Bomb In Hayley-Tree Fuck Aber nur, meine Liebe Wie geht's da? Alles gut? Moizet-Luring, mein Freund Moizet-Luring, mein Freund So Mal kurz überlegen, wir brauchen dann mal Ja, okay, in Harley-Bomb gibt's einiges Wichtiges Grüß dich Moizetra haben wir natürlich auch noch Klar Den kommt, freie ich mich sogar meistens Tom, danke, glaube ich, es läuft ganz okay Wir sind super in der Zeit, glaube ich Ich gebe Gas, ich gebe Gas Jetzt kommt aber die entscheidende Phase Wie wird's gegen Malenia, wie wird's gegen Moog Das ist so, es ist kurz ein bisschen so eine entscheidende Phase Von diesem Run-Head Oh, ja bist du? Oh, ja bist du? Beide, ich glaube über den Lug und schon Entschuldigung Ich glaube, ich bin so in der Kug und schon Entschuldigung Ich bin so in der Kug und schon Entschuldigung Beda, was ist das? Hör auf! Danke Hör einfach auf! Hör einfach auf! Hör einfach auf! Hör einfach auf! Mit dem ganzen Arstand da Danke, Tom. Mein Lieber. Heiligbaum. Yeah. A bock. Was brauche ich da? Ja gut, jetzt muss ich mir den Dungeon machen mit den löwenartigen Scheißhallen drin. Und eventuell könnte dann schon die Trophy aufploppen. Ja. Ist so. Für alle legendären Waffen. Wenn ich jetzt das löwenartige Scheißhallen da unten besiege. Drop die Trophy. Äh, ploppt, ploppt die Trophy. Droppt die Prophy auf, wie sie einschlägt, ne? Ups. Weil ihr macht's alle so verfickten Schorden, Alter. Ihr klaren Hurenkinder. Unfassbar, Bruder. Achtung, Dentenfisch von oben. Yes indeed. Ah, für das brauche ich zwei Steinschwertschlüssel, gell. Ich habe noch einmal einen. Fuck. Für das brauche ich aber zwei. Für das brauche ich zwei. Für das brauche ich safe zwei, ja. Gut, dann müssen wir uns anholen. Hilft eh nix. Genau, der ist das Korber. Wo ist denn der genau, Skorber? Würden wir den gerne holen. Vielleicht tue ich umskillen dann. Gehen Sie für den zweiten Run. Wäre mal cool, den zu testen. Echt jetzt. Echt jetzt. Echt jetzt. Einer reicht für die Höhle, Luki. Bist du sicher? Nicht zwei. Wir haben ja doch zwei, Bruder. Träte wieder. Für die Sicherheit. Immer doch zwei. Echt? Allerreicht? Okay. Nice. So, ich mach's da eigentlich immer so, ne? Ich tue mir den ganzen Weg, machen wir immer Punkte her. Seht ihr das? Jetzt haben wir da einen Weg gezeichnet. Mache ich immer so. Mal Idee und dann habe ich da meine Punkte. Die sieht man da in der Ferne. Wo ist der Fallnis haben wir jetzt? Vielleicht links geradeaus, sagst du. Da ist ein Gräber, Bruder. Ah, da ist er. Ehre, Bruder. Ehre, Bruder. Ich habe da echt noch nie gesehen, glaube ich, gell? Nice. Nice, Bruder. Danke. Vielleicht probiere ich mich in NG Plus aus. Ich will das schon immer mal spielen. Also, den Tipp kann ich geben. Markiert sich da einen Weg. Und ihr könnt dann eigentlich nicht mehr runterfallen, ne? Weil ihr seht sie immer da in der Weite. Seht sie da immer diese Striche. Das ist eigentlich ziemlich geil, fände ich. So habe ich das bei meinem No Dead Platin Run auch gemacht. Wie ich Platin called habe, ohne einmal zu sterben, ne? Also, das ist ein bisschen vorsichtig, muss man ja trotzdem sein. Solider zum Beispiel jetzt, ne? Genau so. Genauso müsst ihr das machen, Freunde, wie ich das jetzt gemacht habe, ne? Einfach in die 200 Blitze reinlaufen, da kann nicht fast nichts passieren. Seid safe. Seid, ich bin schon bei Romelenia. Also, soziales Tricksgebiet, du. Gib mir das. Danke für gar nichts. Scheiße, Mann. Ja, du bist ein Trink. Geil. Geil. Yes So haben wir schon da Nice. Vorne ist Ordina. Dann machen wir ein schönes Leichtfeuer. Und dann gehen wir in die Höhle zum Löwenortigen. Hier auch. Schön 2. Advent, Blacky. Ich glaube, da hier unten ist das. Oder da unter dem Baum, glaube ich. Oder, Freunde, stimmt das? Unter dem Baum. Läuft bisher gut, Warni. Läuft sehr gut. Zwei, drei Struggles bei absolut beschissenen Bossen. Angelo, schönen Tag. Ich glaube, dass es irgendwo da unten war. Vielleicht täusche ich mich auch komplett, gell. Schaut eher so aus, wenn ich komplett täusche. Das ist gar nichts. Ach doch, das ist da unten, oder? Ich weiß das. Das ist da unten. Da nicht, das ist da irgendwo. Da unten ist das. Die Höhle. Da hinten und dann links, irgendwie. Ach, hat schon gestimmt. Hat schon gestimmt. Da brauche ich zwei. Zwei brauche ich da, ihr Lügner. Luki, was war denn das schon wieder? Hätte ich mich auf die verlassen, und wäre jetzt da gestanden, Brodi. Scheiße. Scheiße. Danke, René. Gott sei Dank hat mir den auch noch geholt. Ich habe nämlich zwei in Erinnerung gehabt. Wenn ich jetzt den Weg auch noch schnell fänden würde, dann wäre das natürlich absolut insane, ne? Oder ich werde gefickt von irgendwelchen asozialen Morne-Gegnern. Ich sage, ist auch geil, ist beides cool. Und ich triff halt nichts von Janice. Scheiße, Maus. Oh mein Gott. Es gibt einige, wo man zwei braucht. Einige. Also, mir kriegen jetzt gleich eine Trophie, wo ich da reinfände oder runterfände. Warte, für das hat man eigentlich das gekauft, für solche Situationen. Fake News, Fake News. Nein, Gott sei Dank hat mir nur einen Geholt. Bei God, bei Godfrey's Ikone brauchst du auch zwei, ne? Ja. 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 Ah, ich brauch ohne Bogen. So, wie war das noch mal schnell in der Höhle? Da fände ich auch nie. Muss ich da hoch? Na. Irgendwo muss man da hochkabbeln. Gleich dich. Da oder wo? Oh Gott, die pennen, oder? Die will ich gar nicht aufwecken. Oh Gott, wo bin ich da? Da bin ich in der Falle. Habe ich aber noch ohne Bogen. Da ist ja gar nichts herein. Und der Range ist so super gut und der Schaden ist so gering. Scheiße, ich fände da nicht hin. Wie immer. War das da oben? Na, da oben war das auch nicht, oder? Heldenrunde, nice. Dort rennen vielleicht? Oder waren wir da schon? Die sind schon tot, okay. Ist das nicht so gut? Das Körper. Feiert scheint, macht das Leben schwer. Oh, oh. Warte mal, muss ich gleich da durch und dann sofort. Ich merke mir halt den Weg nie in dieser Höhle. Da geht sie irgendwo. Wie da einfach zwei so große sind, Alter. Ey, wo ist denn das, Freunde? Hälft es mir bitte kurz. Ich fände den Scheiß nicht. Kommt da drauf. Idiot. Ich fände da nicht hin, Alter. Das ist ja auch beschissen, Bruder. Weißt du, das wäre von euch oder auch nicht? Wenn man da schnell den depperten Drehweg da findet. Das war doch nicht da, oder? Ich suche den Boss in der Höhle. Da geht es auch nicht. Bin ich da richtig? Nein, da ist der Anfang. Bruder, wo muss ich denn da gehen, Alter? Wo war denn das noch? Da muss mir so einen Drehweg gehen. So ein Arsch, ein Arsch Drehweg. Gibt es da nicht, dass der nicht zum Feinden ist? So wie bei da, so wie da circa. Wo geht es da nicht runter? Warum? Ja, genau, Wolfgang. Aber wo sind die depperten Felsen? Das ist die Frage, ne? Die Fans sind auch nicht, Bruder. Nein, die sind nicht da. Das sind die Eisdinger da, ne? Oder ist die schon da herrin? Ah ja, da muss man rüber, Alter. Ah, ich vergieße. Danke, Freunde, ja. Ihr seid jetzt die Besten. Wah! So beschissen, Mann, Alter. So dumm. Ich habe fast kein Leben mehr, es muss reichen. Muss ganz einfach reichen. Da haben wir gar keine andere Option. Dafür haben wir Frostfett. Yay. Null Heilung. No Damage. Muss. Fuck. Nicht, dass wir ein Dolch Talismanität haben. Willst du schaden? Beschissen. No, ich weiß ja nicht, Wolfgang. Kein Freund. Schwert schon so geil aus. Der Schlachtdreter fährt schon hinten am Fuss. Ehre, D.W., du bist der geilste Bruder. Ich liebe dich, D.W. Yes, und Trophäe. Komm, gib. Jawoll, da haben wir die legendären Weapons, Freunde. Absolut majestätisch, will ich einfach immer behaupten. Nice, nice, nice indeed. Wichtig und malerfucking Garte im Richtig, Freunde. Danke für die GGs. Ab in den Haligbaum. Danke, danke, Freunde. Super lieb von euch. Malenia, Morg. Und die ganzen Aschen im ersten NG, Bruder. Und die Talismane, bla bla. Geh auf. So, jetzt wird's übel. Da habe ich viel gestruggelt gestern. Hoffen wir, dass es heute ein bisschen besser läuft. Schauen wir mal. Ganz übliche Stelle. Richtig ein Hardcore-Fuck. Nein, das war so gut. Das war so gut. Und ich spring wieder daneben. Ich drottel springe. Ich teppe da springe. Am Pfeu habe ich auch im Schädel. Am Pfeu habe ich auch im Schädel. Nein, doppelt das. Nein, das steckt im Ohrwasch. Den habe ich mir wie so ein cooler Cowboy. Sein Strohhalm. Habe ich mir den einfach ins Ohr gesteckt. Schaut euch das an. Weil ich lässig bin, Freunde. Weil ich lässig bin. Geil. Fühle ich. Fühle ich. Ich liebe dich, Baby. Riesenfeil. Oh, Wolfgang, du fährst zur Arbeit. Okay. Dann. Du hast arbeitst du so spät am Sonntag? Oder hast du eine Nachtschicht? Bruder. Ja. Hellraiser. Da sind wir alle gehangen. Das ist echt ganz eine miese Stelle. Ganz mies. Mega übel. Da schlägt er den mit den Haxen, Bruder. Du hast Eis auf der Waffe. Ist sehr eisunfällig, der Feuerriese, mein Freund. Ein schwächer Nachtdienst. Alles klar, okay. Arbeitst du am Flughafen, oder was? Wolfgang. Der Heiligbaum, ja, der fläschte enorm, Bruder. Die haben mich das erste Mal so umgekaut und ich bin so oft gestorben. Aber Arns, meine Lieblingsgebiete in Elden Ring. Flughafen, gell? So, dann hoffen wir, dass wir gut durchkommen. Lasset uns beten. Nein. Ja. Ja. So, der große Mann da oben. Der beste Bastard im Game. Wichtig. Ganz wichtig, würde ich einfach mal sagen. Oh, Corona. Dann hoffe ich auf einen milden Verlauf und einen schönen Krankenstand, mein Freund. Möge der Verlauf milde und ein Krankenstand lang sein. Ich bin nahrsüchtig noch mir Sack gegeben. Das war nicht seit 2009, ne? Sehr gut von uns beide gesprungen. GG. Kommt's raus. Danke. Ja. Guter Headbutt. 9 von 10. Mit Abzügen in der B-Note. Schwerer. Dieouw. vị. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich liebe dieses Spiel Und ich liebe Loretta Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jawohl! Der war wichtig, Bruder Wehe, du gehst jetzt hoch Na, sie geht hoch Schösser Schösser Wehe Komm, Bitch Kleine Hure Kleine Hure, du Dreckige Funzen, du Allendige Im Moment No Damage Einfach weg, das gibt's ja nicht, Bruder Spreng Sack Sehr gute Frage, Bro Sehr gute Frage, sehr berechtigt Sehr berechtigte Frage Yes, war gut Danke Freunde, danke Jakob muss ins Bett Fehl, Bruders Danke, 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 meine Lieben Freunde Freunde, ganz wichtige Frage Hat irgendwer von euch Erfahrung Mit diesem Fäulnishammer Ist der stark Der Fäulnishammer Ist der NG Plus tauglich Ist Dream um 9 neu ab, Brody Oder ist der nicht NG Plus tauglich Das ist die Frage Das ist die Frage Der ist gut, Tachi S-Waffe Uh Das klingt natürlich Geil Deren Typen Bring ich aus Prinzip immer an Ja Aus Prinzip Das ist mir ganz wichtig Das ist mir Anliegen Das ist so Ich weiß nicht Wir haben einfach ein Problem miteinander Das ist Das ist unser Ding Der wer hat immer nie was da Und ich bringe ihn immer nur Damage um, muss ich auch dazu sagen Das ist eine persönliche Sache, Freunde Ja, viele sind krank geworden Ist sehr viel Das ist echt, echt krass Was zur Zeit abgeht Geil Ich brauche 7 oder was, 7 und 8 Hast du den C gebrochen Ja, ich sage mal Wenn der C gebrochen ist Das ist ein guter Krankenstand Wo man nicht viel macht Wo man nicht so viel Schmerzen hat Also eigentlich ganz okay Fit mit Felix Servus Moin moin Nice 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 Da sind wir daheim So Platin Oh Ich muss was kaufen Fuck Ich habe was vergessen Wo bekomme ich jetzt ein Steinschwertschlüssel her Scheiße, Mann Welcher Händler hat denn noch einen Brauche ich nicht für Marikas Wohnsiegel 1 und 2 Hä? Freunde, wie war das? Für Marikas Wohnsiegel brauche ich ja auch noch 2 Steinschwertschlüssel Wo mich nicht alles getäuscht Ich weiß, was es einen gibt Ich weiß, was es einen gibt Kein Problem Okay Mit Mit Schwert Durchwirkt Dann weiß ich schon, was ich mir holt Dann Bruder Das probieren wir gleich beim Eldenbeast dann aus Lucky Ich glaube, es sind 2 Ja, Wolfgang Ich weiß, dass der Händler da unten 3 hat zum Verkaufen, glaube ich Der Dude da unten Hinter mir der, ne Der verkauft es 3 oder 4 Also bevor wir zum Eldenbeast gehen Fangen Skilly um auf diesen Verordnisshammer Fürs NG+, bin gespannt Ja, 3 Stück Absolut nice, Mann So, Marikas Wohnsiegel Die Asche von Finlay Und Malenia Und der Drachenschild-Talisman Ja, wir haben da ganz viele wichtige Dinge Das war's. du älter Ja und heute spreng ich spreng ja mit der tacke rein oder gibt es das bruder gibt es denn das Muss so dringend los Was für ein Huhngent Aber scheiß drauf Ja Warte mal wie war das schnell Es wäre so cool wenn ich heute da gleich hinfänden würde Alles da oben bitte sagt dass das da oben ist Ja Nein Mist habe ich das letzte mal habe ich sofort doch 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 ja man Ja First try hingefunden da fände ich so schwer her Freist dich du auch mit mir mit Hey Bruder Finley Hey Bruder Finley wir haben's Freist dich mit mir volles arsches Gesicht Verste Verste ein bisschen mit mir mit Bruder Hm? Oder nicht? Und Wichtig dass wir da gleich hergefunden haben Weil da habe ich letztes mal eine halbe Stunde verschissen oder? Ja voll Warten relevant Warten relevant Hey Seiya meine Liebe Wunderschönen Ah Ah You were at my side All along Wunderschönen Wunderschönen So Wunderschönen 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 Freunde Marikas Wundi Wundi Wundsiegel Hey Painkiller Wunderschönen Jo Schwiegermama Alarm Ich werde das nicht überleben Schwiegermama treffen Okay Die Gegner sind ja fucking gruselig Muss man sagen Alter Man kann das nicht schaffen gegen die Die sind so schlimm Aber kein Problem ne Sehe wurscht Ich kann nicht da wieder gemütlich anfangen Die zwei wichtigsten Sachen haben wir Jetzt können wir einfach durchlaufen Die Disco Die Disco schmeißen Nice Nett Schau bis ich will Exprime, dass ich da bin Der saft sich gleich an Das ist seine Oli voll lieb drauf Hallo Tschau Hey Christian, mein lieber Ehre Danke mein Freund Danke mein Freund Der Bogen ist dann auch nicht groß, gell Der passt wahrscheinlich für die genauso, ja Vielen Dank Christian danke und Wanni willkommen bei den Holyplates Danke, Christian nume 3, 2, 1 Na, doch nicht, okay Keine Fädenheit, was ist denn da los? Pep Pipo, wunderschönen Schalach ist eine angenehme Sache So, großer Step Malenia rückt näher Die wird mir wie den Arsch so übel aufreißen, die Gurken Wie ich es kenne So, wie ich es kenne Boah, okay, wichtig Mann Huhuhu Scheiße Diese Hurenkinder, Entschuldigung Ja, Talismane vergessen, ich muss einiges jetzt ändern Und zwar, das kommt weg, das, das kommt weg Dolch Talisman kommt rein Der kommt weg Und der Immunität kommt rein Das, das, das kommt weg Kriegsasche von Misericordia Kriegsasche, wo ist er denn? Da, da Ich habe keine Kriegsasche von Misericordia Echt jetzt? Okay Auf zum Malekuin Der liebe Bernal, Annal wird uns doch eine Kleinigkeit verkaufen können, oder? Schauen wir, ob es jetzt geht Yes Oh ja Oh ja Das heißt, wir brauchen Glückendid So, ich gehe noch kurz was trinken und dann legen wir los, Freunde Und dann gehen wir los, Freunde Vielen Dank. So, der Kampf darf nicht so lange dauern jetzt. Das muss schneller gehen. Gute Nacht Jenny, meine Lieben. Dann packen wir es gleich oder packen wir es im Buch. Okay, click. Das ist doch. Dann passt. Oh. Okay. 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 Was ist das? Scheiß drauf Zweite Phase heile ich mir nicht erste schon, würde ich sagen, oder? Okay Passt schon, passt schon, passt schon Wieder ein bisschen reinkommen Hä, die auch einen schönen zweiten Advent per Pio, mein Lieber Nehmen wir das, ne, riskieren wir es Richtig, bin gestorben, bin verstorben sogar Komm bitte, lass mir den Stich mal hin Okay Ah, keine Ahnung, keine Ahnung Come, baby Nein Ich bin tot Ja, Leute, jetzt geht mir der BAM aus, Alter Jetzt geht mir der HALIGBAM aus Bruder, muss los Weißt, was ist denn das? Habt die Welt noch nicht gesehen, trotzdem ist Liebe wunderschön, Freunde, ne? Habt mich auch nie vergessen Ist euch schon mit der HALIGBAM ausgegangen, privat? Watt Du klären, ne? Fortschneitr, oder? Du klären, ne? Du klären, ne? Du klären, ne? Du klären, ne? gut gelesen so zwei pärs nehmen wir mit und dann geben wir den hit wir müssen wir mehr ein hat mir ein bisschen schneller sind Der war so wichtig. Wichtig. Ah fuck, falsch gelesen. Ich bin so schlecht, ich heile mich natürlich nicht, okay, das wird dauern. Heilen bei mir in der zweite Phase gibt es bei mir leider nicht. Jetzt brauchen wir ein gelegtes Todesmann, dass wir das schaffen. Hm. Wichtig. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, sind die wichtig, Bruder, so schneller als das letzte Mal So wichtig, so, so wichtig von der Zeit, Freunde Knapp, spannend, schlecht, scheißt der Hund drauf Danke für die GGs Danke, danke, Freunde Ab zum Moog Jetzt wird's hart Nein, 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 steck's Danke, danke, Freunde So, Mogarino, wo ist er denn, der Sacklpicker? Irgendwo da oben ist der, oh Gott Stimmt das? Da ist der irgendwo, da glaube ich sogar Danke, Freunde, danke, Freunde Da ist der Moog, stimmt das Also da hat er Zugang zu ihm Bei drei Danke, Freunde Keine Zeit für schöne Kämpfe Wo der Moog jetzt auch noch schnell geht Das wäre so schön, wenn der Moog so ein Huhn soll, dass er so ein Huhn kennt Zehn Minuten, ja, letztes Mal waren es 24 Danke, Bruder Malikiev, kannst du mit der blasphemischen Klaue parieren, Bruder Ja, da ist der Runenbeer, das haben wir richtig Irgendwo da Ist dieses Drecksteil Irgendwo da Ist der Zugang Oh Gott Ich sehe ihn so Ich glaube, er hat den beim ersten Mal gefunden Lass mich Nein Nein, der Der lässt mich nicht durch Jetzt kommt der Blutsbastard Bitte lass mich jetzt nicht sterben gegen den Bitte, mir Sacklpicker Oh Gott, er hat so viel Leben Boah, danke Danke mir, Sacklpicker Dass du so lieb zu mir bist Danke mir, Sacklpicker Naverick, Servus, mein Freund Der Satz passt wirklich nicht wirklich Passt wirklich nicht wirklich Dieses Gebiet Macht mir nach wie vor Angst Ich habe so dermaßen auf die Fressen gekriegt in dem Gebiet Das passt auf keine Kuhhaut mehr Muss man sagen Was wir da gefarmt haben Alle bei die Was wir da gefarmt haben Bei diesen Typen da Alle Freunde Wisst ihr das noch? Das war krass Was ist da? Wo bin ich? Wieso kommt da wer? Ich bin falsch geritten Du kleiner Huhnsohn Ich fahm da nur den Vogel Ja, ja, passt Ich bin tot Du Blutarsch Ich habe mich verriten, Freunde Das ist mir auch noch nie passiert in dem Gebiet Morgen, ihr Betrüger Schöner, Turferbaum Schön 10 von 10 Mit Abzügen in der Huhnsohn-Note Nein Nein, hab ich gesagt Auf zum Blasen Bei mir die Senflut Oh, Renner dann Viel Glück Neuen Job Was machst du denn, Renner Wenn ich fragen darf Was wird's? Warte mal Jetzt kriegst du ein richtiger Kompliment Von österreichischen Englischen Türken Wenn ich mir deine Profilfotos ausschöre Würde ich sagen Model Gerne geschehen Für das bin ich bekannt Für diese Komplimente Grüß euch, ne? Ehe, stark Angelo Stark Gerade kommen Das erste Mal Ist richtig geil Besiegt Wenn du ihn besiegst Hast du ihn mit Paris besiegt Oder ohne Paris? Tschüss Ah, Facklaus rüsten Ja 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 Schlemmisch Man muss ein bisschen nett sein Ohne Paris Auch stark Weil du musst dir mal dodgen können Radagon Der ist überhaupt nicht leicht zum Dodgen Der Bro Sachbearbeiterin, geil Und hast du Bock drauf? Hey Carsten, servus Oder bist du nervös von der neuen Arbeit Oder hast du Bock drauf? Antiromantiker Antiromantiker ist auch, gell Ah, ich werde, ich werde, ich werde vernichtet vom Mock Ich werde zerlegt von dem Typen jetzt Möchte ich nur ganz kurz einmal festhalten Für alle, was dich interessiert Nein Das ist mit Abstand der Boss, dem was ich am allerwenigsten kann Mit den Gargoyles Und mit Fort T6 wahrscheinlich Das ist ein sehr angenehmer Gegnertyp da Gute Bezahlung Das ist nice Cool Freut mich für dich Ich habe nicht immer die Blutfürsten Ihr wisst, was ich meine Die Blutfürsten Ihr wisst, was ich meine Träne Nein, ich habe keine Zeit für Szene, Luki Leider, leider Ich habe nur einen Szene-Monsch Und den hat heute schon die Prinzessin Bubblegum bei Rekord gekriegt Obwohl natürlich das geil wäre wegen DLC und so Aber was soll ich sagen, Bruder Ja, ist schon geil Die Arena ist schon mega Okay, wie sehr zerlegst mich du heute Gibt es da schon Haben wir da schon Pläne? Schaden ist aber gut Schaden ist aber gut Jetzt schau da Jetzt schau da Na Fuck, ich kann dir nicht Ich bin Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's. Das war's. Ein Minuten lasse ich's jetzt drin, die Umfrage, Freunde. Dann entscheidet ihr, wie wir weiterspielen. Ihr entscheidet's. Das war's. Malenes Hand gibt's schon. Okay, Fäulnis haben wir gewinnt. Dann spielen wir mit dem Fäulnis haben wir gewinnt. So, noch nie gespielt, riskant, yes, aber wurscht. Vielleicht ist er ganz geil. Aber ich besorge mir dazu noch ein paar Sachen, dass wir wirklich die perfekte Ausrüstung für den Trottler haben. Dann gehen wir auf Talismanjagd und so, Freunde. Das haben wir. Irgendwas wollt ihr nur besorgen, oder? Kriegsasche. Was brauchen wir für Stats? 26 Stärke, 8 Geschick. Okay. Ein Stärkebild. Felsenkling ist extrem nice, ja, Bruder. Und auf schwer. Kriegen wir S-Scaling in Stärke, Mann, Leute. Was ist denn da los, Bruder? Was ist denn das eventuell für eine geile Scheiße? Den habe ich geholt aus dem Schneefeld vor Malenia, Bruder. Geil, B lament. Was ist der Fall? Was ist der Fall, Pferd, die accounts für die Zeit von Lacken? Was ist der Fall? Was ist der Fall? Was ist der Fall? Wo ist er Heilig? Man? Man muss er selber. aber zumal 5 6er 20 5 4 was hat damit braucht gestern ja das ist 5 5 570 okay 53 lol 87 wieso geht ihr aufgesch- ich bin ja so ein ich bin ja so ein drudel wo ich das tutsche katana ausgerüstet so teppert musst du mir sein oder wieso geht der geschick wieso geht der geschick fast troll haben wir auch absolut geil absolut geil so dann das erste was wir jetzt holen ist gleich die schwierigste freunde hey Kimi das erste was wir holen ist gleich die schwierigste und zwar die asche da hinten die ist ganz übel zu getten da haben wir es gleich mal hinter uns was fehlt mir für die zauber für die zauber fehlt mir natürlich noch ähm von der cellen kometa sur und von der cellen diese urinsteine oder wie das heißt pentius servus von die aschen die haben jetzt mal zum denken ja mhm hm 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 ich weiß auf jeden fall wo es liegt damit wir müssen zum halbänsel der tränen das schlimmste wird das samurgrab oder bis ich da hinfände oder der hammer gefällt mir voll schaut so cool aus wenn ich denke viele haben das gesagt gell viele haben das gesagt der schaut so lieber aus der hammer steht total auf liebe wir haben eine freunde wir haben eine freunde jetzt auch zum schnell verschießen die 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 haben die 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 Ich hab was vergessen und das hole ich mir jetzt. Das hole ich mir jetzt, bevor wir ins NG Plus dann gehen und Freunde, bevor wir das vergessen. 4 zu 4. Elden Ring Spin-Offs. Persona 6 hab ich auch nie gespielt, Bruder. Also von den Aschen müssen wir noch, da kriegen wir jetzt eine Asche. Dann kriegen wir nur Asche in. Wo? In, 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 in. Ja. In, in Red, ne? In, 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 in. Und das ist eine sexy Mischung Unser Bild ist fertig Schauen wir mal wie das jetzt wird gegen dieses scheiß Viech da Wird sicher gegen Scharlach nicht recht anfällig sein Er hittet mich Ok der Scharbe ist gut Der Scharbe ist sehr gut Bist du unnärisch Bruder Ich bin tot Macht er das zweimal Er ist der schlimmste Gegner Macht er zweimal ist eine mega Explosion Bruder Mies Ich hätte noch die Dinger aufgepacken soll ich da Weapon Art Weapon Art Der klopft Pimki Stell mir gut fürs Eldenbeast vor ehrlich gesagt Ja wir sind der Zeit für die Sonne ganz ok Bruder Wie lange geht denn der Stream eigentlich schon Freunde Bei 12 Stunden müssen wir gleich einen Stream machen Wie verfickter kleiner Pisser Sehr gut getroffen Sehr gut getroffen Wie wurde das Wie wird das Ja? Wie? Wie war das? Du siehst du halt nix! Ja, danke, das war's schon wieder. Meine Güte, Bruder! Du Trottelfiecher! Steck'n der Hurensohn, Bruder! 8,5, ok, passt, danke dann! Meine Friseurda! Jottenboss! Ich kann den Hund nicht lesen, das ist nur ein Haufen Scheiße, sonst nix! Ja, ist ein Hurenstrang in red! Ja, ist ein Hurenstrang in red! Ja, ist ein Hurenstrang! Ja, ist ein Hurenstrang! Ja, ist ein Hurenstrang! Ich bin der Hund! oh okay und was soll scheiß auf dem boss tun die kann erinnern von was war nie der release Bukong am 24, gell? Alter, da hab ich keine Zeit für das, da rein Brauch nicht, ja, und für die Nerven, alter Abonnieren! Das war's. Das ist ein Arschgesicht. Ich kann den Hund überhaupt nicht lesen. Ich sehe auch nicht, was der macht. So, danke Jan. Was brauchen wir jetzt, Freunde? Lass mich kurz überlegen. Bei dir spendet der Stream irgendwie immer, Tachi, gell? Kommt mir vor. Nur teilweise kann man lesen, Sera, gell? Danke, Freunde, danke, meine Lieben. So, jetzt müssen wir, warte, lass mich überlegen. Genau, wir müssen jetzt zur Kirche da oben. Na? Zur Kirche da irgendwo her. Da müssen wir her. Genau, da her. Für die Kirche. Für die Asche, Lord. Die Asche ist plattenrelevant. Die Kirche ist schon geholt, Nick Cage. Die Kirche haben wir. Und da unten geht's ja irgendwie, oder ist das der falsche Dungeon? Nein, nein, das ist schon richtig, ist schon richtig. Dort drin ist die nächste plattenrelevante Asche. Genau, da drin ist die nächste plattenrelevante Asche. Und eine haben wir dann beim Samor noch. Beim alten Her. Und dann haben wir die Aschen fertig und dann brauchen wir eigentlich nur mehr die Talismane und die Zauber. Talisman fehlt uns noch der Erdengunst plus zwei. Der ist auch relativ leicht zum holen, ne? Und von den Zauberkometern, Asur und Urinsterne. Aktuell läuft's ganz gut. Ich sag einmal, vielleicht in einer Stunde könnte man mit dem Run fertig sein. Und dann sofort den Senke plus und dann hast du nur zweimal das Spiel komplett speedrunnen, Bruder. Bis 24 Uhr müssten wir schaffen. Komplett speedrunnen dann. Wo war denn das? Wo bin ich falsch? Nicht da unten, ja, haha, wo ist denn das? Ah, gut, dass ich keine Karten hab, Bruder. Irgendwo da. Da drin, yes indeed. Jawohl, Master Rave. Yes, GG, Bruder, stark. Hast'n weggekaut, den Assi. Ich schläf'n weg. Jetzt听 ich schlau'f gut, gell? Hier steht' ich nicht oben. Wie war denn mit dem New Year? Was, was, was? Ich schläufe gut. Wie war denn die Schlaf? Ich schläufe gut. Oder bin ich oben und bin über das, was du, was. Ich schläufe gut. Ich schläufe gut. Nice. Der Hammer ist super, glaube ich. Ich bin gespannt, wie der gegen das Elben bist, ehrlich gesagt. Ich bin wirklich gespannt. Irgendwas war ja da. Wir sind ja nicht umsonst. Da müssen wir rein. Ja, sehr gut. Ja, wir haben es in dem Fall, das haben wir auf 25 gezogen. Einfach Escaling auf Stärke, Bruder, ist einfach geil. No Damage. Absolut Wahnsinn. So, jetzt müssen wir irgendwie zum Zahmoer-Typen. Freunde, wisst ihr noch von welchem Leuchtfeuer das aus wir erreicht haben? Im Altus-Plateau war das. Wir machen was anderes zuerst. Dieser uralte Held von Samoer, wisst ihr wie man da hinkommt? Noch mal von welchem Leuchtfeuer? Freunde. Habt ihr da noch einen Plan? Oder auch nicht mehr. Das ist die Echter. Da fände ich es so schwer hin. Vom Tor links. Bei Magi 2.0 ist er da durch. Und dann weiterblecke ich. Na der alte Held, der uralte Held. Kramschende Riesen. Nein, 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 nicht da. Das ist ein Altus-Plateau. Ich glaube, was der Blacky sagt, stimmt auf jeden Fall schon. Aus dem Tor raus und dann links. Okay, mache ich. Super, danke. Oh, das ist ja so. 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 So, jetzt hören wir uns mit Komet Asur. Danke. Weil ich kriege so viel Schaden in dem Spiel. Und dann zeigen wir den der Selene und dann holen wir uns den Schlüssel und dann gehen wir da hoch. So da tante. Ciao Jenny. Gen-Joy. Das Ganze ist ausgeheiratet, wenn wir Glück haben. Wenn wir wirklich NG+, und NG++ gut spielen, wirklich gut spielen, dann könnte man es bis 24 gut schaffen. Aber da müssen wir wirklich die Bosse first schreien und echt gut skillmäßig budern. Hey, hoi, Rob, an der Schönen. Geh auf. Moin. Du hoffst doch gleich ein Runenbär runter, oder irgendwo. Du Sack, ja, du Sack. Ehre, meine lieben, danke für Ihren coolen Support heute. Mit Asur und der Ursternregen müsste dann eigentlich der letzte Zauber sein. Nice. Nice. ... Okay. Eigentlich ist es... Ich muss mich jetzt in den Schlüssel kriegen, weil mich nicht alles getäuscht, Freunde. Von der Trophäenliste her, ne? Äh, Sperry. I'm Master Lucian, like my apprentice with this clip. Yes indeed, da ist das Teil. Nice, ab nach Sally, ja? Die ganzen Dinger oben lösen, dann hoch zur Millicent und nach hinten reiten und dann einfach den Zauber holen. Und im Grunde genommen müsste das eigentlich der letzte Plattein-relevante Zauber sein, ja? Ja, safe. Und dann gehen wir die Talismane an und den... Bring uns. Ich hab halt gefressen noch, ne? Wie wär's? Aber was, was ich wohl daheim muss. Scheiße. Ja, schieß mir nix rein. Jetzt gibt mir keinen Hepat. Wie komm ich denn auf die depperten Dacheln da auf, ihr Bruder? Ja, da vielleicht, ja? Ja. Da ist der erste. So. Der erste, Freunde. Und die ist der zweite. Und die ist der zweite. Nice. Und... Oder waren die schon... Nein, das waren noch nicht alle, ne? Du bist ein Trottel. Na, die muss ich nicht machen für die Plattein-Catch. Ist nicht plattenrelevant. Waren das nur die zwei? Na, Blödsinn. Da komm ich noch nicht durch oben. Oder komm ich schon durch, weil ein Siegel gebrochen ist? Ritual-Schwert-Talisman, Bruder. Da oben der dritte, oder? Da oben der dritte, oder? Vielleicht kommt er eh so durch. Da sind wirklich noch zwei Siegeln schon gebrochen, ne? Krass, wir haben ja nicht gewusst Dass das hier schoffen ist Heftig Ah, da kommen jetzt Kugeln oder so Mega, mega nice Da kommt der Todesvogel ja normalerweise, oder? Ich glaube schon Sogar ganz ein schlimmer Todesvogel Millicent Ich komme dann zu dir, wenn du mit Platten relevant wirst Tschau Äh, den Mogi Mogi, da den Arsch Wo bist du so im Arsch? Ich hasse dich, du Grobi Fuck Ha Gib mir was, bitte Nein, das nicht Hehehe Einen Strich hast du verloren Nur das Unter dem Strich bist du der Verlierer Warte, meine Freunde Der Chat steht gerade bei mir Jetzt geht's wieder Oder? Scheiße Scheiße Ja Wieso geht der Chat nicht mit dem Tablet? Ah doch, jetzt geht's wieder Ja, passt, Freunde Geht wieder, danke Ciao, Blecky Ciao, Blecky So, eigentlich Nach meinen Berechnungen müsste jetzt gleich die nächste Trophäe aufploppen Was natürlich in jeder Hinsicht majestätisch indeed wäre Und dann misset man sich eigentlich nur noch zwei Talismen Eine Asche und einen Talisman holen Dann hätten wir's Dann können wir Endboss machen Das ist ein Ohren Ich bin hier, gleich Ich bin hier, wenn ich mich auch nicht Warte, wenn ich dich nicht Das ist meine Güte Ich bin hier jetzt Ich bin hier Es ist ein Ohren Oh, wir sind hier Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Der Zauber muss ja richtig... Ist das... Jenny... Also Jenny kann man doch... Ist das einer der stärksten Zauberfreunde? Muss, weil der so versteckt ist, oder? So, Trophäe bitte. Rann ist dunkler Mond. Oben der... Der bloß Zauber. Komm mit Azur. Azur habe ich. Vom Feuerteng habe ich. Eldensterne habe ich geholt. Rann ist Mond. Mond von Noxtella. Von der unsichtbaren Brücke habe. Habe ich Rann ist Mond geholt, Bruder. Rann ist dunkler Mond, ja. Eldensterne. Flamme des Grausamen Gottes. Ja, Dennis, den haben... Nein, das habe ich natürlich vergessen, Bruder. Ja, wir waren ja nicht mehr beim Ding. Wir waren ja nicht mehr beim Greyroll, Dennis. Richtig. Voll. Ich muss da irgendwer killen, schnell. Schwiegermama. Der Greyroll war. Ich habe mir gedacht, wir waren beim Greyroll. Bring mich um. Ich muss dauernd... Ja, wir waren ja nicht mehr... Jawohl, danke, Francis. Ah, Dennis. Traum ist halt mir doch, das gibt es ja nicht. Was? Leuchtfeuer haben wir sie noch geholt, ne? Ich danke für 676 Likes, Freunde. Seid's ab, normal mit die Likes. Ich danke euch sehr. Yes, da haben wir's. So, dann schauen wir mal, ob die Stimmen, was der JJ und der Black Knight gesagt haben. Wir gehen ein Altersplateau. Was ist da, oder? Ja, Altersplateau, ja, voll. Ja, einfach so, Dain. Ich wollte mal diese Waffe probieren. Schauen wir mal. Oder haben wir den da oben geholt? Glaub ich nicht. Absolut wenig. Ocht legendäre Zauber, du hast sogar noch sechs oder so, JJ. Darum ist ja möglich in 24 Stunden. Also, möglich. Schauen wir mal, ob wir es schaffen, aber im 14 Stunden schon in einem Tag halt sofort, ne? Und die Solz-Spiele musst du alle holen, ne? Alle! Ich bin ja so dumm, Alter. Ich bin ja voll falsch geworden. Da muss ich ja her. Ja, wie gesagt, Elden Ring ist ja die leichteste Trophy. Ey, Maffik, wunderschönen. Ja, wir sind eigentlich relativ auf Kurs, Bruder. Würde ich mal sagen. Das müsste eigentlich auch jetzt schon die letzte Asche sein. Links halten. Immer den Weg entlang, oder? Ich sehe das Grafen da, Bruder. Hey, Goldtipp. Ich sehe einfach das Grafen da. Ich glaube, ich bin... Das ist ja das da oben, oder? Ja, klar ist das. Alter, geil. Danke für den Tipp. Das habe ich echt nie so gewusst, Bruder. Wahnsinn. Maffik, wie geht es dir, mein Freund? Gut gekocht für die Family. Alter, wie gut ist diese Wegbeschreibung, bitte, Bruder. Ab nochmal, geil. Wahnsinn. Und was ich da herumgeritten bin, glaube ich, 20, 30 Minuten. Das letzte Mal. Absolut amazing. Das Messer müssen wir auch mal spielen da. Und was ich da, glaube ich, 20 Minuten. Perfekt, ich klinge aber echt cool herum, gell Hey, Pamki, servus, mein Freund Mit dem Messer möchte ich echt einen Run machen JJ, komm ich zu dem Messer, ohne dass ich einen Boss gemacht hab? Eigentlich Eigentlich schon, oder? Eigentlich komm ich zu dem Messer, ohne dass ich einen Boss gemacht hab, oder? Leute, ich mach einmal so einen Messer Run mit diesem Messer Only Das würde mich echt einmal interessieren, ja, voll Ja, die Gräber sind ein bisschen schwierig, aber die sind trotzdem sehr belohnend, Wolfgang Ah, Nick Cage Ah, Wolfgang, beide haben Gräber, okay Richtig gut, okay Ja, das vielleicht auch was für diesen Run, für diesen Challenge Run, folge ich mir, glaub ich Nice Jetzt hören wir uns nur den Platten da rein und dann war's das Max, das ist der Fäulnishammer, den gibt's im Gebiet vor Malenia Den wollte ich immer schon mal versuchen, ich hab immerhin ein Randomizer und so gehofft, dass ich den irgendwie bekomme Und heute haben wir doch was draus Spielen wir damit, haben wir auf Stärke durchwirkt, haben wir Felsenglinge draufgepackt Richtig nices Teil Hey, Jenny back, back to protect the world Jenny ist der Zauberstark Was man da kriegt Von der netten Dame Von der Selen, der zweite Zauber Den brauchen wir, den Totten da Den brauchen wir Komm mit Möchte dir was zeigen In jeder Hinsicht meist tätig, will ich einfach mal behaupten Ja, ich denk mir, der muss ja gut sein, wie krass der versteckt ist Dass du da in die Hölle ganz runter gehen musst Das muss ja richtig ein richtig krasses Teil sein So, denk ich mir halt So, Samor könnte sein, dass wir mit zwei Parries durch sind Und das müsste eigentlich die nächste Trophy geben Für alle Aschen Yes, indeed Und dann brauchen wir Nur mit Gunst des Erdenbaums Und dann machen wir einen Endboss Nein, zuerst hole ich mir noch was anderes Eine Sache muss man noch holen Wie schauen wir aus? Oh, ich schaue ganz schlecht aus für ihn Schaue ganz schlecht aus für ihn Yes, wichtig Wichtig, wichtig, wichtig Und jetzt muss ich in die verbotenen Lande Muss ich jetzt In die verbotenen Lande Danke, hoffe Danke, Genna Danke, Lori Die verbotenen Lande Die verbotenen Lande Daher Wir sind im ersten Run Lock Aber das ist klar Der erste Run ist ewig Jetzt holen wir uns Den letzten Talisman meines Wissens noch Und dann Holen wir uns noch die Eisenkugeln Was der JJ immer nimmt Aber nur aus einem anderen Grund für das NG Plus Damit ich runter Den Skip machen kann Nach unten zu Moog Hey, das Handtörnchen Wie geht's da denn? Der Hammer ist ein Truck Aber erst ein bisschen langsam Bin trotzdem mehr Decks Hör auf, ich will den da Ich will mich endlich rächen, Alter Für die ganze Scheiße, was du da oben aufführst Und das Bruder, die Der machen wir gleich mit, Alter Das, dass man immer Dein Pferdeorch von hinten Zack Rasende Flamme Nächster Run Moog, ja Ich bin Barbara Salisch, Freunde Bin die Richterin Ja, da zeige ich dir, wie man da runterkommt Pressure ist mega geil Da komme ich first trail runter Ohne Probleme Echt, hat er das gesagt? Dark Soul Ja, ich werde mich joker fürs Bist du bei ihm gerade im Chat oder so? Ich wollte mit ihm die unbedingt machen, ja Hat er sich, hat er sich, hat er es gesagt Im Stream oder was da auch soll's Ja, schade, mit der Mail ist was schiefgegangen Ich habe ihm dann ein bisschen später nochmal geschrieben Da war es dann wahrscheinlich schon zu spät Aber hol ich mir definitiv nach, ne Weil das ja ein feines Haus ist Kannst ihm ausrichten, dass ich mich definitiv bei ihm melden werde Wie der Bruder Schau nicht zurück Blick nur nach Ja Ja Yes Der ist ja mies versteckt Der Talisman ist so useless, Alter Der Talisman, das ist für mich kein legendärer Talisman, Alter Ja Das ist für mich kein legendärer Talisman, Bruder Echt Ich glaube, da ist die Hütte vom Krabbenmann, gell Den holen wir sie noch und dann gehen wir ins NG Plus, Freunde Mottenmann war etwas nervig Ich glaube, kein Problem mit Mottenmann Der Mottenmann ist nur anders eingestellt als ich Youtube-technisch Der sieht das Ganze mehr so aus Business und aus Klicks und Kohle Was sehr gutes Recht ist, habe ich letztens gesagt Jeder macht Youtube aus anderen Gründen Und ich fühle das auch nicht so Muss ich sagen, ist auch nicht so my base Ich bin auch eher so mit Herz Ich mag bin auch eher gern mit denen, die mit Herz dabei sind Aber der Mottenmann ist dennoch ein korrekter Mann Ein korrekter Mottenmann Ja Aber der hat halt eher das Business im Kopf Ja Das ist das, mich connecten nicht so unbedingt auf Auf einer Basis oder wie man das sagt Na, überhaupt nicht so, mich finden nicht, dass der so geil ist Entschuldigung Ich habe einen Hunger Danke, Freunde Ja, danke, Tag soll es nicht Für die Kugeln Das zeige ich dir dann im NG Plus, Nick Wait, wait, wait for it Heute haben wir auf jeden Fall Suppe in der Zeit Grandios Die Kugeln Fuck. Richterin, Barbara, die Zerstörung des Radagons. Ich bin gerade am Eldenbeast angestanden. Ich bin gerade am Eldenbeast selbst angestanden. Danke für den Chaos, da wegen dem Drecks haben. Habe ich mich erwischt, ne? Jetzt bleiben wir schon auf. Jetzt hör auf mal zum Springer! Du Springer, das Idiotenviech! Ich hasse diesen Move! Ich hasse diesen Boss so sehr! Ich habe die Welt eingestanden. Ich bin gerade noch ein Gem, der ist ein Skinner. Ich bin gerade im Inneren also. Ich bin ich nicht. Ich bin eigentlich. Ich bin ein Säge von DB 3, das ist ein Säge von Säge. Boah, Kuss auf die Nuss, mein Lieber. Der Hammer macht guten Schaden. Danke für die GGs, Freunde, meine Lieben. Danke, 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 seid ihr Liebsten. 700 Leute, ich küsse eure Herzen. Die letzten Schläge da und Camilla, die haben ja ein Wälder. Die haben ja ein Wälder. Und das hat es gut getan. Das hat es gut getan. Erster Run, sehr zufrieden. Einziges wirkliches Problem waren die Gargoyles. Moog hat mich extrem überrascht. Den haben wir eigentlich relativ stabil gemacht. Gut war es bei weitem nicht. Er hat 716 Likes, Freunde. Was soll ich sagen? Ihr seid es irre. Ich freue mich auf 725 Likes. Das ist surreal. Kuss, Kuss, Kuss. Danke, danke, danke. Ich freue mich wirklich sehr. Wie schauen wir bei dir aus eigentlich, du, Aschloch. Kuss, 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 Kuss. Wie schaut es aus? Uh! Enke Plus-Style. 773 Likes. Ich fahre gleich vom Sessler runter. Karsten. Könnte klappen, Francis. Könnte klappen. Wir haben zweimal müssen, musst du komplett durchspielen. Elden Ring. Vor knapp 10 Stunden hast du den schon mal gesehen, Tarif. Wir sind heute so viel schneller als beim letzten Mal. Ah, Schatz, Godric's Rune ist weg. Run 2, Nation Demon. Run 2. Der erste Run dauert mit Abstand am längsten. Wir müssen ja alle Bosse mitmachen. Alles einsammeln. Malenia, Moog, bla bla bla. Und dann kommt der eigentlich auch mit Eisdurchwirkenden Hammer. Klar kann man das. Schauen wir mal, wie Eis und Schalach kombiniert, Freunde. Schauen wir mal, wie Eis und Schalach kombiniert. Wie Eis und Schalach scheppert. Was ist ein Zauberstolm? 513.000 Drohnen, Wahnsinn. Das ist ja übel. Aber der Tom Julio, das ist auch ein netter Typ, oder, Freunde? Der war auch letztens im Stream dabei. Der ist mir richtig sympathisch, muss ich sagen. Ein witziger, lustiger, ganz netter Kerl, wirklich. Der ist wirklich cool drauf, ja. Den werde ich öfter bei mir einladen, auf jeden Fall. Der ist wirklich cool drauf, ja. Sogt denn der Gornix. Loll, indeed, Bruder. Es kickt aber mal in einer ganz eigenen Liga. Bruder. Was war denn das? Wir werden nie gesehen. Ja, vorhin 500.000 Euro müssen wir ausgeben. Hey, Nation, mein lieber Freund. Ich kann noch nicht mehr leveln, neider. Wegen der Depperten, gell? Meine Güte, jetzt kann ich da runter reiten. Nur wegen derer Gurken ist denn das die Möglichkeit, Bruder. Ich kann nicht einmal leveln, weil die Gurken noch nicht da ist. Wie nervig ist denn das, bitte? Ich spiele so selten den NG+. Oder kommt die da auch bei dem Leuchtfeuer da? Schauen wir mal. Oder kommt die wirklich nur bei dem unten? Hier hat die Öntchen, die war schnell weg. Okay, sie kommt wirklich nur da unten. Alter, Bruder. Nein, nicht die dritte Rast. NG+, Tanshiro. Nein, der dritte Rast kommt nur beim zweiten Mal. NG+, Tanshiro. Haben Sie es, Herr, aber Sie? Ich kann Werbung schistern, wenn Sie teisenhaut. Sie nehmen es zu der Fuß. Dann Sie wollen mich nach Torren und den요. Okay, mit Fatih Vader, aber die Kleine kann gut nerven, das stimmt. Wie rein! Wie rein! Wie damage hat denn das gekochen? Das war ein Kloosballer, das war viel damage. Nein, das gibt es nicht, Bruder, du Hurensohn, du kleiner Dreckiger, ich würde dein Mutter so durch, oder, das kann doch nicht wahr sein, Bruder, du dreckiger, elendiger, verhurter, verschissener, kleiner Wichser, du, oder, es reicht, okay, ihr Trotteln, ihr Sturmschleuer ist, jetzt, ich hasse Sturmschleuer gerade so viel. Danke. Ah ja, stimmt ja, Entschuldigung, habe ich ganz vergessen. Alter, ihr windigen Horschwung, Entschuldigung, ich meine, das ist so Rage, aber mir geht dieses Schloss schon so am Sack, Alter, wirklich. Ich glaube, der Blade kommt. Achtung, es wird dick, Freunde. Danke. So, ich parier jetzt so weg. So, ich parier die weg, auskehrt. So, ich parier die weg, auskehrt, mein Name ist Scottsfried, du Hörschloch. Ja, gute Nacht, Carsten. Nein, er vergiftet ja gar nicht mehr, die Liebe. Also wirklich, ne? Tschüss, du Betrüger. Damage ist sehr gut. Das Schlimmste ist, die ganzen Medaillons wiederholen. Das mag ich voll gern. Ich liebe es, Medaillons holen, den Elden Ring. Nicht bloß. Du kannst alle Waffen behalten, die Bosse sind ein bisschen mehr Leben, aber ja, merkt man nicht so viel. Du bist definitiv der Lord von Alder, des Golden Bruder. Das muss man sagen, der bist du definitiv. Das siehst du, wenn du das Spiel beendest, Bruder. Dann steht da, willst du siebte oder achte Reise antreten, dann siehst du immer, welchen Engel Plus du bist. Okay, ciao dabei, mein Freund. Ich bin der Lord von Alder, des Golden Bruder. Wie ist eigentlich der erste Duellhammer, Freund? Ist der auch gut oder nicht? Ja, ich brauche keinen guten Schaden, Bruder. Schaden ist ja absolut okay, mein Freund. Weißt du, Simon? Weil vielleicht möchte ich meinen No-Hitron mit diesem Hammer probieren. Hätte auch was. Wird definitiv besser für Radagon und Elden, bis dann Offenier wahrscheinlich. Andreas, servus. Ansonst dasselbe. Der Ziegelhammer, den meine ich aber gar nicht, Bruder, den Ziegelhammer. Ist die Karte wenigstens aufgedeckt? Oh, die Karte ist aufgedeckt, nice. Ziegelhammer gut. Ziegelhammer ist der gute. Wir wollen zuerst hierher. Ja. Nummer 5, Freunde. Nummer 5. Was gibt es nur für eine geile Stärkewaffe, die wir eventuell ausprobieren könnten, Freunde? Sagt es mir was. Irgendwelche Stärkewaffen, die jetzt nicht so bekannt sind. Was hätten wir denn da noch? Was vielleicht cool zum Testen wären. Ah, Blut und Reis dann, Bruder. Der schwerste Tag soll's drei Post. Der schwerste. Also erst mal danke, Luke. Und danke für 800 Likes, Freunde. Das ist oft. Der schwerste Tag soll's drei Post. Lass mich überlegen. Ich sag jetzt einfach mal mit dir, Bruder. Mit dir ist zwar, wenn du weißt, wie er funktioniert, gar nicht mehr so schwer, aber ich würde definitiv sagen, dass beim ersten Mal spielen, wenn du ohne Plan reingehst, zu mit dir gehst, hast du eine ganz schlimme, schlimme Zeit vor dir. Friede ist auch ein guter Call, natürlich. Und vom Base Game würde ich jetzt einfach sagen, vielleicht Soul of Cinder. Nick Cage, Friede ist ein guter Call auf jeden Fall, ja. Dämonenprinzen sind auch sehr, 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 sehr schwer. Ja. Sehr, sehr schwer. Stimmt, die sind wirklich sehr, sehr schwer. Dämonenprinzen. Nameless King, ganz ehrlich, der Nameless King, Real Talk, ist vielleicht mein Lieblingsboss. Er ist so fucking easy. Der Nameless King ist so leicht. Wenn's dumme was wieder funktioniert, ist der Nameless King wohl der leichteste von den verschrienen Bossenmann. Das, das glaubt mir gar nicht. Der hat so leichte Moves, die kann man so leicht lernen. Freunde, kann ich jetzt noch Echos verdoppeln von einem ersten Run, oder nicht? Hier, was ich schon gefressen habe. Oder geht das nicht? 800 Likes, Freunde, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Osiris ist übel, aber er geht relativ flott an. Das kann man von mir mit dir zum Beispiel nicht behaupten. Aber Osiris ist schon ein ganz unangenehmer Arsch. Bestimmt. Das geht nicht. Schade. Läuft ganz gut an, ihr. Ich hab ein bisschen gewechselt, Christian. Ich hab mir Lust auf eine Stärkewaffe gehabt. Katana, ja, wäre natürlich auch mega geil gewesen. Aber ich find's, ich hab mal ein bisschen Stärke probieren. Vor allem von Scharlach-Fäule, jetzt werden wir dann bei Radaren sehen, ob wir Scharlach-Fäule technisch da was machen können. Was nicht Marlenia schon gemacht hat. Marlenia hat auch schon gut vorgearbeitet, Scharlach-technisch. Bei ihm. Ja, Level-1-Platte möchte ich da mal probieren. Drei Mal durchspielen mit Level-1. Dreimal Eldenbeast mit Level-1. Wow. Wow. Level-1-Platte in Conchure-Gons. Conchure-Gons übel werden. Eldenbeast. NG-3. Level-1. Da brauchst du wirklich... Boah. Boah, ich stöh mir schon hart vor. Das fucking Eldenbeast, Alter. Bestimmt ein paar Wurzeln, ja. Danke, Melo. Ja, ja. Eben, Dax-Holz-1-Platten wieder mal sehr bald, Jenny. Mache ich eh länger mal kein Elden Ring mehr, dann, Jenny. Ja. Vielleicht randomizer nur ein bisschen und dann wieder mal Dax-Holz-1 oder Dax-Holz-3-Platten. Das geht leider nicht, Jenny. Das geht leider nicht im randomizer. Stark, Fabian. Ganz fettes GG und danke für die 6-Poner. Ah, du warst auf meiner Seite, all along. Danke dir, gell. Geil, Fabian, geil. Ich hol mir schon eine Kleinigkeit zum Beißen, Freunde. Sekiro, da haben wir wieder geil, voll. Noch ein bisschen wieder Abwechslung rein, Freunde. Ich werde keine Trophäen aufploppen, Jenny, leider. Ich werde keine Trophäen aufploppen, Jenny, leider. Soll ich mich muten beim Essen, Freunde? Hm. Ich habe sie schon versucht, Jenny, ne? Elden Ring mehr platinieren. Um randomizer wäre so lustig, aber es troppen. Es ploppen keine Trophäen auf. Okay. Warum ist es dann nicht bei den gewesen, bei Elden Ring? Hm. Skandal. Ich habe es durchgespielt, Christian. Das hat mir sehr gefallen. Müssen wir mal schauen, Jenny. Aber ich habe eigentlich einen neuen Account, wo noch keine Trophäen waren. Dann habe ich Margit besiegt, obwohl noch keine Trophäen waren. Habe es nicht bekommen. Es war ein neuer Account auf Steam. Okay. Okay. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Ich glaube schon 2024, Appartell. Das andere wird mich dann doch wandern, Bruder. Skandal im Sperrbezirk. Ah, okay. Sehr schade. Skandal. Skandal um Rosi. Skandal. Im Sperrbezirk. Skandal. Oh, no, 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 no. Eh. Nein. Oh, oh. Oh, oh. 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 Ok Oh, hier sind die in, unsere Hosen hab ich auch gekriegt, geil Beim Kirli freuen sie extrem, ne. Ich freu mich auch Sorry, dass ich is freunde Es tut mir leid, aber ich muss essen Aber ich kann keine Pause machen Ich hab mir gestern einen Weckerl gekauft Für heute Und das ist jetzt so hart wie Ein Futter im Tierback Wie so Zwieback Danke, mein Lieben Hey Okay, 1-0 für dich Hey 2-0, 3-0, okay Es wird ein Kantersieg für euch Es wird ein Kantersieg für euch, meine lieben Mäuse Vielleicht ein paar Masali schlägt aber mit Tour, ne? Mit was wärst du fertig, Hasenbanger? Danke, Schmid, mein Lieber Danke, Arschloch Im Essen Das ist so hart Das zauben wir meine ganze Pappen General Radon Der Challenge, okay Natürlich, wir haben es zu fern die Input, aber Natürlich Hey, danke Silbermoon, meine Lieber Fly me to the moon Dunkelschmilchstein 4 Bester Schmilchstein So, wir werden gleich bei Radon das Leuchtfeuerchen aktivieren Dann holen wir uns das zweite Deck Und dann gehen wir schon zu ihm Dann gehen wir schon in die Hauptstadt Richtung Drachenbaumwächter Godfrey Morgoth Yes, indeed Na? Äh Alter, dieser Vogel Hast du einen Vogel? Wahnsinn Zwei Enten Moog Moog müssen wir machen Jetzt, sehr voll Zwei Enten Moog Das war's, gell? Voll 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 Sehr schnell geschafft Es fehlt nur das flamme, das rasende Flammeende Dann machen wir jetzt, ne? Das heißt, wir besiegen Moog das Mal unten Dann Und dann fehlt noch Das normale Ende Ja Rani Ende haben wir gemacht Das Rani Ende mit Abstand das längste ist Wie viel Arbeit Hey, last fett war's super, Matthias Hab's durchgespielt Wie viel Arbeit war das Spiel eigentlich zu machen, Alter Wenn die fürs DLC Gefühlt schon zwei Jahre brauchen Wie viel Hocken War dann das alles da, Alter? Das ist so krass Ich stelle mir Ganz heftig vor Zeige ich dir dann den Trick, Wolfgang Was du dabei bist In circa einer Stunde sind wir dort Oder vielleicht früher sogar Echt, wie lange schaut sich das mal alles an Diese ganzen Posts zu designen Die zu programmieren Diese ganze riesige Open World zu bauen In so einer Perfektion, wie es aktuell ist Wie viel Jahre muss das bitte dauern, Alter? Weiß man das, wenn Elden Ring die Produktion gestartet hat, Freunde? Wann haben sie denn begonnen mit dem Game? Das würde mich echt interessieren Das ist ja Wahnsinn, Alter Das ist ja Nein, 2020 ist ja rausgekommen, das Spiel Ja, 2020 Das gibt's nicht 2020 Fünf Jahre lang 2017, okay, das ist realistisch, ja Das ist tatsächlich realistisch Nach Sekiro Release Stellen wir auch sofort in etwa so, ja Drei Leute, Blickfate war's so geil, ja Ja, danke Dörnchen, dass du nachgeschaut hast Meine liebe kleine bayerische Freundin So Alter, die hätten für's nur gehen Bloß ruhig ein Turbo für das Pferd einbauen können Das Pferd ist so langsam mit dem Spiel, ey Das war ja so krass, wie wir alle Lords of the Fallen gespielt haben und dann zurück zur Elden Ring Das hat sich so angefühlt, wie wenn das Spiel getrosselt worden wäre Bei Lords of the Fallen bewegst du dich so schnell und den Elden Ring eigentlich relativ langsam, muss man sagen Ja, Black Knight absolut richtig, also Boah, fünf Jahre für das Game ist ja gigantisch und es gibt 165 Bosse, klar, sind viel recycelt, aber Malenia, Radan, Godfrey, Malikhev, die sind ja alles S-Tier-Bosse Die sind ja durchgeplante, hochgradig geile Bosse, die was dann einfach nur Das muss ja so viel Zeit kosten Und das Team ist ja gar nicht so groß von France of the Fallen Ich liebe es, wenn mein Anschläfen funktioniert Hey Matthias, danke mein Freund Das war extrem Silbermond, das war wie wenn eine Bremse drin wäre, muss man echt sagen Mega heftig Ja, das war extrem Silbermond, das war wie wenn eine Bremse drin wäre, muss man echt sagen Ja, definitiv Werden sie dir ein wenig geholt haben Aber dass du dann gleich so ein krasses Open World Spiel machst Es gibt so viel beschissene Open World Games, muss man echt sagen Und From Software macht die erste Open World und es ist gefühlt, gefühlt die beste Open World, was je Game hat Und so, ja Gut, Zelda, Polar auf der Welt wird vielleicht nur besser sein Oder Skyrim, keine Ahnung Aber gleich mal so An krassen Banger aus die Knollen Von einer Open World, wo in jedem Dungeon du irgendeine neue Waffen Einen neuen Talisman Einen Talisman oder eine neue Asche kriegst Das ist schon hochgradig geil Sorry Freunde Ja, stimmt Kimi, richtig, ja Kampfsystem sowieso Könige Ja, ich weiß, was bei Zelda weiß es Was Zelda weiß es Miyazaki ist Riesen-Zelda-Fan Skyrim hab jetzt nicht gewusst Plus 1 Pixel Ja, ich weiß es Wächter Gottrey Mog müssen wir killen Morgoth Feuerriese Gottskenduru Maliketh Ophnir Horlur Blablabla Der Festival ist nigh Das Festival ist nigh Nigh ist nigh Warte now Na, leider Master Rhythm Mein Plan ist nigh aufgegangen Ich hab's fünfmal versucht Mit meinem Plan Und er war schlecht Hätt ich mir sicher 10 Minuten gespart Ich hab noch nie Skyrim gespielt Silbermond Aber Skyrim ist nigh Aber Skyrim ist nigh Nigh Ich mag das Spiel nigh Nigh Das hat mir auch nigh gefallen Vielleicht ist das eh ganz geil Aber was wär's denn nigh Freunde Ich bin nur normaler Türk Ich hab noch kebab im Kopf Ich lasse Ich hab noch 본 Schell Ich hab noch nie Ich hab noch Untertitelung des ZDF, 2020 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 World of Warcraft, bei den Baron. Jurassic World, das ist interessant. Eldring und Sekiro. Was soll denn das heißen, Silbermon? Death Stranding, okay. Shakuza ist auch ein interessanter Call, oder? Gothic 1 und 2. Der Order, das habe ich auch irgendwie gemacht. Das war das Release Game zu PS4. Okay, Black Knight, das ist echt ein ziemlicher Stranger. Also, strange hätte ich nicht geglaubt. Was muss denn ich da eigentlich nennen? Eigentlich muss ich Red Dead Redemption 2 nennen. Aus dem Grund, nicht weil es die Leute nicht mögen, sondern weil ich eigentlich wie das Spiel begonnen habe, mich hat weder Rockstar interessiert, ja, gar nicht. Ich war weder der große Western-Fan und ich kann sehr schlecht Englisch. Und die deutschen Untertitel waren mega klein geschrieben. Also, eigentlich, wie ich das Spiel begonnen habe, habe ich mir gedacht, ach, das wird wahrscheinlich nichts zwischen uns zwei. Und dann ist das zweibeste Spiel, was ich jemals gesagt habe. Hey, Matt hat schon absolute Ehre, mein Freund. Ich danke dir für die absolut geilen 10 Mitgliedschaften. Aber so, ja, Darksiders 3 habe ich geliebt. Darksiders 3 habe ich sehr geliebt. Aber es ist halt auch Souls-like eher. Danke, Mattadron, gell. Ja, es ist schwierig, Jenny, weil Red Dead 2 aus Guilty Pleasure nennen ist halt auch eine Frechheit. Ja, noch Blattporn ist Red Dead 2 das beste Spiel, was ich je gespielt habe, Bruna. Muss ich echt sagen. Last of Us 2 war auch supergeil. Ist auch kein Guilty Pleasure. Boah, schwierig. Führt auch nicht wirklich was ein. Eventuell das, ja, Pokémon Go natürlich, ja, aber dann würde ich eher dieses Ghost Game nennen. Das mit der Guns, das kennen sie sicher. Das war so lustig. Das können wir mal spielen im Stream, Freunde, wenn ihr Bock habt. Ultimate Goals oder so. Da bist du so eine kleine Gans und musst so Rätsel lösen und die Nachbarn segieren und die Brünn von jungen Buben runter verstecken. Und das war so lustig. Ich habe sogar platiniert. Das war so lustig, das Game, Alter. Ich habe so viel lachen müssen. Das war echt ein cooles Spiel. Und ein Guilty Pleasure Game. Jetzt, ich habe mein Guilty Pleasure Game. Ich habe es. Zombie Army 4, wo der Hitler der Endboss ist. Das war überhaupt nicht mein Genre. Das ist einfach Sniper Elite, ja. Und das habe ich sogar platiniert, weil es mir so Spaß gemacht hat. Borderlands 3, schöne. Das ist auch cool, wenn man es nie spielt. Richtig Pepe, ja, richtig. 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 Das war's für heute. Irgendwie tut sowas auch mal gut, so Abwechslung. Schon dann 10 Minuten Parry-Kampf. Ja, das ist wirklich flott gegangen. Ich habe mich selbst ein bisschen überrascht. Der Hammer haut aber gescheit rein. Ellenweg 2, Ellenweg 1 war schon super. Remedy ist sowieso geil. Control hat mir mega Bock gemacht. Das habe ich auch platiniert. Judgment, das hätte ich auch gerne mitgespielt. Ja, voll. Malik, helf ist süß. Zombie-Army hat so Bock gemacht. Das war so geil. Skywalker gute Besserung. Wie lange geht denn der Stream schon, Freunde? Ich muss bei 12 Stunden müssen wir einen neuen Streamlight aufmachen. Das war's mal. Das war's mal. Das war's mal. Ich sag's mal bitte bei 11 Stunden 30 Bescheid, Freunde. Danke. Danke, YouTube, für das, dass du noch 12 Stunden eine Streamer abtrust, oder? Verlierst die ganzen Likes, verlierst die ganzen Klicks. Für das, dass du für 2 Stunden einen Stream aufmachen kannst. Das ist für mich der größte Kritikpunkt, dass ich keinen 24 Stunden Stream machen kann, Leute. Ich würde echt gerne meinen 24 Stunden Stream machen. Das geht einfach nicht. Bei 11.45 ist einfach Schluss, und es gibt nicht einmal einen Grund, warum. Heils Barbara Extrem-BS unterwegs, ja. Auf meinem Namen ist Salish. Hey, hallo, Leute. Mahlzeit. Rainer, du bist lieb. Aber das stimmt, Rainer. Meine Community hat mich schon so oft erinnert, und das ist so lieb, weil ich bin so lost. Danke, ihr komischen Schneemänner im Endstadion. Wie geht das automatisch weiterleiten, Jay? Bruder. Hinter mich hat es ein Blubberblasel da schlagen. Stell dich dann ein, bei 11 Stunden, Jay. Richter in Barbara Salish. Boah, der Hammer tut gut. Der Hammer ist so schön, ich bin verliebt. Oh, jetzt bin ich aber gespannt, von dem Teil da. Boom. Alter, wie gut ist denn der kleine Arschhaum eigentlich da, Alter? Der kleine Schnitzelbracker, der Schnitzelklopf. Wie gut ist denn der, Alter? Hey, der haut alles weg. So richtig frech. Der ist wirklich kugelmäßig, Jay-Jay. Die konnte deine Kugel sogar Konkurrenz machen, Alter. Du musst einmal probieren, Jay-Jay. Probier mal noch Hitrun mit dem Hammer von Duellisten. Da gibt es den Duellisten im ersten Gebiet. Der droppt denselben Hammer, nur ohne den... Vielleicht... Vielleicht ist der genauso stark. Kann ich da nicht zeigen. Den Hammer. Das ist der Fäulnishammer aus dem Schneegebiet. Da ist doch noch kein einziges Mal Scharlach gekickt, dafür extrem schnell Eis. Kannst du ihm streamen? Ah, okay. Danke, Jay. Grüß dich. Ich will nicht die Stringer. Ah, zweiter Leer. Zweiter Lauf. Der erste haben wir aber alles erledigt. Wir sind richtig, richtig gut vorankommen. Also wenn ich es heute nicht schaffe, dann schaffe ich es nie. Nein. Ja. Und dann... Das ist jetzt ein Trainer. Jetzt kommt ein Tosen, weil bei dem habe ich eigentlich keine Zeit zum Auswählen. Nein, muss ich nicht so machen. Okay, nein, ich habe keine Zeit. Beim Godfrey habe ich leider keine Zeit, dass ich ihn aufgeladen habe. Da ist er zu schnell. Außer er macht den Sprung, aber den macht er nie. Genau, Elektrik, aber er muss heute gehen. Jetzt wenn ich den frise, dann das mal. Und das da weggebe. Wie schauen wir dann aus? Den! Nichts geht. Nein, es geht nicht. Okay, es geht nicht. Weißt du. So, gucken wir nochmal. Weiter. Schlecht ist der Godfrey-Kampf seit 1912. Ja, das stimmt. Kannst du fast nicht aufladen. Das ist der Nachteil, das stimmt. Okay. 1 Allow me to paint you the full picture. General Radon is cursed ever to wander. Eaten inside by Millennials. Irgendwas. His bla bla a long gone. Now he Now he grubble, grubble durch der Wüste like a dog. Irgendwie so. Like a Wufferl. Echt tollo net. Okay. I 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 mit meinen Freundinnen, die waren schon alle am Klo und dann starten wir los, ne? Ein bisschen Pause muss leider auch sein, Freunde, ne? Danke für die 1000 Lags, danke für Ihren krassen Support, wir sehen uns gleich in 20.30 Uhr sehen wir uns wieder, Freunde. Ciao, Baba, danke.